Yo, yo, Leute, was geht ab? Stattin zu dem Skill ist ab Start heute mit einem Livestream. Ich wollte heute nicht streamen, aber ich bin einfach Fortnite-süchtig. Das ist das Problem, Leute. Die neue Season bockt so unnormal. Ihr habt gestern gesehen, wir sind unnormal abgegangen, Freunde. Wir haben aktuell eine 8er Windstreak. 20 Kronen haben wir gemacht, Freunde. Es ist einfach nur geisteskrank. Wir haben aktuell eine 8er Windstreak. Wo höre ich mich? 20 Kronen haben wir gemacht, Freunde. Es ist einfach nur geisteskrank. Ich höre mich hier. Hallo. Ah, da höre ich mich. Lol. Ich dachte gerade, was ist das? Was war denn das hier? Ich höre mich doppelt, Leute. Ey, Kinder. Was, Kinder? Habt ihr heute Bock auf den Stream oder was? Sagt ihr aus der 8er Windstreak eine 20er Windstreak machen? Ich weiß nicht, Leute. Das wäre natürlich geil, oder? Wer war gestern noch mit dabei gewesen? Wir haben bis halb eins oder so gestreamt gehabt. Absolut geisteskrank. Es macht auch zurzeit echt Bock, ne? Also Fortnite. Also ich weiß auch nicht, was ich das letzte Mal bei einer Season so krass gezockt habe. Wir gehen auch direkt rein. Wir labern hier gar nicht lange rum, Freunde. Wir gehen direkt rein in die Olga. Und dann geht es ab. Ja, Daily Stream. Ja, ich wollte gar nicht streamen. Meine Stimme. Freunde, wir haben Sonntag 12er gemacht. Wir haben gestern 8er gemacht. Meine Stimme ist weg. Da habe ich nicht mehr noch Videos aufgenommen. Absolut. Ich wollte eigentlich nicht streamen. Ich sage Real Rap. Ich sage Real Rap. Ich wollte nicht streamen, aber dann hat SU gefragt, die Stars, Bambis. Da habe ich gesagt, okay. Komm. Wegen Bauen. Ne, die Season macht Bock, weil kein Bauen drin ist, ja. Und ich finde auch gut, Leute. Ich muss auch sagen, international sehr, sehr große YouTuber, Influencer, Streamer. Jeder feiert das. Also wirklich. Ich glaube wirklich, Leute, das wird so eine neue Ära in Fortnite, dieses Nichts Bauen. Ich sage euch Real Rap. Wir gehen kurz rein, Leute. Hier. Wartet mal. Wir haben hier. Sind wir drin. Hier sehen wir, Leute. Wir haben jetzt aktuell 20 Kronen und sind in der 8er Winstreak. Weiß ich nicht, MBK. Wir sind gerade, äh, muss mal SU fragen. Ich weiß jetzt nicht, wem er jetzt schon hat. Also ich bin auf jeden Fall mit SU dabei. Ihr könnt aber gerne mitmachen. Habe ich gar kein Problem mit. Aber ich weiß nicht, ob SU jetzt schon jemanden gefragt hat. Also wenn SU noch niemanden gefragt hat, könnt ihr gerne mitmachen. Ja, ich glaube, dann ist aber unser Winstreak weg, Leute. Heute einfach. Das wird dann, glaube ich, ja, Winstreak war es dann, 20er. Aber, äh, 8er Winstreak. Aber, äh, Weil mit SU im Team, ich weiß nicht, Freunde. Dann werden wir direkt die Winstreak verlieren. Boah, dieser Engelgleiter sieht so sick aus. Seid mal ehrlich. Wow. Soll man heute mal einen anderen Skin spielen? Aber was soll man für einen Skin spielen? Ich weiß nicht. Wir können mal gucken. Was wir hier heute auswählen können. Vor kurzem mal halten. Ach, das ist ja Backbring. Bin ich doof, oder was? Äh, so, wir gehen mal rein hier. Äh, SU, SI. Der, der zeigt den Daumen nach oben, Leute. Hast du den Daumen nach oben, wird man sich loben. Ja, SU, komm rein. Wo bist du? Oha. Ah, das Skin sieht... Oha, hä? Der sieht doch auch voll sick aus, oder? Tschüss. Finde ich das Skin auch nicht schlecht, Leute. Von der Farbe her optisch ganz nice, oder? Was sagt ihr? Nehmen wir mal. Auswählen hier. Na, hör mal. Wegblingen wir keins, oder? Wegblingen keins, ne? Na, hör mal, du. Also, sieht halt aus wie die Sieben. Ist halt eine Schwester von den Sieben, Leute. Ist halt deswegen... Ist in Ordnung, oder? Kann man machen. Was hat man noch für Hängegleiter? Vor kurzem mal halten. Boah. Hä? Bro! Den hat mir Fortnite geschenkt, die Ehrenmänner. Lol. Wegen Support a Creator habe ich den bestimmt bekommen. Kuss an Fortnite. Äh, ja. Im Zusammenhang mit dem Support a Creator-Programm haben sie uns den wahrscheinlich zur Verfügung gestellt, Leute. Geil. Das ist ja diese neue Kooperation mit Tiny Tina oder so. Keine Ahnung, wie die heißt. Wie ist die? Doch, Tiny Tina ist die Kooperation, ne? Voll geil. Wow. Die nehmen wir direkt, Leute. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht, oder? Einfach Pferdefreund. Wisst ihr, was die Namensbedeutung von Philipp ist? Den Namen? Ich heiße ja Philipp. Pferdefreund. Ich hasse zwar Pferde, aber jetzt haben wir einfach ein Pferd als Hängegleiter. Ist das eine... Ist das eine... Hat das einen Zusammenhang, Leute? Boah, ich finde das Schwert ist auch sick eigentlich, ne? Ist auch nicht schlecht. Was gibt es das hier für Stile? Ah. Ah. Na komm, wir nehmen mal den hier. Ich hab den nicht... Wir testen mal heute ein bisschen aus, Leute. Mal heute ein paar neue Sachen hier ausprobieren. Das ist wirklich ein wilder Gleiter. Bin ich gleich mal gespannt, wie der In-Game aussieht. Einfach so ein Pferd. Ah. Ich fand auch, Bro. Situron, Junge. Situron hat keinen Geschmack. Weil er Corona hat. Ich fand, das war auch was Nervigste an Corona. Einfach kein... Man schmeckt nichts mehr. Absolute Katastrophe. Ja, das Ding ist, Leute. Wir müssen jetzt kurz auf SU warten. Und... Dann mal, äh... Ja, da müssen wir mal gucken, was er... Was er sagt. Natürlich gerne hier, Leute. Super da creator. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Super da creator. Ja, Shop ist mal wieder Müll, muss man sagen. Shop ist gar nichts drin. Der Fischbandit ist drin. Fischstäbchen, aber... Ansonsten... Ey, die müssen wir uns auch noch unbedingt holen hier. Das kann ich on-screen jetzt nicht machen. Guter Besserung haben wir uns die Turon. Da kann man ja mies eine Diät machen. Was meinst du? Ach so, ja. Bro, klar. Wenn man nichts schmeckt, kann man eine gute Diät machen. Jetzt verstehe ich. Jetzt. Ja, klar. Oha, doch live. Ja, Bro. Die Sucht kickt doch rein. Die Sucht kickt rein. Nein. Oder wir machen eine Runde Solo, Leute, kurz zu lange. Oder wir reacken kurz. Ja, komm, wir reacken dann kurz. Ziehen wir uns kurz ein Video rein, wenn Essie nicht kommt hier. Wo kommt der jetzt? Ist der schon live überhaupt? Ist der noch gemutet? Ja, jetzt ist er live, Leute. Ich glaube, der kommt jetzt direkt. Dann warten wir noch kurz. Oha, die Turon, 27 Monate Restart. Kuss. Was geht, Nadine? Ja, wenn Lofty und Dings Bock haben, dann können wir die einladen. Ich kann die mal einladen, ja? Aber die sind gerade schon drinnen hier im Squad. Also, glaube ich, die spielen gerade schon. Hallo? Yo. Lofty und Amy Kärm haben gefragt, ob die mitzocken wollen. Ob die mitzocken können. Jo, mir ist alles recht, Digga. Bloß, ich habe vorhin Stace und Tri dann auch Bescheid gegeben. Ja, da habe ich schon gesagt, dass Dingsbums, wenn du jetzt jemanden hast, also, dann, äh. Du musst doch mit ihr mitmachen. Das wäre einfach nur unfair gegenüber deinem Trinam und Stace. Ja, ja, aber ich habe es schon, deswegen, ich habe es direkt vom Anfang an gesagt, ich weiß nicht, ob du jemandem schon Bescheid gesagt hast. Äh, nee, nee, alles gut, alles gut. Vor allem Amir und Madara wollten auch mitmachen. Also, mir ist letztendlich egal, wer jetzt mitspielt. Bro, wenn du das für abgemacht hast, alles gut, alles gut. Ich wusste ja nicht mal, dass du heute auch mitstreamst, so weißt du. Du hast mich doch gefragt, ob ich mitstream. Ja, aber ich, ich habe dich gefragt, aber du hast halt gesagt, dass du nicht streamst. Aber dann dachte ich, komm, ich frage einfach. Und jetzt weiß ich halt nicht, wenn Lofty und MbK reinkommen, keine Ahnung, ich kann auch aussetzen, dann könnt ihr für mich rein. Ich will jetzt nicht, dass irgendwie Beef dadurch entsteht. Wenn ihr wollt, spielt ohne mich, dann geht ihr rein, ich gehe wieder auf. So machen wir das. Rat mich ein. Nein, der will mit mir spielen, der will mit mir spielen, der will mit mir spielen. Ja, ich glaube, Stacey ist hier gerade am Trio spielen, ne? Ich bin halt mit Tridon schon die ganze Zeit am Zocken gewesen. Wir haben gerade noch Win geholt davor. Er ist sogar in meiner Lobby. Ja, alles gut. Lerne rein. Ja, ich weiß aber nicht, ob ihr, ich weiß aber nicht, ob ihr mit mir einen Wind holt. Wir sind jetzt, ich bin in einer 8er Winstreet, ne? In einer 8er Winstreet, würde ich nur mal sagen. Ich sage mal so, wollen wir wirklich jetzt Trios machen, oder was? Also einen Platz haben wir, Lofty oder MbK? Ja, mir egal. Lofty, MbK, wer will. Erstmal hier, Newton. Start beide ein. Der zuerst reinkommt. Wo ist Lofty? Hä? Lofty gar nicht on. Hä, wo ist Lofty, Leute? Hey, Jungs, mir ist auch ehrlich gesagt, wer mitzockt, ne? Ach, hier ist Lofty-Leuchte. Absolut blind auf beiden Augen, Alter. Streit kommt oder so ein Pack. Nein, alles cool. Ja, okay. Lass einfach Gruppenkeile zocken, Jungs. Lass Gruppenkeile zocken, dann können wir alle zusammenspielen. Da kann jeder mitzocken. Chat, was sagt dir? Gruppenkeile, oder was? Ich glaube, jetzt kann noch ein BK oder Lofty mitspielen. Ja, ich glaube, die machen selber du, machen die ja. Boah. So, Leute, dann muss ich eigentlich noch meinen Fortnite-Rucksack holen, weil das wird natürlich Tridan und... Ah, ich sag mal, nix zu gestern, ne? Ich sag mal, nix zu gestern, ne? Die haben halt gestern gut rasiert, wenn ich jetzt eine Sache verkacke... Na so, Leute, gestern ohne SU 8er Winstreak, wenn wir jetzt verlieren sollten, wer ist schuld? Bro, ihr habt gestern kurz Mitternacht gezockt. Bro, das spielt die krassesten. Nein, Bro, ist wirklich nicht so. Doch. Tridan, jetzt mal ehrlich, nachts ist es chilliger, als wenn wir um diese OZ-Toppeln. Bro, nachts spielen diese ganzen, die nicht arbeiten und so, die ganze Zeit gezocken. Ja, genau das ist das Ding, Digga. Die ganzen Schulkinder, das sind die krassen. Nein. Ihr werdet sehen. Bro, ich sag dir, wir werden von mir... Wir zocken heute von mir aus bis 1 Uhr morgens, okay? Da wirst du sehen, Digga. Da kommen die Winns. Ich sehe schon, komm, Leute, ich werde hier zu Tode geflamed. Heute kommt mein erster Rage-Grid, ihr werdet sehen. Let's go. Naja, ich will nicht zu viel sagen, aber Leute, wie gesagt, wenn wir... Ja, guck mal, es fängt schon gut an. Egal, was ich mache, ich werde Schuld haben. Nein, du wirst keine Schuld haben, aber... Warum hast du einen Mini-Steel-Trank zu viel getrunken, du Idiot? Hättest du mir geben können, dann hätten wir das überlebt. Nein, ich will dir ja nicht die Schuld geben, aber ich sag ja nur... Guck mal, ich will ja nur den Leuten sagen, dass ich gestern mit Tridan, Stace, eine 8er-Win-Streak habe. Wir haben die aktuell immer noch. Und wenn wir jetzt natürlich diese 8er-Win-Streak nicht weitermachen, dann könnt ihr natürlich raten, an wem das liegt. Ja, komm, es liegt an mir, ich bin halt scheiße, let's go, Digga. Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht beweist du dich ja heute auch. Da freut man sich so richtig schönes Season, man ist so richtig motiviert. Vielleicht beweist du dich doch heute. Hey, wir sind wieder an einem Freund, so denke ich mir, komm, selbstbewusst steigt und dann kommen die Jungs und machen alles wieder fertig. Ey, Bro, wie lange wir das... Also, dass wir so lange immer brauchen, um die Runde reinzuführen, das ist cringe. Stream-Sniper, let's go. Hoffentlich keinem groß. Ja, SU spielt... SU denkt, die Meta in der neuen Season ist MP. Haha, und Schrotflinte. SU, sag mal ehrlich, was die Meta in dieser Season sagt. Bro, ich sag dir ehrlich, die Drum-Pump-Gun ist schon okay. Die Drop ist auch, ist auch, aber nur... Ja, und die Nehmen, ja, ich nehme nur die, ich nehme nur die. Ja, alles andere macht ja keinen Sinn, ich nehme die anderen Pumps gar nicht mit. Und sonst spiele ich halt nur mit Auge und SMG. So ein Ding ist das. Checkst du da aus. Puls geraten, ganz wichtig. Bro, wir hatten jede Runde durch 20 Filz gehabt, ne? Boah, Leute, wie geil sieht der Skin aus. Wie geil sieht der Skin aus. Holy Moly, guckt euch das an. Wow. Ich hab so einen krassen Hängengleiter geschenkt bekommen, ne? Bro, ich auch, von Tiny Tina da. Oder wie heißt die, ne? Doch, Tiny Tina heißt die, ne? Wow. Bam. Der erste Loose kommt direkt in der ersten Runde. Was, das ist 23 Kronen? Ja, wir haben heute noch ein paar Wings geholt. SCU zeigt deine Kronen. Äh, nein. SCU zeigt deine Kronen, Alter. Ich weise die Frage geschickt aus. SCU flexit mit deinen Kronen oder du fliegst aus der Gruppe raus. Okay, ich geh freiwillig. SCU hat gerade mal zwei, drei Kronen nur, Leute, glaube ich. Hast du überhaupt schon eine Krone? Nein. Wie war's, du hast keine Krone? Nee, nee. Ich hab die vier Wings heute in Rho einfach so. Ja, da hatte ich keine Krone. Und gestern die ganze Krone hatte ich euch ja auch gegeben. Also ich hab keine Krone. Ah, wir haben vier Wings in Rho, ne? Stimmt ja. Heute war auch ein geiler Tag. Bro. Das Ding ist, ich bin doch nicht warm. Das würde jetzt von SCU die Aussage eigentlich kommen. Nein, von mir wird keine Ausrede kommen, Digga. Ich werd einfach nur sagen, egal was ich mache, ich bin eh der Gefickte gerade. Vom Feinsten. Hallo, nix für ne Wörter bei mir im Stream hier. Nee, ich sag ehrlich, Leute. Ich wette, SCU wird der Erste sein, der down ist. Ja, okay. Ist in Ordnung. Achter Winstreak, Leute. Wir sind auf einer Achter Winstreak. Wird diese Achter Winstreak heute ausgebaut? Mit Ezio? Oder wird diese, oha, was hast du, oha, einfach Pferdefreude, Leute. Oh nein, dieser Druck ist zu viel für mich. Oh, Leute, ich komm' wappermäßig. Nice. Okay, also oben ist schon mal, glaube ich, keiner gelandet. Mhm. Ich geh' um, gott ist jung. Wo muss keiner gelandet? Doch, 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 einer, einer, schalte ich. Andere Seite, leider. Ich hab' einfach einen Einhorn. Der geht wieder rein, der geht wieder rein. Nee, das ist ein Bots, Bro. Das ist ein Bots, andere Seite. Nein, 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 da war ein Gegner 100%. Einer Seite, oder was? Der ist ja durch die Türgang, ganz so ein bisschen SMG. Moins. Komm von der anderen Seite zu dir? Warte. Ich glaub' das ganze oben, wo das ist abgauern in die Stadt, ich weiß nicht. Der hatte meins genannt, der gleiche Weg. Da, er ist da oben. Gute hits, gute hits. Shoot break. Oh, das ist noch eins. Ich war nicht der Erste. Ich hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Ja, Bro, das Ding ist, ich hab' kein Schild, er hat schon ein full Schild gehabt. Was soll' ich noch machen? Ich führte schon kurz, ich führte schon kurz. Aber ich war nicht der Erste, das ist schon mal gut. Ja, das... Das heißt schon mal... Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Shoot break, shoot break. One shot. Ja. Hab' ihn, hab' ihn. Sehr gut. Ich tue kurz die Baut. No. Der stand da grad hinter Es für eine halbe Stunde und ich dachte, was ist jetzt los? Der steht da einfach einfach, der Halo-Skin. Tschüss. Einfach Halo, Halo. Mach Double Wiederbelebung bitte. Jo. Und gib mir Mad-Kit. Ach nee, du brauchst selber Mad-Kit. Nee, hier nimm, ich hab' zwei. Alter. Nimm's Ray. Ich hab' zwei, Junge, ey. Ja, ich hatte auch noch keine Dings. Ich sag' euch ehrlich, Leute, wenn du keine MP hast in der Season, es bringt die Pumpka nix mehr nach. Also... Checkliste, nicht als erster Sterben, abgehakt. Ja, aber der war auch One gewesen, also... Sorry. Ja, ich sag's ja nur. Also, für mich meine eigene persönliche Checkliste. Hat da auch nix mit dir zu tun. Ha. Bro, er hat das Schild alles gehabt, Leute. Let's gooo. Habt ihr noch Minis, Jungs, ne, ne? Doch, ich hab' echt nicht vier Stück. Schmeiß'n... Oh, nice. Lass' da liegen. Boah, hättest du früher gesagt, da hätt' ich food live. Ah, sorry, aber hier ist noch ein Biggie für euch. Ja, dann... ...komm' ich mal runter, weil ich... Hm. Ich hab' mir grad' so lecker Spaghetti-Carola gemacht selber. Boah. Das ist so einfach eigentlich zu machen. Aber mit Schinken oder was? Ja, genau, Schinken-Zwiebeln. Fui, Junge. Mit Tarram-Fleisch? Nein. Mit Tarram, Digga. Boah. Ist das... Lamm. Spaß gehabt. Lamm. Nein, na, es gibt aber so Rinderschinken-Gibs. Rinderschinken-Gibs wirklich. Ich weiß nicht genau, was du, wenn du ehrlich bist. Kano. Mal kurz hier looten. Boah, ich bin hier... Ey, so weißt du, gestern, wie hoff' ich hier vom Zeppelin gefallen bin? Also das war wirklich... Safe 3, Safe 3, 4 Mal. Ja, 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 das war wirklich cringe. Boah. Das sind Bots, Leute. Wir werden attackiert. Von wo? Von Bots, glaube ich. Oder? Ne, da ist ein Spieler-Bot. Unter dem Zeppelin direkt. Ah, das ist down. Shit break. Da war auch zwei große Schild, denke. Kommst du euch? Da ist aber nur noch, da muss... Da müssen nur noch mehr Bots sein. Wo geht da hin? Wo geht da hin? Ist die Frage. Da, rechts, rechts. Rechte Seite. Shit break. Down. Down, down, down. Stark, Leute. Wir haben noch einen Gegner da hinten. Starkes Gameplay von mir hier. Da hinten ist jemand. Lass den in Ruhe, Ezio. Down. Sehr gut. Down, down, down. Ich komme, Jörg. Ich helfe euch. Wow. Der Pferd ist leider... Warum nervt der dich wohl? Also der ist schon riesig. Der ist zu groß. Der ist zu groß. Ich fand den Ringleiter, den wir gestern hatten, auch besser. Aber ja, fest auf. Das hat halt noch keiner. Das ist halt das Keile eigentlich. Deswegen spiele ich eigentlich gerade. Ich habe doch hier... Kann ich mal aussteigen? Glaube Pump kannst gesehen, oder? Da sind Bots da drin. Ey, die haben mich doch gar nicht gesehen. Ach, die haben Trainer gesehen. Ich habe mich, die habe ich gesehen. Boah, einfach eine Bombe hier. Ah, und gänzt die Döner, oder was? Vor allem, das Ding ist, der Gleiter fliegt erstmal, Leute, über den ganzen Bildschirm. Guckt euch das an. Was ist das? Oh, er tritt mir einfach... Das macht Mr. Iceman hier oben. Guckt euch das an. Er tritt uns einfach ins Gesicht. Ey, hier kommt einer hoch mit Seilbahn. Bist du das? Ich steigere gleich Einhorn. Komm zu euch. Ja, das tiltet. Ja, das tiltet, Jungs. Tiltet. Das tiltet. Tiltet, meldet. Ich brauche Kilt, Junge. Ne, das ist der Gleiter, den man bekommt, wenn man sich Tiny Tina holt. Dieses Game. Du hast doch gerade eine Kooperation mit Fortnite quasi. Warum hast du keine Kronen mehr, Bro? Ähm. Du hast ja auch eine gewonnen. Ach so, stimmt. Wir sind ja noch in die Runde reingegangen. Nein, ich bin gelieft. Ich bin gelieft. Ich nicht, Bro. Scheiße. Aber ich bin safe noch mal. Egal, ich bin noch eine. Ich habe die Runde noch gestartet und da war ich da drin. Ich bin noch nicht bei euch. Gibt es hier irgendwie diese... Ey. Vorgedrängelt, Junge. Mach die hier für rambazamba wieder. Ey, wo sind denn die ganzen Leute? Ich schenke auch nicht, wo die ganzen Gegner sind. Die hauen immer ab bei uns. Direkt Rocky Reels, Junge. Direkt Rocky Reels, Junge. Ja. Obwohl, da kommt selber noch einer. Da kommt jemand hoch. Ich komme auch hoch. Irgendwo da muss er sein. Der muss unter uns sein, theoretisch. Richtung Südwest. Er versteckt sich irgendwo. Er versteckt sich irgendwo. Ja. Komm raus. Rechts, 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 rechts. Geh, 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 geh. Schiple, 106er. Bro, der ist einfach runtergefallen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, nice, nice. Noch einer, minus 206, warte. Der andere ist runtergefallen, der ist komplett runtergefallen. Einer kommt hoch, sein Kollege kommt hoch, sein Kollege kommt hoch. Und hier rechts, oder was? Einer kommt hoch von dir, noch andere Seite. Ich bin bei dir. Hier im Haus. Ich bin bei dir. Ich geh hoch. Oben ist keiner. Da ist er noch runtergekommen gerade. Hä? Was sind die? Die sind unten, glaub ich. Unten, unten. Er versteckt sich doch hier. Ich brauche hier kurz auf. Ich brauche hier kurz auf. Safe ist er da unten. Ah, da, da, da. Äh, minus, äh, 40. Oh, du blocks mich gerade. Du blocks mich, du blocks mich. Du blocks mich, du blocks mich. Okay, okay, nice. Boxt ihn, boxt ihn, boxt ihn. Schiple back on me, schiple back on me. There is one. Oh, ich hab einen, hab einen. Ist ja doch nicht. Ich dachte, da wär one. Warte, komm, komm, komm. Er hat mich gekillt, bro. Nein, 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 nein. Ich habe einen geholt. Ich komme wieder, warte. Pass auf. Steine still, steine still. Nice. Sehr gut. Hast Krone für dich. Krone für dich. Ja, geil. Warte, ich muss kurz Mech hier nehmen. Willi, du mal wieder. Mach ich, mach ich, mach ich. Das sind meine Schockwellen. Doch, keine Krone, bros. Sag ich jetzt schon mal. Komm mal, ich kann splashen gleich as you. Ich hab zwei große Schildtränke. Ja, dann dropp mir den, dann dropp mir einen. Ich kann die dann splashen eh. Müsst' ich kurz warten, müsste ich 100 Tapie ab? Ja, ich warte. Auf, ähm, Fall. Ich brauche unbedingt die normale SMG. Warum wir nicht bauen, weil mitbauen uns zu einfach ist. Deswegen, wie ich bin ohne bauen lieber. Ich brauche schon bauen. Mitbauen ist zu einfach, Leute. Äh, ich sehe das SMG too. Ich hab eine gefunden in blau. Hast du ein bisschen SMG Moon? Ja, gib's ja gleich. Warte da kurz. Ey, mach nicht so viel Lärm da hinten. Äh, Fortress kommt safe welche rein. Ich riech's doch. Ey, über uns sind welche. Auf links sind welche. Die sind alle hochgeflogen. Ja, die sind oben. Die sind oben. Komm mal runter. Ich bleib erstmal unten. Ey, du bist da oben? Einer ist noch oben, Jungs. Einer ist noch oben, der haut ab. Also, ich hab jetzt high ground, der ist abgehauen. Ich bin nach, ich bin nach. Ich bin nach, ich bin nach. Hat Hit in der Luft? Hier ist im G-Mail Show, Bro. Ich bin auch oben wieder. Nochmal Hit. Der fliegt weg mit der Kanone. Er ist nur noch weg. Noch mal 620er. Hit uns, hit uns. Hinter uns, hinter uns. Zwanziger. Nochmal 18er. Die fliegen hier geradeaus. Die fliegen hier geradeaus. Die fliegen zur Richtung Zone. Dort ist auch jemand, Jungs. Das, Alter. Nussknacker. Bei der Kanone. Nussknacker hat noch ein Hit. Nussknacker hat noch ein Hit. Nussknacker hat noch ein Gute-Hits. Nochmal Hit. Nochmal Schiprin. Ein White-Hit. Da fliegt noch einer mit der Kanone da unten. Ja, das ist der. Der hat gute Hits bekommen vorhin. Er ist weit. Er ist won, er ist won. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er ist mal zu Bock, wuuuuh. Steps unter uns, Jungs, Steps unter uns. Steps. Ich check das. I am Moon. Ich hab... Ich hab... hat gut 22 25er ist ja im buchstab und ich habe nichts mehr mein bilder hier rechts da ist noch jemand mit kanonien geflogen bloß bei dem blut heute wieder runter ist sehr gut da kommt noch eine linke unten ist für links unten wo wir haben sehen der weißes kinder der weiß ist gut weiß ist und die jinks auch links auch späck er das war die chip weg ich muss ich sehe nicht die sind unter dem bus sicher ich werde ich verfolge der aufgrund ist ich habe ein ich habe ich aber auch ich habe auch ich habe schon echt heftig ja gar kein bock leute auf uns ich komme hoch wieder dann können wir mit links in die zone fahren wir können auch mit kanone hier schießen ja ja kanone hat immer noch keine krone aber wenn ihr schafft zeitlich easy das ist schon in der gleiche zone die wir gestern 20 mal hatten links kommt ja es ist immer dieselbe bei mir ist jemand bei mir und dann kaputt er ist wirklich ich nehme sprengt noch mal mit panzer vor uns pass auf in connie crossroads springen das auto hier nehmen obwohl ich habe doch sprengt dann nämlich stadt ich habe schutzwände noch mitgenommen ich würde sagen tankstelle tankstelle zu das wort oder tankstelle wäre ein eiser spot rechts noch gehen hier zur kanone jungs was mit kanonen aufschießen kapi warte ich habe jetzt ja leute gleich könnt ihr den hängegleiter sehen welchen der kanone bin erst du zeigt den leuten den hängegleiter nicht das ist ein illegaler hängegleiter er ist eigentlich verboten die leute jeder noch nicht rein zeigt nicht den verboten den hängegleiter ich muss das aber machen ok ich werde gleich damit aktivieren oder doch kommt ich habe die pferde fahm bro einfach das schießt auf mich das mal links auf den berg links auf den berg jungs ach so ok und wir gesteppt die sind bei der fangstelle direkt sehr gut ist so gut ist der schwarze ritter ist der schwarze ritter ist einer ist down ich muss nachhören alle gefinisht ich geh mit dem fisch der da liegt ich glaube hier drin ist noch einer der ist in der mülltonne der ist in der mülltonne der ist zuerst ins hause gegangen jungs da kommen noch drei neue drei neue leute von da von da und nordwest rechts beim baum ist einer der beim baum rechts geht auf tankstelle geht auf die tankstelle kurz focus da ist sie das spiel ich doch lieber die graue augstatt so eine geile posi ja ich nehme die pampen kurz ja die müssen gleich kommen auch ein bus schleich das bäume die da stehen das ist neuer scheiß problem hier werden keine leute geädelt das weißt du doch auch doch ich werde euch jungs ich werde euch alle ganz kritische jetzt gerade leute jetzt ich mache jetzt was richtig wildes nennt mich hollywood star stand noch mal sagt das auch das ist immer alles nachmachen du hast doch gesagt macht jungs ich gehe schon mal hier im busch rein sohn ist nicht mehr bei uns ja wollen wir berg nicht auf den berg gehen aber da ist halt das ist schon jemand da ist jemand jemand er geht richtung er ja ich hab da ich habe ich habe wenn das zu auch zwei hinter uns jungs hinter uns was heißt hinter uns oder ich glaube hier irgendwo schießt auf die steine 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 doch mal hat schott wo schießt die eklige sind auf dem dach auf dem dach auf die steine ist dort die ist dort jungs sind aus welchen braucht 64 headshot nochmal hat gute ist die ist los die versteckt ich geh von rechts ich geh von rechts ich geh von rechts ich glaube da sind zwei leute standen die pass auf der geht runter die gehen runter sind die gerade nicht gehen wir näher ran oder was die sind unten ins haus hier ich geh von ich geh heran ja lass mich nicht ich komm mit ich komm mit komm auch wir sind hier irgendwo ey pass auf im weißfeld sind welche im weißfeld oh mein gott nein das ist finde ich gut hier ist ein steps rechts rechts im weißfeld geht nicht rein jetzt mein was für das zu risiko ich werde davon umdruck machen ich hab war ein schuss ich hab ein ab und geht er kommt er kommt nach links verlinkt von berg von berg von berg ja und ein 50er 50er noch naja 50er musst du habe ich hier unten lass uns rein lass uns sein oh mein gott wir auf dem berg haben gut und als ob die noch keine krone gedroppt haben ein trio ein trio jungs ja easy aber die haben gute posi da oben ne wir müssen noch ein bisschen zone gleich oh mein gott einer hat richtig gut wir müssen jetzt langsam äh habt ihr noch impuls kommt mir her ich hab Schockbeck für euch noch ein hit zwei hits ich sag dir ehrlich doppel headshot da oben ich glaub du soll ich den busch hier vorne ich bin mir sicher drei leute sind bei dir ne ja ich spreche die ich werde die hat noch zwei hits von mir drei hits vier hits schildbreak ist weiß eine erste busch eine erste busch 32 so gute hitze im busch ich hab die so gewähnt ich sehe nicht mehr dann läuft alle 32 nochmal ich versuche von rechts druck zu machen ja auch dass jemand hier noch ein bisschen wir müssen hier in die zone ich versuche da rein ich versuche da war bei einer vor deswegen wir haben gute posi ich habe gute posi oh mein gott da oben oder was von links von rechts auch gut ist ich mache ich mache die banken die banken kaputt ich bin zu dritt 64 ich habe sprengler für uns für alle fälle ja das sind die drei sind zu dritter das kann ich sein dass ich schon wieder zunahme noch mal zwei 50 links 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 auf links er ist bei uns in der nähe keine krone aber du hast die krone bekommen ich sag mal ohne die winning streak ist nicht kaputt 9 wins 9 stück alter krank ach schade dass für mich die krone nicht da war so ärgerlich also eigentlich hätten es gut gespielt haben es glaube ich geschafft aber die waren zu offensiv obwohl wir besser posien busch hatten weil dumm gewesen ja der marmelade leute aber trotzdem erste runde stabile erste runde muss man auch mal sagen danke rentner chris ja wir sind ja auch schlau wir sind ja auch schlau füchse du so komm ich flex jetzt ein bisschen mit unseren sucht die kronen in der lobby ja so viel jeden tag live so muss sein dass du jeden tag was zu tun hast so ist oder was was wollt ihr junge verlass lieber jetzt schon die lobby aller woher guck mal wie die hier verwirrt guckt ist voll überfordert ey was haust du mich mit einer spiel würde mich jemand challengen wer will mich challengen hier hallo werden wir mich challengen auch nicht noch nicht mein junger niemand traut ja komm zeig mal chronisch ja kaum zeigt auch zeigt doch der golder anzug aber keine kronen oder an was hat er ja kein bock dann den crossroads wieder jetzt schon jemand 100 kronen hat mich wie sie es war krank ist doch ein absoluten wesen also 100 kronen der glaube ich schaffbar der muss ja wirklich durchgesucht haben mit ein entweder solo oder guten team ich hoffe aber diesmal mit kohle also zeitlich gesehen glaube ich 100 kronen wäre schon glaube ich bin ja oder kleiner die mir ich auf den sack leute ich weiß auch nicht ich glaube ich echt ändern er ist zu riesig wo und dann echt zu viele ich glaube auch hier gelandet oh mein gott oben sind echt viele jungs ich bin umgelandet habe schon ein einer schlauen sehr gut er klaut mir nicht die sniper sehr gut aber brauche ich eh nicht nach oben genug boah die rede da reingegangen hab ein ich hab zwei ach da sieht ihr da oben oder was nee ich hier ist jemand dort in der nähe da ist es er hat mich ich hab halt nur einen sniper ey komm unten links mich hat der zuge tut der letzte runde war ja ich muss kurz es muss kurz und ich habe nur sniper das wird ganz eklig da kommt zu mir kommt zu mir wir mussten wiederholen hast gehört zu ja erzählen der von letzter runde ist ja da wie der letzte runde lexie lexie ja 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 ist ja da wir haben gestern so ein stream sniper gekillt der hat sich nie wieder getraut uns zu streamslipen besser ist es hier nimm die augen nimm die augen hast du noch ein schild da ja hier im menu sehr gut wir müssen kennen danach wieder groß machen weil es viele streamslipen ja und gestern um 11.12 Uhr streamslipen keiner da oben ist jemand hat neunziger stark 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 das war das war strong grad von dir das höre ich doch gern stronghold panzer ab luke ist offen aber er schießt auf lass mal gleich Trilandskade holen ich hab mal Trilandskade abcampen war das der schwarze Ritter gewesen äh ne das war ein Pipecherskin äh rote Ritterin meinte ich äh boah ich kann mich nicht erinnern ich weiß nicht genau wer dich oh mein Gott ahaha 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 bro ich hab ihn aufgenommen wie schlecht der Typ ist krank krank krass wo ist er krass wo ist er ich weiß ich muss ihn suchen panzer komm du musst dich beeilen du musst dich beeilen bro ich komm andere Richtung Stani oh oh panzer oh panzer er darf nicht hoch holen wo ist deine Karte bro panzer kommt Stani du musst dich beeilen ja bro wo ist deine Karte sag du mal was ich weiß nicht wo deine Karte ist bro du musst da er sagt halt nicht Triland sagt halt nicht wo deine Karte ist bro nein von wo ich bin von da oben Digga du musst doch wissen wo deine Karte ist du siehst du sie doch da vor dir na ich seh die nicht bro rechts rechts da vor dir da oben sagt ich's doch kommt Toilette die haben von oben auf mich geschossen bro bei Zeppelin sind Fächer ich checkste stecke ich du die ganze Karte 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 ich hab das ja nicht gesehen Bro ich hab den Typen anders hoch genommen den Streamsniper der wusste gar nicht wie ihm passiert Bro wie kann das konntest du dich einfach so nur polen lassen da vor dir ist aber drauf warte 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 ich muss mich halten ne ich hoffe bro mach das ich hol dich jetzt noch bei mir ist jemand der heizt sich aber alles gut ich kann da jetzt nicht all in ich glaube da ja warte ich kann nicht supporten von oben der ist genau im Parallelzimmer der hört mich aber nicht was liegt denn da pass auf der Panzer kommt na gut du bist doch um Monkey Knight Bro das ist keiner bei dir ist wie eigentlich der war wirklich vorhin hier jetzt ist er wahrscheinlich weg Bro Gemüse Eislander weiner reinkommen wir dir ist hier aber der Slow der Slow der Slow Killing Der Slow Killing Der Slow Killing Bro as one as one as one hinter mir ist auch niemand anderes hier sind zwei Bro hier sind zwei warte der eine haut da ab Captain Bowman's out komm mal jetzt hoch zu mir dann ja warte boah schockwelle endlich mal aber gut smg moon let's go kannst hierin oder halt ja entschuldige ja entschuldige ja entschuldige aber ich weiß die von da sind eigentlich bekommen wir auch viele von diesen entschuldige einfach komm in deine Richtung er sieht mich nicht doch jetzt habe ich dich gesehen Amir Amir das müsst ihr unter euch ausmachen ich sag dir ehrlich es sind so viele die schon gefragt haben Bro mir ist echt egal wer mitmacht Lofty wollte auch schon MBK auch Stays jetzt auch so Mandara auch Bro zocken einfach alle wieder Fortnite Leute ja super nice alle zocken wieder den ganzen Tag Fortnite Bro wie hat er eine Karte abgecampt hat und dann hab ich ihn so hoch genommen ich hab die Reetag seine Ehre genommen den Typen war das jetzt Granat oder Z4 Granat Bro von da oben ich hab doch ich wusste doch dass er nicht abcampen wird Leute habt ihr das gesehen war einfach 1000 IQ Play war das wieder Arme den hab ich so hoch genommen Leute den Typen also er sollte direkt Fortnite löschen würde ich an dieser Stelle direkt mal empfehlen komm mal hier hinten ist ein Sprengler komm Sprengler wäre jetzt echt Bro Bro er sollte echt Fortnite löschen nach der Aktion Leute das war wirklich mit diesen IQ Plays können die Gegner aber auch nicht rechnen ne das ist einfach das ist einfach hochbegabt würde ich schon fast sagen gibt es so Hochbegabung in Fortnite kommt her Jungs wir machen hier einmal Sprengel ich schon ja das war ein zurückgehen und auf dem Zettel ja ah Bauchschmerz was hast du denn da für Kling Tridam ich habe gerade einfach guck mal ich kann da raus fahren nein das wollen wir aber nicht Junge uha das könnt ihr nicht nur top und nochmal hoch Kielers von Zeppelin Jungs Zeppelin 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 Oh Lofti was hast du denn eigentlich an Kronen Junge sag mal an hier bist du denn schon bei 3 Kronen Lofti Lofti hat 0 so 2-3 Kronen schon mindestens Robin Spieler schreibt ich hacke dich boah erstmal Foto machen Anzeige ist raus oh meine Anzeige geil bro krass oh mein Gott der wird jetzt dich ärger bekommen Robin deine IP-Adresse ist schön jetzt im Chat dich ab boah jetzt hast du dich selbst Hobbs genommen bro das war's Matthias das war's das war's viel Spaß in einer Woche Briefkassen aufmachen viel Spaß im Knast bro haha der arme Junge viel Spaß Junge das war's mit seinem Leben einfach jetzt schon wir kommen dich auf jeden Fall nicht besuchen bro der weint jetzt wirklich also ich würde schätzen hofft ihr habt so ein zwei Kronen safe schon oh ich ein Sprenger noch nix das ist ein Panzer neben uns da komm grad in Conny rein ich schieß da Luke auf Luke ist offen Spiderman gute Hits ich bin getroffen ich hau kurz ab ja wär nice geht auf Highground Jungs äh äh Bombe äh challenge die mal Panzer der 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 Schiebreck der Schiebreck äh äh im Panzer ja der ist im Panzer ist down im Panzer ist down sehr gut da ist der Einzige glaub ich gewesen Spiderman war alleine da drin oder was? ne ne das noch meine Hand Linkseite Captain Captain Floschi hat gute Hits Captain Floschi haut nach oben ab Alter da muss ich hinterher wir wieder ready habt ihr Spiderman schon gefinisht? äh ne noch nicht finish dir ganz kurz der down? naja der der Krone braun ich hab schon wir sind ist noch einer Arif komm Papi nappi nappi oh easy Krone auf seinen Nacken nein was willst du du EU Wache was willst du was willst du was er läuft jetzt die schriebliche Krone hat Leute ich bin jetzt gespannt auf die Antwort er hat sich noch nicht geäußert dazu schade Alter fliegen weißt du komm mal hier zu uns da ja kommt mal auf Highground Jungs vielleicht ja ich komm mal ich komm hoch ich komm hoch ich komm hoch oh das Meere bei Conny ich bin oben ich bin oben ich bin oben ich bin oben wo Makima äh äh Richtung Südost war einer und in Conny drinnen auf dem Dach ich kann gar nicht markieren ich fuhren hier drinnen aus er kommt hoch markiere diesen Satz er kommt hoch ey was war das für ein Bug ja einer ist hoch das war kein Bug oder warst du dass du da hochkommst ich bin grad hochgekommen ja Bro ja Calls wären wichtig Calls wären wichtig ich ich hätte mich angeschlossen da 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 bei beide haben minus 60 und im Panzer wieder einer ja das haben wir immer da kommt der hoch er kommt der hoch er kommt der hoch links 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 하나 hoch er ist da und da und da und hier ist noch einer Jungs ja ich glaube ich habe ich habe ich habe full life und wird von der umweg ich habe noch eine schockwelle nein bro geh nicht dahin da wo ich doch noch da war noch gehen davon wie sollte ich da wollen die hochgeber allerdings gelingt die gerade auf den links und die links hoch die seilbahn entfliegt weg rock ist überall gegner ja er macht nur das packt ja das war's mit windsfliege stark zweite runde leute windsfliege versaut zehn kills gemacht und ich wusste ja nicht wo der andere war das hätte ich auch noch geholt ja ja Schade, Leute, was wollen wir machen? Egal, wir bauen uns neu auf. Du wirst nicht Demotiviert zahlen. Stays the Carry ist jetzt da. Stays the Carry, oh Gott. Stays the Carry. Man nennt mich auch Steph Carry. Traum sind Luft, den Armin nicht dabei verlieren wir. Schade. Schade, schade, schade. Madara, wie viele Kronen hast du denn? Das Spot, glaube ich, oder was? Ne, Madara ist crazy. Madara sagt, gib mir noch einen Tag, hat er 100 Kronen. Wie spielt er denn? Oder Lava, so viel. Madera, Madera. Madera, Junge. Naja, keine Ahnung. Wie viele Kronen hast du, Armin? Ich sag mal, ich werde auch mit gar keinen Leuten mehr unter 20 Kronen überhaupt ne Dings führen. Eine Konversation, oder was? Konversation, ja. Eine Konversation. Oh, abgehoben. Oh, hast dich echt verändert. Ja, Fischstäbchen. Also ich finde das halt cool, dass die Kronen irgendwie zurückgesetzt werden, aber müsste ich irgendwas für Kronen kaufen können oder so. Das wäre halt geil. Wenn es irgendwie so einen Shop geben würde oder was auch immer, weißt du? Weißt du? Wo sieht man das? Du hast wahrscheinlich noch nie mal das Kronen-Emot-Armier. Da muss man zweimal hintereinander gewinnen, Freundchen. Dafür muss man nämlich genauer. Dafür muss man zweier Windstreak machen. Marco hat eine, okay. Philips Hiss hat eine. Screws hat null. Boah, ich freue mich, wenn der Modus in Arena kommt, Leute. Ich freue mich, wenn es so einen Cup dazu gibt. Also Arena wird schon geil, aber dann noch so einen Cup, wo man Skin oder so freischalten kann, das wäre nice. Zehn. Also ich will dieses Season auf jeden Fall auf tausend Kronen. Leute. Tausend was? Tausend? Tausend Kronen. Tausend Kronen. Wovon träumst du eigentlich nachts? Wovon träumst du dann nachts? Leute, was denkt ihr, wenn wir das schaffen oder jeden Tag Zehner suchten, geht das schon, oder? Weil ich habe gehört, wenn man tausend Kronen macht, kriegt man einen goldenen Skin. Nämlich den Kronen Skin. Und Epic Games ist persönlich. Boah, ich sage dir ehrlich, also würde man wirklich bei tausend Kronen extra Skin kriegen, würde ich machen, würde ich suchten. Ich verstehe gar nicht, warum Fortnite solche Möglichkeiten nicht anbietet. Ja, weil die nicht machen wollen, dass die so grinden, die Leute. Voll schade. Äh, Retorque. Ah, ich komme scheiße, Leute. Das könnte... Ich habe es hier nicht oben. Ja, ich habe es oben einfach auch nicht geschafft. Wie kommt er, wie entkommt er mir? Mit Slash entkommt. Ich kann's euch glauben. Du musst mir wieder zusammenreißen, ey, ich kann's euch glauben, ehrlich nicht. Löscht dich. Löscht dich. Löscht dich. Was ist gerade los? Lops, schon wieder dauernd? Du musst kaltes Wasser in dein Gesicht machen. Stark, Triland. Triland wieder dauernd. Ganz, das schießt auf mich. Triland wieder. Triland wieder. Ich muss kurz, ich muss reinkommen. Ich muss reinkommen. Bitte. Ich habe kein Schild. Hast du ja, komm her, Bro. Jungs, ich muss kurz du tun. Ich habe gar nichts, ne? Komm, Matthew. Bei dir. Cracked. Ich bin rausgetappt. Ich bin wieder drin. Slow, ist down. Nice. Ich finish. Mit dem Krode. Nice. Hat er noch eine Pump gehabt? Äh, hier liegt eine graue. Hast du Minis? Nee, Bro, oder? Äh, leider nicht, Bro. Okay, nein, ist egal, egal. Danke, Bro. Bro, ich komme gleich mit. Yeah, Bro. Bro, Bro. Ich komme mit Kanone, jetzt ruhig. Mit meinem Einhorn streicheln, Bro. Äh, da sind Gegner, Bro. Bei mir? Karte, direkt unter euch. Unter euch, Karte. Warte, Bro, ich finish ihn, Bro. Er hat Kone, Bro. Ich kann nichts mehr verstehen, wenn ihr nicht Bro sagt. Ihr müsst immer Bro sagen, das verstehe ich euch nicht mehr. Der ist weiß, Bro. Dann lass uns pushen, Bro. Nice, Bro. Guter Call, Bro. Hit, Bro. Noch ein Hit, Bro. Mr. Blue ist immer noch Blue. Okay, ich komme jetzt durch, wieder. You, Bro, unter mir Gegner, Bro. Ja, die sind alle wieder so low. Ja, hol mal Karte, jemand. Wo sind die denn? Ich hole deine Karte, Trident. Leute, kann ich mal bitte eine Dings haben, eine Aug, Alter? Ich nehme auch eine graue Aug, Alter. Aber ob es denn eine Aug? Ah, danke, Kollege. Ich habe das Gefühl, mit dem Pferd ist er einfach länger in der Luft. Was ist das für ein Scheiß? Das Pferd ist voll langweilig. Direkt hinter dir, unter dir ist hier Karte. Ja. Ich habe die, ich habe die. Ah, okay. Stark. Oh mein Gott, Gegner, Bro. Ich bin tot, Bro. Warte, hier ist Karottenkopf Larry. Bro. Karottenkopf Larry überlebt. Da sind mehrere drin, jetzt pass auf. Er haut ab mit dem Puls, Bro. Ja, Bro. Ich gehe kurz zum Busch und hee mich, Bro. Ja, Bro, ich höre Fußsporn, Bro. Reicht doch jetzt. Rani, Bro, wo bist du, Bro? Ich bin oben, ich bin oben, ich sehe dich von oben. Ist der Finger oben, wird man nicht oben. Beim Reboot, Van. Reboot, Van. Van. Die Schlau, ernst zu machen. Ab ein. Nice. Der ist white, white, white. Quick, white. Der ist ein Krohn, wenn er nicht finished. Nein, 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 nein. Der ist down, der ist down, aber ich bin auch nicht down. Was mache ich hier, Bro? Stace, du musst zu mir kommen. On mich, Bro. Da reingestirnt. Ab ihn, Bro. Puls gerade ab. Sehr gut, Bro. Ja, Bro. Lass mal kurz den Einfinishen, Bro. Okay, Bro. Ich komme hier kurz, Bro. Gegner, Bro. Ich komme, Jungs. Das kann man rebooten vielleicht. Er hat One-Shot, Bro. Ja, jetzt reicht mit deinem Bro. Ja, Bro. Sorry. Das war gerade nicht mal mit Absicht. Gerne. Anlass mich kurz steht nehmen. Der eine wurde wiederbleibt. Geh mir mal kurz brave. Oh mein Gott, war es das? Solo gegen Trios gespielt? Philips Sis mit 12 Kills gewonnen? Also das glaube ich, das glaube ich sind Geschichten. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Das glaube ich, das sind Geschichten aus Faulana, Junge. Faulana-Garten. Das sind aber, das sind aber so eine Geschichten, da zählt man sich am Stammtisch. Jungs, auf dem Dings, wie heißt dieses Ding der? Zeppelin. Zeppelin sind noch Gegner. Ich wundere, dass du nicht kommst. Danke schön. Wollen wir die holen gehen? Ich stehe jetzt nicht wieder in Fortnite. Ich habe es geklippt. Ich habe es geklippt. Von Zeppelin kam Schüssel. Zeppelin, 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 Zeppelin. Der geht runter, der geht runter. Einer geht runter. Ich sehe. Hit, crack, one shot. One shot. Einer von oben. Pass auf, von oben, von oben. Da kommt noch einer, kommt noch einer hinter uns. Boah, schießt ihr nochmal ab, Jungs, hä? Grünchen. Brauch die auch, obwohl ich habe schon eine blaue. Hast du ein bisschen Iron Moon? Stani, Zeppelin, lass uns da einfach bei Stani im Busch treffen. Hast du ein bisschen Iron Moon? Ja, ich habe 300, komm, hä? Ich habe gar keinen SMG Moon mehr. Das sind meine Schock-Van, kannst du direkt liegen lassen. Machst du jetzt genug? Ich habe doch extra gefragt, Junge. Die wollen mir die Schock-Van abziehen, ich glaube, ich spinne, Leute. Ich glaube, dass du Patente auf die Schock-Van hast. Ob das hackt, Junge, wenn ich die Bär, die geholt hätte, hätte geklaut. Lass unsere Gäune, Rute. Macht Tilted. Aus dem Weg hier. Aus dem Weg bitte. Kanone, ne? Ja. Kanone, Zitrone. Bis denn, Netti. Schade. Wow, let's go. Julio, du bist ja auch am Start, Alter. Was machst du denn hier? Ja, tu, ein bisschen Armutio. Ich habe voll Flüssen gegeben. Eier habe ich, Bro. Nee, Eier habe ich gar keine. Ich habe gar keine Eier. Habt ihr gedacht? Vor uns, Jungs, bei Kaktus. Die war ein Angriff vom Panzer. Ja, ja, ich sehe es. Was da hin? Können wir stehlen? Hast du gerade Steal gesagt? Steal-Week? Ey, das Wort will ich nicht mehr hören. Wir sind dort. Bro, die werden halt voll und vom Panzer. Lass auch auf Panzer gehen. Hey, was machst du da? Ja, ja, ich rede weg. Putz. Ja, die sind alle gefinished schon, ne? Kommt noch ein Team von hinten? Kommt noch ein Team von hinten? Ja, ist okay. Da sind so viele Gegner, er geht auf mich. Bro, du, ich checkt gar nichts mehr. Wir sind alle one. Wollen wir da hin? Ey, Panzer. Ich will nicht, dass wir den Panzer-Challenge nahe haben. Macht halt keinen Sinn. Er ist noch allein drin, ne? Ich mache Luke auf. Luke ist auf. Headshot. Headshot. Schieß nach mich. Ey, der Panzer ist one-shot. Schieß drauf, einfach. Schieß drauf. Panzer ist white. Panzer ist white. Er ist komplett white. Kommt mit. Gerade getroffen. Abin. Nice. Unbedingt schillt, Jungs. Oh, the crown. Oh, the crown. The crown is crown. Ah, down. Oh, my God. Hattet ihr mein Schild? Hey, Jilt? Hey, Leute, du hast ja richtig ins Kron-Paradies. Hä? Wollte mich ja abbekommen, was die für Kron-Paradies ist. Oh, my God. Oha, du hast recht. Oha. Die, dann hol dir deine Krone. Aha, sechs. Einfach Paradise of Pimes hier. Habe ich meine Krone noch? Paradise-Krone. Ey, okay. Das ist ja ein Schuss. Mal gucken, man, bis sie in eine bessere Pump gibt. Gibt es hier die Drum Gun? Drum Pump? As you? Fang. Ja. Boah, habt ihr schon mal so viel Kronen auf dem Haufen gesehen, Leute? Und wir haben ja schon welche aufgesammelt. Das ist schon heftig. Oh, ich mag die Pump gar nicht. Fertig, man kann so Kronen ins Held tun. Die ich gerade hab. Nimm die hier schön mit. Wisst ihr, warum hier so viele Kronen sind, Leute? Weil wir die Könige sind. Sollte euch mal zum Denken nachgeben. Janik, danke schön. Let's go. Ah. Wollt ihr? Kann ich Fresh Fisch mitnehmen? Fresh Fisch? Ja, ohne Fresh Fisch weiter. Lieber ohne Fresh Fisch. Riechst du nach Fisch, also brauchst du keinen mitnehmen. Riech, frisch, frischer, frisch. Riechst du nach Scheiße? Ich riech nach Fisch, aber du nach Scheiße. Alter. Ach, der hat zu mir gesagt. Auto. Vist du verrückt geworden oder was? Was sagt er vor? Was ist das für ne Horrormusik? raus den hast du dich an damit hier einige leute angst bekommen ich mache erst weg hier die staat ist einfach kaputt ein erster boss der boss aber zu gefährlich 25 mille jahr auf ganz nebenbei noch die mk haben wir den upper land der job leider nur strom ranger das ist das ist das ist das kommt 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 oh mein gott Ah! Wow, Alter! Headshot! Woher? Wie viel Leben hat der? Ich sag ja, der hat übelst viel. Hey Jungs, ich hab 500 AR-Schuss. Hä? 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 So schlecht! Der Buschklocker ist Splashy so. Respektlos. Panzer links. Kolonarab irgendwo. Jungs, dass wir hier auf Heilgrund gehen und die Panzer holen. Jaja. Jungs, guck mal. Wenn wir alle auf Panzer schießen, ist er innerhalb zehn. Wir müssen einfach auf die Fahrer schießen, Jungs. Einer von uns trifft ja immer. Luke ist auf. Fahrer zwei jetzt. Fahrer zwei. Luka one. Luke headshot nochmal white. Luke headshot. Auf der Brücke, Jungs. Jungs hat zwei, 42er. Auf der Brücke auch one shot. Der runtergejumpt. Der ist ein Busch. Spiderman. Spiderman hat Dickelz hinterm Baum, dahinterm Baum. Baum kaputt machen. Spiderman. Oh, man. 150. Harbein. Der andere ist bei mir. Komm mal. Der ganze Splashys. Im Haus hier. Kannst du mich Operator machen? Was meinst du? Operator? Oh my god. Hilfe. Ateets. Oh Jungs, Jungs, Hilfe. Ich komme, ich komme schon. Ich komme, ich komme, ich komme. Bro, das kannst du nichts machen. Anderes Team halt. Hey, Ateets hol mich. Hey, Ateets hol mich. Ateets hol mich. Komm in deine Richtung. Erst zu dritt einfach. Bro, du musst mich wiederbeleben. Wiederbeleben. Mach diese Kanister. Mach diese Kanister. Nein, Bro, mach neu. Mach doch neu. Mach Kanister. Mach Kanister. Die kommt. Erst Crack. Crackity Crack oder was? Die haben gute Hilfs. Die haben Respekt. Die haben Respekt. Die haben Respekt. Wie hast du dich so schnell full gemacht? Ich habe was Splashes geworfen. Achso. Einer dead. Noch einer dead. Hier ist noch jemand. Noch einer. Shipbreak. Noch einer dead. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Rida, vor dir, vor dir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Du brauchst mich nicht anschreien, Junge. Bro, der lebt in einer halben Stunde. Schießt auf mich, du guckst ihn an. Ich habe zwei andere genockt. Rida an der Arme. Wir haben, glaub ich, die Rollen gerade getauscht. Ich seh nur, wenn Rida ihn da anguckt. Ich hol drei Leute bei Stations. Die Waffe ist nicht OP. Das ist die OP-ste Waffe, die es gibt. Hey, wer hat mir jetzt den BG geklaut? Wer hat mir denn grad den BG geklaut, Jungs? Ey, Jungs, wer hat gutes Aim? Dann sollen wir das nehmen, bitte. Gib mir die, Junge, so'n Ding. Ja, dann kannst du schon mal nicht SU geben, die Waffe. Ich sag' mal so, mein Aim ist gerade schon in das Team crazy, Digga. Letztes Team war scheiße, aber jetzt ist nicht gut. Ey, Jungs, wir müssen echt schnell move'n hier, weil im Wasser ist scheiße irgendwie. Lass' doch fliegen. Äh, lass' fliegen. Wir fliegen jetzt in der Hose. Ah, Gegner! Wo? Hier. Von da, in der... Hier, da ist er. Er zieht auf euch. Cracked. Da, why? Äh, da. Das ist... Shipwreck, das ist ein Bot. Dead. Hast du die Bots ne Ruhe? Bots haben wir ja schon so'n Team, Leute. Ja, da musst du nur im Spiegel gucken. Hä? Man kann ja nicht nur hochfliegen. Geht das doch, ne? Ah, stimmt. Was ist das denn? Da auf Stein hoch. Und dann... Robert Storch, der echte... Ja, man kann da noch hoch. Man kann da noch fliegen, auf jeden Fall. Man kann da noch fliegen. Kann man da irgendwie hoch auf den Stein zu? Ne, leider nicht. Müssen wir einen Jump Run machen. Ah, easy. Warte aber kurz. Hä? Ah, na, ist easy. Halt mal, äh... Vor uns, genau hier vorne, beim Bus. Kann ich hier holen, landen aufgemacht? Drei Leute bauen. Drei Respawn Bus, Jungs. Steiner hat eine gute Posey. Steiner hat sehr gute Posey. Ja, ist die Krise. Rechts und hier, Stani. Rechts und hier, rechts und hier, rechts und hier. Ey, einer, einer hat richtig gute Hits. Gute Hits, gute Hits. At one. Bro, there's one. Er ist safe. One hit, one hit. Hab ihn. Hey, Junge, Junge. Alle down, alle down, alle down. Er ist ja explodiert. Doch, zwei Gegner. Zwei Gegner. Hä, wo ist der Loot von denen? Oha, die sind so Chips. Operator. Die brauche ich, die brauche ich auch. Aktiviert. Aktiviert. Aktiviert, aktiviert, abgegriffen. Zwei Leute sind da. Ey, lass dir in Ruhe, Tridan. Wir wollen auch nur Spaß haben. Hat gute Hits. Die sind gerade von der Schule gekommen und wollen einfach eine Runde zocken, Junge. Und du scheiß wie ab, Junge. Einer ist lockt. One shot andere. Mama, darf ich eine Runde zocken? Nee, du musst erst deine Runde zocken. Let's go. Drinbleiben, oder? Drinbleiben, drinbleiben. Ja, drinbleiben, please. Einmal bin ich da und schon läuft's. Ja, danke, Stace. Ja, kein Ding. Das war der 25. Kronensieg. Danke, dass du bei mir bleibst, sodass wir strategisch spielen können und zusammen da durchmarschieren. Kein Problem. Schade, dass es keine Kronwesten gibt. Tridan, bei mir hast du noch nicht ready. Ich hab Friday. Ja, jetzt. Ich schaue X. Was meinst du mit X, Janik? Schade. Aber ey, seitdem die neue Season losgegangen ist, ich hatte noch nicht ein Team gehabt, wo ich jetzt sage, ey, die waren krass besser gewesen. Wenn wir gestorben sind, haben die uns meist überrascht mit irgendwie übelsten, krassen, keine Ahnung, weil die 2-10-Teams oder so kamen. Weil ich hatte noch nie das Gefühl gehabt, dass welche jetzt uns so krass outplayed haben, weil die einfach besser waren. Einfach, wir setzen, Leute, neue Maßstäbe dieses Season. Wisst ihr das überhaupt? Flippende, Flippende Boards. Dieses Warten ist noch ein bisschen nervig. Ja. Dass wir echt so lange warten müssen immer. Michi, warum regst du dich denn auf, Alter? Mika, vielleicht kommt sogar es gegen Kronwest. Leute, ich stelle mir vor, das wäre SU. Was passiert jetzt schon wieder, hä? Kann mich jemand auflösen? Schade. Was macht der Monkey wieder? Er gibt dem Mikrofon Uppercuts. Und du bist das Mikrofon. Uppercuts, ja. Das waren auch richtige Uppercuts. Jo, das war, Digga, das war Spaß. Okay, wer will Kron flexen? Wer will Kron flexen? Wer will Kron flexen? Hier, kaum mehr. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, hier, dreh dich schon. Boah, wie wenig Kron hier eigentlich hab. Ist so, hier voll will ich Kron. Kapi? Hier, da musst du halt nicht hinter Sachen vergessen, verstecken. Wow. Let's go. Baby, baby. Oh, baby, baby. Also wenn wir heute 40 Kron machen, dann habe ich an zwei Tagen mehr als in drei Monaten letztes Season. Auf, erstmal einen Schluck Wasser. Prost. Boah, ich komm perfekt, Leute. Oh mein Gott, guckt euch an. Guckt euch an, wie perfekt. Sprengler, Jungs, Sprengler. Fürs Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne. Hamburg Berlin Westphil. Ich hab golde Paut bekommen. Äh, okay. Boah, Jungs. Oh, das war ein Pass, hä? Bro, das Typ hat mit Panzer geschossen. Ey, der Typ, der hier drinnen sitzt. Mit Panzer? Hier, bei mir. Oh mein Gott. Hat 100er Damage bekommen? Bro, helf mir mal. Oh mein Gott, ich hab dich aufgenommen. Bro, ich hab ihn mit dieser Kanone gekillt. Checkt ihr eigentlich die Lage, in der wir uns befinden? Na? Ja. Jungs, Mann. Ich check es nicht, Digga. Oh mein Gott. Oh, doch shit. Oh, doch shit. Oben ist auch so viel. Bro, Trina, was machst du, Bro? Bei mir sind fünf Leute. Ja, warum contestest du die dann? Niemand ist oben. Niemand ist oben von euch. Hä? Jace, ich bin bei dir. Jace, ich bin bei dir. Aber ich geh doch nicht, wenn da fünf Leute sind, geh ich doch nicht rein. Den hau ich doch ab. Ja, der wurde gefinisht. Oder geht ihr denn rein, wenn fünf Leute sind? Jace, wir nehmen dir in den Busch. Ja, warte. Kommen sie, kommen sie, kommen sie, kommen sie. Nein, fight sie nicht, vertrau mir. Oh Gott. Kommst du mir in meine Richtung? Ey, wenn du Fortnite-Schule noch brauchst, sag auf Schein. Der ist doch schon in Ruhe. Oh mein Gott, hast du vier Leute zuerst. Echte, ich bitte. Der ist auch da uns, der ist auch da uns. Ja, alle. Staddy, wo bist du? Bro, ich hab gegen zwei Leute, ich hab zwei gekillt. Ich hab zwei Leute gekillt da. Ich hab auch einen gekillt, aber... Ich hol jetzt erstmal, ich hol jetzt erstmal, äh... Von wem haben wir die Karte? Du kannst du holen, du kannst du holen. Ja, ich hab auch drei Kills, aber... Ich hab auch einen Kills. Sag mal so, ne? Egal, einfach jetzt schön, nicht hektisch werden. Und der Carry ist wieder da. Wieder alle drei im Rucksack, Leute. Mein Rucksack ist so groß, ich weiß gar nicht, ob es diese Rucksack... Ey, dein Rucksack ist ja so gemütlich, ne? Ich weiß gar nicht, ob es diese Rucksack sogar in diesen Dimensionen überhaupt noch gibt. Wir haben Full HD-Fernseher, wir haben alles hier. Also, ich hab hier nur Abstellkamera bekommen. Jetzt bin ich mit dieser Getränke-Dingst. Heiteru. Wo liegt die überhaupt? Sagt schonmal, wo ihr liegt. Ein Rucksack liegt oben bei Zeppelin und Steyskart liegt unten unter dem Zeppelin direkt. Also, meine Karte ist bei Seusskarte. Du hast doch Zugang eingesammelt. Ah, ich hab Schüßkarte schon. Okay. Kommt dann hier hin? So ins Streamsaber? Bro, er ist der absolut der größte Streamsaber, den ich kenne. Er macht grad TikTok. Gönn ihn. Kommen grad andere, ne? Die haben ihn gesnipet. Grabe fliegt einfach zu dir. Ja, aber leid. Wie gehen heute Standard-Skill? Da ist Kanone, links. Ja, ich weiß nicht, was, was. Fliegt einfach zu Wailing Woods. Er fliegt zurück zur Season 1. Äh, Kapitel 1, mein ich. Let's go. Aber aufpassen. Meine Karte ist unterste Etage, unterste Etage. Die kommen auch gerade? Ja, ich sehe es. Direkt vor dir. Boah, ist mega. Vielleicht ab? Ja, hau ab, hau. Oh mein Gott, war das knapp. Bro, hä? Ist wirklich doof. Denkst du, ich bin anfing, oder was? Also, ganz allein haben wir es ja gesehen, wie auf sie da hingeschoben ist. Ey, ich schulde erst mal 4 und dann gucken wir euch zu zweit. Meine Karte hat noch 100 Sekunden. Meine noch 154. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, glaube ich. Ey, klar, ich schulde euch den Scheiß drauf, ich schulde euch. Weil die, wenn jetzt gegen... Ja, die werden jetzt gegen den, äh, Leute kämpfen, die rebooted haben. Das ist das Ding. Und die schulde ich dann. Ne, ja, umfällig hier auch schon wieder sind. Das ist der Stream-Sniper, Bro. Der ist aber Solo, der ist aber Solo. Oh mein Gott, der Arme. Der Arme, der Arme, der Arme. Der Arme, der Arme. Egal. Das ist ja schlecht, Digga. Das ist der schlechteste Stream-Sniper, den ich kenne. Bro, das ist der schlechteste Stream-Sniper, den ich kenne. Okay, naja, pass auf. Hink, hinter dir, hinter dir. Im, im, im Haus. Ich weiß. Guck mal, wie er da steht. Was? Digga, was ist das denn für ein Freak gewesen? Bro, er gibt mir Double Mit der Trommel gibt er mir Double Was? Alter, wie viel Damage Bro, er gibt mir Double Mit der Drum Shotgun WTF? Was? Hab ich halt gelieft? Nein, wir lieben nicht Wir lieben nicht Wäre nice, wenn ich direkt zum Akku und der Also der Drum Shotgun Allein schon so viel Damage Sag doch, die Pump ist nice Ja, das habe ich mir schon gesagt Aber ich check nicht, dass die so viel Ich hatte ja, wie viel Leben hatte ich gehabt? Äh, 200 gesagt 200, der gibt mir Double Wie geht das, Leute? Macht die nicht maximal 80 Schaden oder so? Ja, Jungs, wir müssen glaube ich woanders landen Da sind sehr viel Streamsniper drinne Ja Ey, Stry, machst du auch Cayman-Cross? Ja, ne? Yes Jetzt wisst ihr auch, wie so viel Streamsniper haben Ha, ha, ha Bei mir sind nur gut Streamsniper, also die kommen nicht von mir Ey, Aquarium wird übrigens nächste Woche neu gemacht Von dir kommen die Bösen Aquarium ist gerade komplett leer Und nächste Woche kommt alles neu rein Alles neu Also Wasser ist noch drin, aber Die Runde will einfach nicht starten Und sonst ist leer Und zwei Fische, drei Fische sind da drin Und jetzt, äh, übermorgen in ein neues Aquarium kommen Und dann wird komplett Aquarium Guck mal den Chat an Was passiert da? Ha Nein, diese Chat muss ja auch was zu agern Der muss ja erstmal aktualisieren Wie soll ich den Chat lesen, wenn ich gerade fighte? Aktualisierung abgeschlossen Nein, nicht komplett neues Aquarium Das im, also im Aquarium wird neu eingerichtet Und, bam Ja, die Streamsniper sind bei uns denn korrekt Und keine Streamsniper, ja? Sag mal, süü Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüühh Süüüüüüüü Okay Ich bin einfach im Nebel der Unendlichkeit. Alles klar. Morgen live? Ne, ich glaub nicht, Bro. Also, wo landen wir jetzt? Ich hab auch gesagt, dass ich heute nicht live bin. Ich bin live. Keine Ahnung. Nice, Jungs. Wir landen hier oben auf dem Zeppelin. Hey, mein Einhorn macht voll die Geräusche. Astro, Astro Stream Sniper. Get out. Boss ist bei mir. Ich hab vergessen, dass ich Boss gibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boss, Boss, Boss. Böse, Mann. Ey, Schneider, du bist müde, falls du redest, Bro. Ach so. Ja, hab ich ihn. So, extra. Was ist das denn? Der Boss kommt zu mir. Oh oh. Sonst hier keine Gegner oder was? Weiß ich gar nicht. Oh, Trida und die müssen da hin. Trida ist der Boss. Also ich hab viele Gegner. Ich markiere. T-Shirt. Bro, ich sag euch ehrlich, die Ranger Waffe ist die schlimmste Waffe, die es gibt. Alter, ich spiel die gleich nicht mehr. Das macht ja keinen Sinn nicht zu spielen. Es ist wirklich... Dann kannst du nicht mit Revolver spielen mit genauso viel, Leute. Also es ist echt, diese Ranger Waffe muss verboten werden. Die ist zu schlecht. Real Rap. Eine ist runtergefallen. Wohl markiert. Ja. Die Tür geht nicht auf. Ja, die Waffe trifft mal, das ist wie Lotto spielen, Bro. Das ist wirklich... Die kannst du nicht... Serious. Die Waffe ist wirklich wie Lotto. Mal triffst du, mal nicht. Mal ist mal alles gut, mal nicht. Keine Ahnung. Absolut cringe, das Ding. So eine unzuverlässige Waffe. Ich weiß noch nicht, wer die spielt. Aber es sind ganz viele Schüsse. Komme. Wollen Steining. Ja egal. Willst du wirklich Steinen? Ich hol den. Aber hat sich kommen Sicherheit mit. Enden die da reingegangen oder was? Einen Busch, einen Busch, einen Busch. Die sollen doch jetzt nicht Stream snipen, Alda. Oha, was hat er denn da? Kann mich jemand erinnern, dass ich meinen Scheiß Einhorn wechsel? Bro, aber komm mal zum Ende der Runde zu uns, Streamsniper hier. Bro, aber komm mal zum Ende der Runde zu uns, Streamsniper hier. Oha, okay. Ist so, wir haben dich fast getötet, wir haben dich fast getötet. Ich bin da unten drinnen. Trina, ich komme runter. Safe. Ich bin bei dir. No. Ah, ich seh die. Da. Fischi. Ich seh ihn. Ja, One-Shot. Da unten, Aura, Aura, komm mit vor. Aura? Aura geht rein. Shitit. Da unten. Da unten. Da sind so viele. Wo denn? Oh, jetzt. Warte, da unten. One-Shot. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alles gut. Da noch einer, noch ein Aura. One-Shot. One-Shot. Ich sag euch, ein Horn stimmt, mit dem ein Horn stimmt irgendwas nicht. Ich lande einfach fünf Jahre später unten. Gefühlt. Na ja, ist einer aus Müll, sag ich ja auch. E-Bout, E-Bout stays. Entschuldigung, hab Gott. Hinter uns. Rieder. Unten. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Alles Kottisch. Ja, der ist noch. Hab ihn, hinter dir. Und hinten kommt noch jemand anderes. Unser Elfer. Hab ihn, hat ihn, hat ihn, hat ihn. Hab ihn, hat ihn, hat ihn, hat ihn. Hab ihn, hat ihn, hat ihn, hat ihn. Hab ihn, hat ihn, hat ihn, hat ihn, hat ihn. Oh mein Gott. Ich sag er, was macht er die ganze Zeit? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's very knapp. Very close. Aber euch geht's gut. Hauptsache der Familie ist rum. Hauptsache der Familie. So, hier ist SMG. Äh, Splashies meine ich. Noch mal zwei Splashies. Ey, die Bots gehen mir auf den Nerven hier schon wieder. Alter. Das ist nur, Bro. Okay, ja, treff. Bro. Ich hole ein Bot. Das willst du mir geben, Stacy. Das soll das haben die ja, Leute. Komm, komm mal her. Aber das darf niemand sehen. Geil. Oh, okay. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Das ist unsere Game. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich darf niemand herausfinden. Bitte lass mich diese Scheißwaffe nicht in meinem Inventar haben. Danke. Der Gegner. Ey, Brune Mars, lass Brune Mars in Ruhe. Monkey Fahrrad. Monkey Fahrrad. Monkey Fahrrad, Junge. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Am Ende. Die sollen einfach am Ende zu uns kommen. Ich check's gar nicht. Ich check's gar nicht. Ich check's überhaupt da. Ey, wo markiert. Über uns. Über uns. Über uns. Also, ich geh jetzt in den Tresor rein. Ich geh auch ins Tresor rein. Ach, habt ihr die Karte? Klar. Ich hab die Karte hier übermittelt. Aber auf heimlich. Uhuh. Tier zu. Komm, wir gönnen uns jetzt den geilen Loot da drinnen. Ach, jetzt kommen die angetudelt. Bro, jeder über 10 Kronen darf nur rein. Weißt du. Gold. Oh, lecker Schmecker. Wow. Jungs, guck mal was hier liegt. Noch ne lila ne. Erstmal hier Gold auf den Nacken. Gold ist überverfällig. Ey, ich hab nur nen Gold Loot. Ich kack'n. Tschüss. Ciao. Stein, was hast du für ne SMG? Lass mal tauschen. For the Controller. Ich hab ne Gold ne. Das ist ne mythische. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, ich schieß' mich erst mit der Kanone weg. Hm. Das Dings hier. Über, über mir. Ich muss erst mal wieder mit Serdina runterkommen. Auf'n Drill, auf'n Drill, auf'n Drill. Ach so, ja, ja, ich seh'n, ich seh'n. Ey, ich heil'n grad'n, was ist das für ne Scheiße? Was? Ein Hengleiter nicht wieder öffnen. Der darfst du schon, oder? Laut auf, er oder ob. Er ist ganz runter. Er ist ganz runter runter. Das ist auch zwei, pass auf. Rote Ritterin, Rote Ritteron. Rote Ritteron. Rote Ritteron stays. Stay's bei dir. I'm on the way. On me. Nice. Hier ist noch einer unter uns. Ja, ich lass' ich lass'. Er geht hoch. Er ist oben. Geh' den Panzer rein. Mach' seinen Tank kaputt, seinen Tank. Bist kaputt? Ich, ich schieß' oben genug auf. Er ist raus, er ist raus, er ist raus. Der ist irgendwo links, ne? Er hat zwei eingesetzt. Er hat sich ergeben, schade. Der arme Mann. Der arme Mann. Was, der geht gerade in die Luft. Das hat sich so angehört. Er hat sich einfach, er hat sich einfach ergeben. Und er hat direkt die Beats schon damit rausgerückt. Hey. Oh mein Gott. das ist ja auch noch mal nice ich wusste mal ich wusste ich möchte okay die los der panzer kommt als zeppelin buch genau direkt leute er ist bei mir oben drauf richtig schlecht dass die schüsse 35 wenn du so triffst wohl geht nein die machen 100 wenn du direkt wenn du nur an ihr triffst wenn du direkt fährst machst du schon dann die schüsse dieser diese sound ich mache echt angst ich sage ich muss freiwillig ab stark ich werde spammt in deinem chateau deluxe der ist kurz brainer auf der typ drei leute sind dort ich muss raus ich muss raus ich muss raus pass auf pass auf und einer ist sehr gut der andere nur 60 der letzte noch ein noch ohne da muss ich auch hin da muss ich aber sowas von denen wir sind da denn 2 0 3 1 habe ich geholt der andere wird mir jetzt erst kommt mal zuerst jetzt erst mal eine krone du kriegst keine krone junge 1.4 stück sogar lecker krönchen du kannst du deine droppen und die andere wieder hinlegen damit sie noch Dankeschön 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 äh ich hab Splashies Splash mal Ah ey Stitchplace ich hab äh das Problem ich zööcke grad so wie Zauphortner ich hab dich echt vergessen ich sag die real talk real rap real real rap real rap wen hast du vergessen Stitchyplace ey Stitchy kannst du noch mal dein Instagram einmal reinschreiben ich hab gestern nämlich kurz mal geguckt hab ich dich gefunden gehabt dann äh kann soviel das einmal mir per Discord senden wäre ehrenhaft ey Jungs siehst du rechts noch eine Kanone äh wo ist die Kanone da oben ja lass du Splashen alle zusammen ne ich hab Medkit alles gut ich hab drei Medkis ich kann euch Medkit droppen ja lass mich zu zweit ich bin direkt hinter dir achso ok die Zone ist immer da wo wir starten ah kurz 3 plus 3 7 abgeschossen sind im wasser welche ja oh ich sag dir das mit dem Pferd das ist so komisch komisch das sind aber Bots oder hier auf der Insel sind keine Bots Jungs ihr müsst mich verteilen schießt Bäume auf die schießt Bäume auf die macht die Bäume auf die kaputt also einer wen geht auf der mittleren Insel oder was ja mittleren Insel ist weiß Weizen 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 willst du Weizen kriegen oder hab ihn hab ihn auf der Insel der ist so lau Leute der ist so komm raus kleine Maus zieh du ganz kurz zu mir schnell geht das achso ja klar Digga das stimmt das Boot wo stand ich jemand lieber auf die Insel nicht so komplett auf wasser das ist ganz gefährlich hast du lieber die Gold Steini hm ja ok ok noch 5 4 Ehre Ali Bro sagst du bald Bugatti oder was du machst du ehre man hast du HP der Rest hat mich ignoriert ne du hast doch nicht geliebt welchen Wagen du geholt hast ne was sagst du du hast doch nicht geliebt welchen Wagen du geholt hast ne ne ich hab mir wirklich neun äh heute ist äh Bestellung rausgegangen Leute ich hab mir neun das Auto geholt ich hab mir neun Wagen geholt und es ist das erste Mal nach glaub ich fast 10 Jahren keinem mehr C das Leute also ich weiß es nicht aber wegen Instagram sorry sag ich es ist ein Bentley vielleicht vielleicht aber auch nicht es ist ein BMW also ich sag euch Leute ich bin jetzt ein Golf Golf 7 oh Golf solides Auto Golf 4 die eigentlich sind alle Autosolide was soll man sagen wenn man selber in den Augen ne nicht alle ok schade dass du nur meinen Satz abbräst nicht alle hat halt hat noch fehlt aber du wachst welcher Fagen ist kacke richtig kacke hm richtig kacke braun das ist ja das was richtig kacke und jetzt soll mir keiner in Chat reinschreiben dass ein Dacia Duster geil ist was ich komm noch hoch jumpat 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 hier ist die Pizza für dich und mich Lami 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 Bombali ey da sind irgendwo Gegner beim Lami die haben es angeschossen vielleicht vielleicht überraschen euch auch alle wir helfen dir lass das Lami in Ruhe Lami es tut mir leid aber so geht es nicht weiter mein Freund die Jungs haben ja krank Position kriegen wir es noch down oh mein Gott wir sind super es war das so Lami ah das Jungs gleichzeitig cracked as one einer Tankstelle Jungs und Mädels mach die Tankstelle kaputt nein 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 hab schon hab schon warum machst du das warum machst du das warum machst du das andere du könntest machen so ein bisschen so aber du mach kaputt unter uns in der Halle in der Halle White da kommt jemand anderes von rechts Hattel ey von links von links Johnny da 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 schieß die Kanone kaputt schieß die Kanone kaputt stopp jetzt können sie nicht mehr move'n die Idioten was haben sie davon ist er down ja ja oh mein Gott das war gerade so knapp der Stein ist ziemlich lost Johnny der Stein ist down der Stein ist down hat du HP für mich? oh alter einer ist one einer ist one ähm ja ich hab alles für dich hier ich brauch HP bro ich hab alles für dich HP 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 Spray mich full nimm naja das kann ich nicht machen Aldi der ist so sauer ich muss jetzt eh in die Zone bro du ich mir jetzt Guck mal bei dem mit da krass 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 warte Tritan ich muss jetzt hier in die Zone move'n ne ja ich komm wieder hoch zu dir warte mit ähm oh mein Gott komm ich da noch hoch richtig hast du den Move gesehen? ja der war sexy Digga hä? die sind links unten schon 25 cracked one shot er ist da oben er ist da oben komplett one oh mein Gott die haben gute Hits da unten links unten sind die links unten Tritan kommst du dir wieder schieß mal das Auto kaputt er ist erstmal nach oben nein 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 jetzt schieß ich schieß mein Baum kaputt den Baum da die sind da irgendwo äh bei dieser Firma da er kommt runter ja die sind da auf der Treppe ich schieß nach oben ein Gegner noch ein Gegner noch ein Gegner noch? ja ok hat jemand keine Kroner? da hinten ist er da hinten der Spitzack der Spitzack der Spitzack der Spitzack der Spitzack oder einfach einen Spieler der ja wieviel Schaden macht die Kanone das können wir jetzt testen wer ist das? uah schade hä? was war'n das alter? ey das wie sieht die Gegner an? normalerweise schießt das ganz weit weg Nein 150 150 Damage? 149 hab ich gesehen ey aber normalerweise das schießt doch übelst weit weg DG's DG's Leute alles so äh Auto-Aber-Mäßig so ja wie ich glaub kurz geflogen diesmal das ist heftig gewesen bro macht ready ähm bei mir ist einfach komplett ja jetzt escape drücken oder einfach Feierjahr ja jetzt aufgabe an die Streamsniper hm sag mal so Freunde von heute ne da brauchen wir da ein bisschen Musik AIM war gerade gut Fradi ne Fradi Mardi rum dauert das Leute heute ist wieder komplett chili mini Aufgabe an die Streamsniper kommt am Ende der Runde zu uns und schenkt uns eure Kronen genau ich hol mir ein Opel Corsa AMG er holt sich ein AMG Brabus Black Series wie war mein Blick gerade Victor wie war mein Blick gerade Victor Rückkehr in Lobby in 28 Sekunden steht bei mir bei euch auch bei mir steht bei mir steht 1 Minute 2 Das ist ein bisschen Dip auf ein bisschen Möhre Junge Boah was macht Ali denn da Junge Ali Bombali wie Spiele Arena zum Ausgleich wegen bauen nicht verlernen Nö Bro wie ist wie Fahrradfahren also bauen ist wie Fahrradfahren das verlernst du nicht äh es müssen wirklich zu Arena NoBild kommen Ali Junge dann wäre vorbei Kuss geht raus 100 Euro du bist doch absolut Tracy Junge was geht denn hier ab A23 jetzt ey vielen vielen Dank Ali Kuss geht raus hey könntest du nur so nicht keine Kronen bekommen hmmm äh Produktbeule danke für die 10 Euro aber wenn du zum Ende der Runde eine Krone hast in der Inventale bekommst du auch Kronen also dann bekommst du auch Kronen Siege Bro hier 100%ig dann bekommst du Kronen Siege wir haben A23 mittlerweile heute 50 Kronen Jungs bei mir nach einem Tag wegen Lernen dauert ewig verlernen schneller als man gucken kann ehrlich das bauen ich bin dir ehrlich ich habe auch schon aus dem Kopf raus wo wirst du das ich bauen muss wir müssen ja gar nicht mehr bauen ich habe nicht mehr diese Reflexe dass ich automatisch anfange zu bauen das geht schon echt gut schnell so alter ich will jetzt hier die ganzen Streams am Ende der Runde sehen Leute lass direkt HotDrop runter ich sag euch ehrlich ich will HotDrop runter Covert Canyon länger überleben Läbert länger überleben in Covert Canyon jetzt drehe ich komplett das ist unser neuer Main Spot weil die Thermalwaffe ist ja laut euren Aussagen die beste Waffe im Spiel aber die Thermalwaffe kann nix Oh Leute wenn ich die Kiste hier kriege ich bin Big Big Ich hab's nur verkackt HotZepelin Ich hab's nur verkackt HotZepelin Verzieht euch doch zum Beispiel nicht ganz Ich hol ihn Verziehen muss ich gar nichts Ja Gut gut Das hat er davon Leute Hilfe Ey der Bot ist bei mir Ich kann analysieren Jungs So ich hab nur noch 8 Schuss Jungs Stark Hallo Boah wie viele Leute hier sind Ja ich kann nicht lang Jungs Jungs ich siehst das so viele Ich muss hier weg Bro hier läuft hier alles bei mir Was ist hier los Ich muss los Hau rein Kinders Oh hier ist nur noch einer Das ist wieder verhalten hier Bye Bye Bro der ist erst abend gegangen der Typ Geil Leute Das liebe ich doch hier an die Runde Ey schaffen wir es in den äh äh legendären Tresor zu kommen Jungs Wer hat die guck was hast du geklappt Das wäre Baba Wenn wir in den legendären Tresor kommen So wo ist der Leute Der war doch hier gelandet Äh Luft 1 Oh mein Gott Pansi Pansi Der fliegt bis nach Himalaya Jungs ich hau rein Jungs ich hau rein Juhu Äh Panzer hinter mir Jungs dieser Bot rastet ja richtig aus Er hat mich gewinnt Der hat mich aufgegabelt. Hilfe Winsch da nie das kleine Kogodill MAKEL Ich kann ihn helfen Jungs Er ist low. Er ist one. Er ist dogg Ja er hat mich gefinished der ebenlose Manomeda Zitronpeter Ich glaub, ich spinne hier. Ich kann seine Karte nicht nehmen. Reboot Van, direkt auf eine Ecke. Rechts von euch. Die Schmutznaffe wird auf gar keinen Weg. Macht Sinn, ich will meine Krone haben. Komm. Ich glaub, ich spinne, Leute. Einfach triple. Da geht er mit Panzer auf mich. Ey. Der hat Panzer geklaut. Ey, der hat meine Krone geklaut, Jörg. Der hat meine Krone geklaut, ihr seid echt. Auf allem wir ihn auch nicht. Das mit Auto daher sagt er, ich schockt, Jungs. Mit Auto daher, gehen wir uns. Das ist nicht sein Ernst. Das ist jetzt schon persönlich. Komm rein, der ist hier. Wir steigen hier vorbei. Der ist ein Hörner. Wo ist der mit seinem Panzer? Auf, arbeiten. Was sind das denn auch hier? Ey, das ist auch die Flagge. Der wird safe in der Stadt sein. Also die Krone müssen wir uns zurückholen. Steini? Ne, der rebootet hier. Bro, der rebootet hier. Da ist der Panzer. Da ist der. Er hat rebootet. Ja, ich schieße direkt in der Luft. Das ist mir egal. Ich habe das beste Auto im Spiel einfach. Einer hat... Oh, der ist S1 direkt. Ja, ich... Jungs... Oh mein Gott, was macht SU denn? Der Box ist hier erst mal weg. Stark. Jungs, die müssen wir holen, das Team. Seid ich ehrlich. Das ist schon eine persönliche Sache. Das nehme ich auch sehr ernst. Ach, das war ein Volk, den ich... Oh mein Gott, ich habe eine... Liga, die Rekiste. Ey, Braulig, in der Rekiste mache ich nie wieder auf. Das ist wieder ein Halber drinnen. Es bringt halt nichts. Das ist halt... Ey, Wölfe, ihr könnt den hier fressen. Das Ding ist halt, ich schätze nicht, warum Fortnite gegen ihre Waffen reinbringt, wenn man nur die schlechtesten Waffen herauskriegt. Wo sind die? Ich komme die Situation. Dad, ey, ich habe mich geschossen, während ich am Ruckabend bin. Ey, hier ist der Krone für Stani. Ja, das ist meine Krone. Ey, hier ist dein Gegner. So, das haben sie davon. Das ist hier wieder nur für mich. Meine Krone am Klaut, ich hole sie mir wieder. Ich glaube, ich spinne hier. Ich glaube, das hackt gut, Jungs. Das können wir wieder eigentlich zurücklaufen. Auf jeden Fall die Pam. Ey, Jungs, habt ihr so Pumpmoon so ein bisschen, so ein kleines bisschen? Ne, Pumpmoon haben wir leider nicht für dich. Ey, da wird sie für uns. Bruder Mars ist das. Hey, wer ist er denn? Hallo. Ey, wie trau ich sie nicht. Guck mal, hier, was ist das zu meinen Krone? Yes, Sir. 23, du Noob, Junge. Ey, ey. Das hast du davon. Weg mit dir, Schmutz. Ich glaube, die Pumpmoon ist so. Jetzt bist du ganz schnell weg vom Fenster. Hier ist noch einer. Oh mein Gott, was ist das für einer? Oh mein Gott, was ist das für die ganze Zeit? Wow. Leute. Zwei. Eins. Ey, du sollst doch am Ende zu uns kommen. Es wird hier wieder einen Schuss. Woo. Oh mein Gott, was sind welche? Alter, das ist ein OG gewesen, Leute. Ey, OG. OG Skytrooper. Es ist Victor, oder? Auf dem Dach? Auf dem Dach ist einer, Jungs, auf dem Dach, auf dem Dach. Äh, bei mir 3,82. Komm mit. Hast du den? Stark. Weizen. Wer war denn das da auf dem Dach? Ein bisschen Glitzer, ein bisschen ein, noch ein bisschen Feenstaub. Ja, let's go. Ey, wer war denn das hier auf dem Dach gewesen? Der hat sich ja eigentlich nicht eingefremst. Boah, wir rennen hier mit OG Skytrooper rum. Ey, Jungs, wollen wir jetzt noch hier hin? Ich hab's gesorgt. Ey, ich kann's nicht glauben, dass hier ein OG Skytrooper ist, Leute. Nein, ich glaub' nicht. Wow, was hat der für eine Tarnung? Das ist der krasseste Zuschauer, den wir jemals getroffen haben, Leute. Warum in die Richtung? Da muss ich erstmal eine Röhre essen. Guck mal, wie nett der ist, der schoffiert uns sogar. Da, den, gib ihm mal deinen Nackenklatscher, damit der schneller fährt. Schneller, Kollege. Schneller. Ja, ich werd alleine. Ich werd einfach alleine gelassen von meinem Sport. Bro, wir haben neuen Kumpel gefunden. Niemand werden mit mir spielen. Ich hab' den Kumpel, wenn es nicht so weitergeht. Oh mein Gott, das hat's nicht gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt. Nimm mich mit. Ja, nee, scheiß drauf. Nimm mich mit, Bro. Sone, komm. Rein, weiter. Jungs, ich hab's Flashy, komm rein. Können fünf Leute drauf? Ja, ne? Boom. Flashy ist. Wichtig. Haben die Flashy überhaupt was gebracht, ne? Ich hab' den halt ein bisschen verzögert. Jack White. Bro, wenn der ins Endgame kommt, das wär' krank. Okay, OG Skytrooper. Wow. Arbeit erledigt. Da musst du ja noch ein bisschen üben, Kollege. Schade. Ey. Okay, Jungs, wir müssen da oben. Hi, Ground. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Oh mein Gott. Hat 37er, Jungs. Ey, Jungs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die hat mir so Hits gegeben da oben. Oh, wir müssen aufpassen. Da oben sind die Zonen. Kappa. Panzer unter uns. Ey, Leute, komm ich jetzt hier runter? Panzer ist dort. Ich kriege überall Fallschirm. Die schlecht ist. Aber doch nicht. Ja, die sind oben Highground. Pass auf, ne? Jungs. Das könnte sehr gefährlich für uns werden. Ich bin so getrennt, ne? Oh, Tils, da schiebt man rum. Rechst du nicht, Tils? Äh, streamer nicht. Ja. Bin weggefunden. Sind die bei euch oder was, Jungs? Oh, warum die Jungs deine Nase so hat. Okay, Streamsniper bitte nicht zu sehr jetzt zu uns fliegen, sonst fliegen wir noch aus. Ihr müsst doch am Ende der Runde zu uns kommen. Das war doch die Challenge gelesen. Nein, wir müssen streamen die ganze Zeit, aber du bist im Discord muted, Bro. Ich weiß, ob du das weißt. Achso, ich bin im Discord muted. Oh, ich, ja, das wusste ich gar nicht, Bro. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Achso, die ganze Zeit. Ich hab's gar nicht gecheckt, Leute. Panzer. Ja, Bro, pass auf. Ja, ich war gemutet die ganze Zeit. Aber wenn du jetzt wieder da... Fähst du mich mit? Abfahrt, Abfahrt. Let's go. Danke, dass ihr mich geholt habt. Aber ich muss jetzt hier... Oh, Leute, wir müssen ein bisschen Heal-Zeug finden. Oh, sehr gut, Stace. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, wo die nicht mit mir antwortet. Wohlig. Links, 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 links. Schau, schau, schau. Bei dem Tower. Bei dem Tower. Ja, hier ist noch ein Mattautomat. So, das ist übel bei Weckraub. Wirklich? Ja, hier ist die Kanone. Hier ist halt die Kanone. Ja, mit Kanone ist das. Hier geht das, Leute. Markieren wir nochmal an der Umlings. Da, wo ich markiert habe. Siehst du, dass ich stays? Ja, ich stay. Ach, da ist auch. Ja, wir müssen auf die Kanone schaffen, was nicht, glaube ich. Ich hab auch bot. Und dann, ich geh hoch zu Salbern, zu Zeppelin. Oh, ey, die müssen aufpassen, die müssen aufpassen, dass die die Kanone kaputt machen. Ja, hier ist die Kanone auf jeden Fall. Ja, ich komm nicht hoch. Ist der Panzer besetzt mit Leuten? Ja, ja, die sehen ich gerade noch nicht. Die sehen ich gerade noch nicht. Oh mein Gott, die schießt da. Wenn die nicht abschießen, dann renkt die ab. Ne, ich schau, ob ich geh zu Kanone, ich geh zu Essie und so. Okay, okay, okay. Ja, still, track. Still, track. Ja. Ach, du grüne 9. Aber ich soll mit Kanone diesen Double Cannon kennen. Jetzt machen wir 5-Fetten. Tone kommt. Ey, Leute, denkt ihr, dass der OG Skytrooper das in die Endzone schafft? Das wäre eine Sensation. Okay, ich komme jetzt zu dir. Try then. Try then. Oh, hier ist der Lama. Die müsst ihr eigentlich auch noch mitnehmen. Ich kann Lärte also nicht drücken. Boah, soll ich der Lama holen? Da im Wasser. Ist das Skull Trooper? Rechts und die Sioux oder wer ist das? Äh, sehe ich gerade aber nicht. Vor dir standen, vor dir standen. Ja, das ist der Lama, ich weiß. Jemand mit Auto bei mir? Nicht der Lama, das ist ein Gegner. Warte mal. Nein, hier ist der Lama. Hat da auch der Lama, aber da ist auch ein Gegner. Kill ihn. Ist das hinter mir? Nein, hinter mir ist jemand. Oh mein Gott, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich schieße ab, ich schieße ab. Wichtig, Leute. Herr Lama hat gecarriht, Herr Lama hat gecarriht, Jungs. Aus der Auto. Ja, safe. Hettung in letzter Sekunde, Trinanum, ganz wichtig. Ey, wo ist die Zone, Jungs? Lass mal zusammen rumrennen, Jungs. Ey, der ist hier, Auto kaputt, er ist minus 50. Panzer, hier, dicker Panzer vor mir. Ja, warte, ich helfe dir. Hier, der Panzer ist ja gar nicht besetzt. Hier ist ein freier Panzer. Hey, let's go. Nimm dir mal mit. Ne, ne, unter mir fährt ein Panzer. Ja, unter dir fährt ein Panzer, aber hier ist man frei. Komm rein, wenn du willst. Oh mein Gott, ich hab grad nämlich erschrocken, es ist, Jungs. Nimm du Auto, Jungs. Es lebt echt noch viele Jungs. Das nehmen wir... Ach, ich war die Leute. Ich war jetzt hier in Baba-Zone. Ich drehe durch. Ich schieße Panzer auf. Wir kommen mit Panzer. Wir sind... Hier ist Taxi. Oder? Ihr oder zu uns? Ist das ganz super gewesen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stark, es ist wie, dass du mich mitgenommen hast. Ich hab doch gesagt, nimm im Auto. Das macht mehr Sinn. Bro, das Auto war kaputt gewesen. Dann steig ein, du Lave-Schnecke. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr mit dir zu tun haben. Ja, endlich. Ich hab noch Tresor-Karte. Ey, das ist die Endgegner. Ich sag euch ehrlich, Leute, das ist eine Endgegner-Zone hier. Ey, es gibt einen krassen Trick mit der Tresor-Karte. Wie wir Loots bauen können. Wir müssen nämlich... Jetzt gucken wir, wo ich bin. Man muss nämlich eine Krone und eine Tresor-Karte zusammenführen. Ey, mein Inventar ist dabei. Mach mal, mach mal, mach mal, mach das Tresor-Karte. Ey, die liegt da. Holt die Tresor-Karte jemand. Das ist wichtig. Wie komm ich mit dem Panzer jetzt hier weg? Bist du bereit? Ja, mach, mach, mach. Positionier. Ey, komm, wir haben drei Kronen, drei Kronen. Drei Kronen, drei Kronen. Machst du ein Dreieck, kommst du hier rum. Drei Kronen. Ja, warte, mach Dreieck. Nein. Und dann wird da was beschworen mit. Er ist in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist down, es ist down, hinterher. Wir haben's zu allein gelassen. Jungs, die kommen rüber, die kommen rüber. Es ist so, ich bin lebt, bro. Der rechte, der rechte, der rechte, der rechte. Das war okay. Es ist so, ich bin lebt, Bro. Die gehen auf mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann nicht. auch zugreifen ich kann nicht ich kann nicht stark 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 noch welche schnell karte noch holen wir haben ich habe mich bei ihnen auch ich finde es ein ich finde ich habe ich das andere sind so ziehen du hast doch oben sein das ist eine kranke endzone als ob hinten noch jemand war so unnötig 3 Leute kommen hoch was warum das Adi der Baum ja wahrscheinlich ist er mich jungs bitte ich muss irgendwie in Zeppelin kommen das ist die einzige Chance unten irgendwo zu capen die kommen auch gerade hoch das ist schon fein damit ja 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 oh mein Gott oh mein Gott das war definitiv games händler granaten Kona das wichtigste Kona gold und gold und das war aber das war jetzt nicht so Team eigentlich ich finde das gut das mit OG Skins zusammen Teams ich finde das gut das mit OG Skins zusammen Teams ich finde das nicht gut du hast gott position bleiben alles Kiste das will sie da machen auf dem field kann sich nicht da ist jetzt noch jemand ja er geht vielleicht guten hat den lud gerochen der ist los der muss mit der trug rein kontakt hoch ja was soll ich da machen war das victor Wegweizen Das Ding ist, Ton ist halt immer noch bei dir Du musst da gar nicht weg Die dürfen noch nicht hochkommen Ganz spannend gerade Die ganze Zeit zockt, Sitsi Zockt oder hoch Wegweizen Ganz gefällig Boah Unter uns so viele Steps Beziehbar einfach Du musst da gleich ruizieren Sonst komm ich hier nicht runter James Spass Ich kann nicht sprinten Doch du schaffst es noch Oh mein Gott Schlau, schlau, schlau Weg hat ihn geholt Weg hat er einen Nice, nice, nice Rechts Passt ein bisschen rechts auf Das weg, das weg Das weg Das weg Ich kann nicht Ey, was ist das denn? Alles gut, Bro Zurück War viel Gabe Schade Das OGs Reimtrooper Hier Team Schön Schön Oh mein Gott Geil Rechts war noch einer, ne? Sicher? Oder ich glaub' Ne, doch nicht Boah Ich hab weggeholt Nein Das ist der Letzte, Bro Das ist der Letzte, Bro Glaub' ich Das ist der Letzte, Bro Das ist der Letzte, Bro Glaub' ich Das ist der Letzte, Bro Ey, weg tu mir leid, Bro Ehrlich, ich wollte ihn nicht holen Der war schon alles da grad so ungünstig Schön Das ist der Letzte Das ist der Letzte Das ist der Letzte Taktos Taktos Nice GG Oh Sorry, ich bin ehrlich Let's go Wow That's beautiful Beautiful, beautiful, beautiful Pass GG Klaus Klaus Aber ihr habt leider keine Krone bekommen Ich sag mal so, ne? Nächst mal Die Windstrick lebt Das war echt du schuld einfach Ja, ihr habt mich wieder alleine gelassen, danke Wo warst du überhaupt gewesen, wo die auf euch mal Kram alle? Ja, neben euch Mit dem Panzer Ich hab' gewartet, bis ihr zu mir kommt Wir haben ein Ritual gemacht Wir haben ein Ritual gemacht Nach halbe Stunde ein Ritual ist der Panzer, Leute, kommt jetzt, kommt, kommt Spiderman, hier ist Spinnennetz Guckt mal, was ich mache Wir haben ein Ritual gemacht Nein, andere kommen zu mir Andere Wir haben Gott zu bekommen Ja, wir haben Gott zu bekommen Ich war irgendwo in den Canyon Jungs Irgendwo Zwischen irgendwelchen Bergen und Spinnnetzen Dass überhaupt nicht da jemand gefunden hat Dass da zufällig plötzlich ein ganzes Team lang rennt Also Leute, ihr habt gesehen, wir hatten eine Ritualbeschwung gemacht Und wir hatten keine Zeit für SU Das tut mir auch an dieser Stelle einfach auch nicht leid Hier tut nichts leid Okay Hier ist das Kind von Anni und Nausi, tritt sich Keine Ahnung Ursula Schwester Ja, lass das Warte Ich lass Ursula in Ruhe Okay Über Ursula darf nicht schlecht geredet werden Ich bin Ursula 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 Grün Wies sie nicht so? Das Lied irgendwie? Kann die Runde mal starten Ursula Grün Ursula Grün Ursula Grün Kann die Runde mal starten Kann die Runde mal starten Oder müssen wir warten Kann die Runde mal starten I feel good Generally It's time to run again Right? Nencar So good Military dann muss die runde sabotieren die runde reinkommen erst mal stunden weil ich im park hatte ich finde ich doch nicht wann jungen auch mal jetzt bitte bro mach mal jetzt bitte krone ist du willst wirklich meine krone sehen okay ich zeige dir eine krone mit trophy alles was du willst aber erst mal ruhig die truppe heraus ich nehme jetzt auf okay das ist die challenge dazu sage ich nur ja kommt mir bekannt vor wurde mir heute empfohlen so muschauer stream snipe uns doch wir zeigen unsere kronen neue kronen neue kronen ja mein titel war heute schon nicht geil oder heutiger video titel 1 von 1 10 von 10 oder dass das war wieder meister titel erste sahne wieder 100 von 10 12 und 10 jungs ich mag die warte macht er muss erst mal campus wir landen hier und jenen da ok ok boss ok ok let's go ich habe gesagt ich werde nicht mal sterben hast du gerade ingwer gesagt ich habe gesagt banane nicht gesagt hey don't cry da dass du mit schwarzer ritter flexen muss für mich einfach wie ein held mit dem skin darf ich nicht ich kann sie was geht 30er bombe leute mit ansagen 30er bombe da musst du dich mal auch anstrengen stand ich mache davon 25 ja okay ich mache davon 10 und das war's leute was geht ab willkommen zu einem neuen video zwar wie sie gerade auf dem kronen battle farming simulator wir mittlerweile schon 23 sieger kronen leute die neue season bockt auch noch mal und jetzt haben wir eine challenge für die stream snipe an dem ich will sie gerade live on stream und zwar die müssen zum ende der runde zu uns kommen leute und ich bin gespannt ob das wir geschafft dass wir unsere neue tiny titel keine leiter und freunde mit dabei stets redan es du leider und wir werden uns jetzt erstmal die mythische auch holen das wird so ein bisschen die challenge sein ja ich bin leider dabei ist jungs haben strenger für uns big big und wir machen jetzt warte mal das muss auch noch fürs video man das ganz wichtig und zwar kommt der erste süßen aber ist schon anwesend es ist ein og sky trooper der allerechte nein ok wen haben wir hier das war wasser melone ok das wirst wie kann man jetzt wie kann man mir denn so die kiss die leute zu kommen du hast die challenge falsch verstanden kollege mann guck mal wer guckt die dürfen nicht wollen die gerichtet werden von deinem schmutzigen panzer panzer ja panzer scheiße jungs ich will nicht mit schau mit schau kam schott so mythische ich sag mal so dass stellen die challenge basiert auf stream snipe aber ich kenne alle stream snipe ich habe nicht getötet das stays und dafür Jetzt muss jeder seine Kronen zeigen oder er muss aus dem Sprenkler rausgehen. Ich hab die meisten. Leute, wir sind nämlich gerade weltweit Top 10. Ey, wir haben 250. Let's go. Asu, zeig mal deine. Äh, ich muss weg, tschüss. Ey, wir müssen ihnen die Kronen zeigen. Hier, zeig ihnen noch mal die Kronen, er will sich die noch mal angucken, hat er gesagt. Okay, warte, warte. Ich fühl mich ganz kurz. Ja, ja. Ey, Bro, wir sollen die Kronen sehen. Hier, guck mal. Ey! Ach, wahl, hier. Hier, guck. Ey, Asu! Jetzt bist du neidisch, ne? Jetzt bist du neidisch. Halt auf, die Streamsnapper zu sabotieren. Bro, das ist neidisch. Es reicht langsam. Nein! Oh mein Gott. Ein OG-Krupper. Und was will er machen? OG-Krupper. Oh, willst du hin mit dem? Ey, was machst du mit dem, Bro? Was hat der denn mit dem vor, Bro? Ich tic's nicht. Ich glaub, dem geht's gar nicht gut. Oha. Oha. Okay, Leute. Wir müssen weiter. Wir müssen weitermachen. Wir gehen jetzt unsere... Ey, der macht ja richtig Bälle. Wow, 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 wow. Chill, 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 chill. Alles wird gut. Der ist zu gut. Gegen den können wir uns nicht anlegen. Gegen den können wir uns nicht anlegen. Der ist zu stark. Der ist endlos stark. Das ist endlos, der hier. Der ist endlos. Da machen wir eins gegen eins erst zum Ende. So, jetzt die Nacht tiltet, Jungs. Und dann werden wir uns jetzt unsere... meine 24. Krone holen mit der... Lasst ihr mit der Bombenrakete fliegen. Mit der Bombenrakete. Zack, Leute. Abfahrt. Aber ich fliege ein bisschen quer. Siehst du mehr? Das ist nicht so gut. Aber... Jungs, zählen sind welche. Ja, oder? Briggs. Briggs. Panzer auch hier. Ganz gefährlich. Oh, Panzer sind aber Bots drin oder ist egal. Und mein Pferd rastet aus. So, ich gehe mal diese Bots. Ich habe es immer noch nicht gewechselt. Auto, Auto vor mir. Ja, da. Ich markiere, da. Ein Herz für Pferde. Ja, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Ich hole hier raus. Sechs, sieben, achttausend. Er ist droht. Oh, das sind viel. Hier ist aber noch einer. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Fimmel einfach geholt. Du hast Asuka geholt? Hier ist noch einer drinne, Bro. Das war Kjome. Aber ein ist ja. Lass den pushen. Hier war noch einer, Jungs. Wo ist der? Ich habe keine Steps. Der war hier gewesen. Ich habe ihn gehört, gesehen. Aber er ist abgehauen. Ey, bei mir ist eine Panzer Reno drinne. Nein, da sind Bots und Panzer. Nein, da sind Bots und Panzer. Hier ist ein Montes Lambo, Jungs. Hier ist ein Montes Lambo. Ne, wir müssen jetzt High-Ground. 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 Ey, da kommt jemand mit Dings hoch. Mit Seilbahn. Hier ist auf jeden Fall einer, Leute. Hier sind glaube ich... Da fliegt er da. Über die fliegt er da, Stanni. Ja, hier sind zwei. Hier sind zwei. Und da kommt noch einer der Seilbahn hoch. Pass auf. Ey, das ist eine Ariane-Granate. Ariane-Granate. Das ist das. Wow, die hübsche Granate. Alter, der fällt runter da. Wow, da ist Spiderman. Spiderman. Spiderman ist verbannt worden. Oh, wer ist er denn hier? Ich komm mit zu. Ich komm mit zu. Schau den Bussau. Nein! Oh, der Spawn, Bro. Nein! Der Spawn. Warte, warte, warte. Der finischt dich nicht. Der finischt dich nicht. Hol mich schnell, Bro. Der Spawn. Was? Boom, Junge. Stark, hol mich schnell. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wo sind die anderen, hä? Nein, der Spawn schaut, Jungs. Steins, Jungs. Ja, wo seid ihr? Ja, Oli. Bro. Esi, was machst du? Halt ab. Hä? Esi, schießt einfach daneben, Bro. Ich hab dreimal geschossen. Esi, schießt einfach daneben. Esi, der ist ganz von der Krone safen. Bro, mach Doppel-Double-Double-Double-Double-Action. Dahinten ist noch einer, der kommt hinter hinten. Um, 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 um. Um, da oben, da oben, da oben, da oben. Esi, hinter dir. Oh, ab ihn, ab ihn, ab ihm. Wow. Esi, safe von der Krone. Ja, ja, alles gut, alles gut. Oh mein. Da kommt noch einer hoch, Bro. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man hat Hit. Ey. Spider-Man. Spider-Man. Was waren das denn für welche verrückten Mäuse gewesen? Ey, du hast mich runtergepusht, du Banause. Da kommt noch einer links, Jungs. Es ist Spider-Man. Das ist der legendäre Ghoul Trooper. Er ist Ghoul Trooper. Meine Krone. Ja, wir müssen ihn wiederbeleben. Jungs, wir müssen ihn wiederbeleben. Der ist Ghoul Trooper. Warte, ich komm, das war der Skull. Können ihr zum Bus, Jungs, auch nicht? Triple, Triple, Mippel? Ghoul Trooper. Du musst die Situation beobachten. Du bist Ghoul. Ja, warte, ich nimm mir das Mad-Kip mit, Leute, und dann erleben wir wieder. Ah, nee, das ist Ghoul Trooper. Nein, das ist der legendäre Ghoul Trooper. Also, wer den killt, der ist echt irrelos. Jungs, zum Bus. Ab zum Reboot, wenn Jungs. Meine Krone ist weg, nein. Nein, nein, nein. Also, ich, die alleine sich dann beleben. Danke, Bro. Ich belebe ihn nicht. Ich schade, dass ich dein Ehren wiederbelebt habe. Du musst am Ende zu uns kommen. Ich komme nicht zu uns. Da schießen wir auf uns. Diese Gruppe haben wir dann gegriffen. Da oben ist der Mächte oder was? Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Wo ist das mal du tun? Das war ein ganzes, ey, das war so ein Spielzeug. Bei Team, die uns da gepusht haben. So, ich geh jetzt hoch. Nee, hier ist nix. Wow. Ey, ey, ey. Da oben pushen, Leute. Ohm sind welche, ohm sind welche. Warte, ich komm, ich komm. Ja, die sind ganz oben, ganz oben. Ich hab nur ne graue Pistil. Ich hab nur ne graue Pistil. Warte, warte, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Sind hier oben aufs Tabliners? Ganz oben, ganz oben war einer, glaube ich. Ne, ne, das ist keiner. Achso, jetzt abgau, jetzt abgau, jetzt abgau. Hier ist keiner, alles easy. Die sind ne Panzer, Bro. Klappe kaputt. Hat gute Hits, 2, 2 in 40. S1, 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 S1. Boah, S2, 1. Ey, Jungs, kann mir mal S&G ein Pummen geben? Easy. Ja, komm her, komm her, ich kann die Pummen geben. SMG hab ich selber nix. S2, kannst du mal S&G mun droppen? Ja, komm her. Jungs, du brauch hilfe. Drop mal, drop mal. Nice. Ich hab grad vieler noch gedroppt. Ich stopp wieder, bitte. Sehr gut. Ich brauch grad immer noch keine Almonen, aber scheiß drauf. Der braucht Hilfe. Da ist wieder einer mit der Bombe. Ich hab alles von euch gedroppt. Boah. Was machst du denn, du legendärer OG-Skyl Trooper? Du, 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 du. Ey, ich hab, ich brauch Munen. Ich hab selber nix mehr. Ich hab' euch alles gedroppt. Ich hab' auch alles gedroppt. Die Hälfte von S2. Ich hab' selber noch zwang. Ey, wir sind schon immer noch gut high ground, ne? Ich komm, brauchst du Hilfe. So. Wo ist er denn, wo ist er denn? Ich bin hier im Hause. Brauchst du Hilfe, oder was? Im Hause von Anubel. Wo sind die denn? Hier oben ist jemand. Halo Skin Halo. Guten Tag, Halo. Warte, 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 warte. Wir wollen uns alle pushen jetzt hier oben. Dahinten ist noch einer. Ist hier oben, 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 über dir. Ich bin unten. Ey, bro, hier sind noch einige unter mir. Watch out, watch out. Und, der rush me. Stage one, stage one. Ach, beide. Oh, wie viele hier sind. Ach, das ist Vector. Vorsicht, Jungs, hier sind richtig viele. Vector. Wir wollen alle uns pushen jetzt hier. Wir müssen zusammenbleiben. Ja, komm, 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 komm. Nein, ey, was ist denn das für einer? Er überlebt wieder One Things. Ey, Bro, ich fress Besen, Digga, ich will wirklich One Things. Ich komm hoch. Ja, die haben mich hier, die haben mich hier. Das sind Streams einfach. Wie viele sind da, wie viele sind da? Ey, Bro, ich bin wieder die ganze Zeit alleine, Leute. Ich kann nichts machen. Was soll ich machen? Ne, der war nicht One, der andere war. Sein Kollege war One. Oh, komm. Guck mal, ob die das noch schaffen, um mich wieder zu beleben, Leute. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Ich glaub ja nicht. Bro, der eine war auf jeden Fall richtig One. Nimm die Mühe, hast du die mitgenommen. Gut, okay. Jungs, es geht schon, Till, der kann er mich noch mal wieder beleben. Zu viert. Und dann die zweite Leute, die Challenge, ich hab gesagt, die Leute sind natürlich am durchdrehen, weil das sind noch böse Streams einfach und das sind böse gewesen. Niemand ab. Niemand ab. Bei euch. Ich glaub, Viktor. Da hat, glaub ich, seine Krone genommen. Ja, ist egal, ist egal, ist egal. Macht einfach Doppel-Wiederbelebung. Doppel-Doppel-Trippel-Wiederbelebung. Penta, Penta. Ja, ich bin da. Penta-Kill. Schnell. Stark. Da kommt gegen, ne? Ah, Viktor, Viktor. Sehr gut, super, Leute. Ey, Viktor, fast da. Viktor, fast da. Die sind oben, die sind oben, Jungs. Da, da, da. Markiert, markiert. Ich muss nach oben, ich muss nach oben. Ich brauche mir Loot holen. Ich geh wieder nach oben. Ich geh auch wieder hoch. Ich geh auch wieder hoch. Ich geh auch hoch. Der nächste Finger oben, dann wird man uns auch loben. Ja, Dings und Bricks ist er. Ja, genau. Jungs, ich freue immer noch Moon, ne? Hier, hier, komm her. Ich hab jetzt Moon gefunden. Nice, hab Moon, hab Moon, hab Moon. Habt ihr vielleicht irgendwie Heal-Zeugs oder so für mich? Ich hab zwei Schilddränke, komm her. Jo, dropp mal. Ich bin hier. Oh mein Gott. Tridan, guck mal zu. Komm mal her. Oh, hier kommt noch einer S2 über uns. Ich bin bei dir. Das ist geil, super. Hier, großer Schilddrang. Oha. Der schießt doch dich. Ey, die schießen. Boah, wir müssen hoch. S2, lass mal auf Hi, Hi, Hi gehen. Hi, Hi, Hi. Komm, komm, komm. Okay, ich hol High Ground. Äh, Luft ist rein. Hier ist keiner auf Zeppelin. Ja, die waren links, die waren links. Die kommen mit der Kononenlecht wieder hoch. Das ist das Ding. Bei mir, der fliegt hoch. Das ist Victor, das ist Victor, Bro. Das ist Victor, Bro. Jungs, ich bräuchte Schroten-Mund, Schroten-Mund. Ja. Ich probier das. Danke, danke, danke. Die waren links gewesen. Da, dahin, dahin, dahin. Ja, lass die lasern. Ich seh's, die sind im Wasser. Ja. Hat 26er. Ja, was probierst du? Oh, mein Gott. Hat 27er. Versteck dich hinterm... Okay. Wir müssen gleich in die Zone, Jungs. Oh, ich werde attackiert. Von wo ist die Frage? Reboot, Reboot, Jungs. Reboot, Reboot. Reboot, Reboot. Ich komme. Werbung Ende. Leider ist das Stream-Styper, Jungs. Ich schon wieder Ferdinand. Ja, du bist noch. Warte, warte, warte. Dani, ich hol ihn für dich. Ja, jetzt ich. Vorsicht. Guck mal, guck mal. Ich hol unsere Flashes. Oh, 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 oh. Hast du ihn? Hinter uns? Nee, es heißt Harry, es heißt Harry. Hier ist noch einer. War das Victor? Über uns. Über uns. Über uns. Über uns. Über uns. Junge, weg zu. Das ist der Skull Trooper, Bro. Der muss echt zum Ende zu uns kommen. Der muss echt zum Ende kommen, Bro. Der muss echt zum Ende kommen, Bro. Okay, wir müssen in die Zone. Ey, Skull Trooper, was geht? Ich geh jetzt noch mal auf Heide. Oh, auf den Bergstebärche. Naja. Der hat minus 50, äh, minus 70. Ich geh hoch hol den. Ey, schade. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich. Ey, Stu, komm mal hoch. Ich hab nen coolen Trick. Was hast du denn schon? Ich seh den, der geht im Panzer. Guck. Wenn du genau hierhin springst, schläfst du nicht. Jungs, der ist ein Eck, der muss ja mit mir in die Zone rein. Der ist im Doppel-L. Der ist so ein, Leute. Doppel-L wie Doppel-Loser. Der kommt da nicht raus. Der kommt. Da, 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 da. Der heult, der heult. Der heult, der heult. Der kann ich's machen. Easy. Zöhnchen kommt. Das hochgehen. Ja, das hochgehen. Ich wundere, hier ist der Skull Trooper. Ich wundere mich. Jungs, auf den Turm hier vorne. Ja, ich kann. Nein, da sind welche. Wir müssen auf den Turm, das ist wichtig. Lass sie einfach zu viel draufpustieren. Der Turm, der weiß halt. Der Weisheit, die Weisheit, das Weisheit. Hinter dem Baum ist auch jemand. Hinter dem Baum ist auch jemand. Hinter dem Fisch! Ja Bro, wo sind die anderen? Hä, wo ist jemand denn noch, Bro? Es ist zu viel, Junge. Ich gebe ihn gerade so. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Pass auf, da sind zwei andere. Die kommen gerade hoch. Komm rein, wir kommen rein. Nice. Mach mich, dribble, dribble, dribble. Dribble, dribble. Über uns ist er. Zwei Leute sind zu mir gekommen. Ich klettere, ey, wir können nicht hochklettern. Ich habe spray, ich habe spray. Warte, 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 warte. Einer noch. Ich brauche auch unbedingt hier, Jungs. Ich habe nichts mehr. Warte, ich habe hier, Essie, ich droppe dir hier. Mad Kid. Sehr gut. Da hast du noch Mad Kid? Jetzt haben wir noch einer. Ja, die sind über uns. Über uns ist keiner mehr. Okay, dann unter uns. Hier, hier, hier. Einer net. Ich bin net. Nice, 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 nice. Schüppel, schüppel, schüppel. Ich bin einfach gerade auf einen geholt, ist sehr wichtig. Ich schieße mich, Leute. Da kommt noch einer. Ich heil dich. Pass auf, du nicht angeschossen wirst. Ich schieße zurück, ich schieße zurück, Jungs. Du hast gute Posi, du hast gute Posi, Bro. Das ist super. Ich habe 4 Minis, ja. Der ist abgehauen. Lass doch kurz hier raus, lass doch kurz hier raus. Wir können auch hier uns verstecken hinter diesem Minis. Ich habe gute Position, Bro. Hier. Ich habe zu viele gedroppt. Der ist Hit. Zwei Hits hat er. Ich habe keine Mad Kid mehr. Spray oder so, Spray, irgendwas? Ich habe, nee, 10 nur. Komm her, komm her. Okay. Rechts oder Staddy, da? Markiert. Ja, im Busch ist Dings drinne. Nee, nee, das ist StreamCyper. Das ist ein guter, das ist ein guter. Oh mein Gott, noch mal, wer vorhin? Oh mein Gott, im Busch macht echt Auge. Ja, der ist Busch, der nervt, richtig. Wir müssen hier nach links rotieren. Ich habe Dings hier, ich habe Feuer. Ich habe Feuer, ich habe Feuer. Auf Busch. Dann kommt das Fleisch. Ich habe das Fleisch. Busch und Feuer. Feuer im Busch. Gutes Feuer. 27er. Ja, oder ab, der, oder ab, der. Alles brennt, alles brennt, Jungs. Echte Seite. Oh mein Gott, das ist crack. Das ist ein, das ist ein. Joko, ist das Fleisch? Wenn du doch Fleisch, wenn du gönnen willst. Parampfleisch. Parampfleisch. Jungs, die sind vor uns, vor uns. Echte Seite. Da, da, da. Er ist da drinnen, Jungs. Habe ich. Tag. Ich verhebte C4 rein. Der drückt mir jetzt. C4 Action, let's go. Wo oben ist noch einer. Der ist down. Wow, der eine haut ab. Der ist down, ist down, ist down. Hinter mir. Habe ich, habe ich, habe ich. Streamstabung und seid ihr, müsst da gerade kommen. Hier drinnen ist einer. Hier drinnen ist einer. Der rennt rum. Jungs, der rennt rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wir müssen jetzt Ritual machen heute. Ey, wir müssen jetzt gucken, ob er eventuell schafft, den Sieg dieser Runde zu bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das müssen wir gucken, weil, wenn du, guck mal, nimmt mal hier diesen Bunsenbrenner. Der Bunsenbrenner. Der Bunsenbrenner. Okay. Okay. OG Skull Trooper. Du musst dich jetzt beweisen. Also. Wir schenken dir den Win. Warte mal. Komm mal hier in die Mitte. Da muss man in die Mitte kommen. Und Bro, er muss mehr Kronen haben, als mindestens einer von uns. Okay? Oh mein Gott. All right. OG Skull Trooper. Mach deine Kronen. Ich hatte gar keine. Mach deine Kronen. Ich hatte gar keine. Ich hatte gar keine. Hast du mehr Kronen als Stani? Ich kann den den Boden nicht machen. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Er hat Null. Nein. Stani, Zeug, zeig nochmal, Junge. Zeug, zeig nochmal. Nein, noch nicht. Gib mir noch einen Tag, dann zeige ich euch. Leute, es tut mir leid. Bunsenbrenner-Kill. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ja, ich habe ihn. Bleib stehen. Krieg nicht. Nein. Er jagt dich in die Luft. Er jagt dich in die Luft. Okay, okay, er sagt, wenn ihr jetzt noch einen Schritt näher kommt, dann werde ich euch färben. Hey, beruhig dich, Alter. Beruhig dich, kriegt man einen Einzelnen. Beruhig dich. Jungs, 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 ich heb sein C4 auf. Ich habe sein C4 aufgehoben, ey. Jetzt können wir weiter machen. Oh, er macht wieder, er fängt wieder an mit C4. Oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, er hat wieder gelootet, jetzt habe ich auch eins. Oh, ihr wurdet gebannt. Ihr wurdet gebannt. Ja, wir nicht. Nein, das habt ihr davon. Das habt ihr davon. Let's go. Warum immer ich? Geil. Jetzt habe ich keine Krone dadurch bekommen. Leute, checkt die Jungs an, was du hast gewesen. Like und Abonniere, schreibt es in C4, bitte. Warum ich? Warum immer ich? Warum bin ich so ein Pechvogel immer? Ey, es ist zu, du kannst nicht sagen, sonst hätte immer ich gebannt. Ziu wurde gebannt. Ziu wurde gebannt. Ich sage mal so, hat er auch verdient. Einfach gebannt worden. Ey, geile Runde, Leute. Wir haben eine schöne Krone bekommen, geil. Nice. Ja, freut ihr euch jetzt? Ja, jetzt machen wir die nächste Aufnahme, wenn ihr Bock habt. Ja, komm. Prima, lad mal rein. Habe ich schon. Äh, da würde ich das machen, was ich vorhin gesagt habe, Stani, mit Dingen, oder wolltest du das machen? Ne, ne, mach mich. Zufällige Random Boss Challenge. Ne, lass mal Random Boss Challenge. Okay. Also Leute, ihr müsst jetzt, warte, Gruppe einladen. Ne, lad du mich mal ein, irgendeiner von euch hier ab. Ja, ich hab dich, warte. Ich, Stani, du musst Wünschwürg auf zwei setzen, ne? Ach so, nein. Oder auf drei. Weißt du, was wir haben? Zwei oder drei. Wir haben jetzt Zweier, gerade. Kronen haben jetzt 24, Wünschwürg zwei. Schade, dass ich keine Krone bekommen habe. Aber wollen wir eine Wette abschließen? Was für eine Wette? Markiert mal die neuen Bosse. Wenn ihr heute schlafen geht und morgen aufsteht, hab ich 45 Kronen. Ey, ich hab dich eingeladen, oder? Bin ich nicht reingekommen? Ich auch. Auch. Okay, geht mal in Bette Pass rein. Okay. Markiert mal als Favorit die neuen Bette Pass-Skins. Halt so viele, wie ihr habt, ne? Markiert die alle? Nein, nein, nein. Die Rest muss ich rausnehmen. Oh, die muss ich jetzt immer noch raussuchen, Leute. Aber ich hab ja nur, ich hab nur zwei, glaube ich. Ja, ich hab nur Gunnar und Zuki. Ich auch. Der muss auch raus, der muss auch raus. Spider-Man, auch raus. Der muss auch raus, Leute. Ja, ihr könnt einfach, geht auf Filtern dann vor kurzem erhalten, dann ist das schon die oberste Reihe, Jungs. Ja, genau. Ich hab nur Zuki und Gunnar. Also ich mach jetzt alle Battle Pass-Skins quasi. Genau, die neuesten. Geh einfach vor kurzem erhalten. Ja, ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. 3, 7 sind das. 7, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doch, 7. Ja, 7. Habe ich Favorit? Genau, jetzt müssen wir ganz kurz festlegen. Das Intro mach ich eh später dann selber nochmal. Ähm, ich würd' sagen, zum Beispiel Zuki, ne, weil das sind halt relativ, die sind ja relativ am Anfang von Battle Pass. Zuki ist grün, nee, Zuki ist grau, dann hab ich hier Chiara, Chiara ist grün, Gunnar ist, äh, blau, ähm, Erisa ist lila und die anderen zwei... Achso, wir machen einen random Skin-Challenge, meinst du? Genau, genau, genau. Achso, ja, okay. Und Doctor Strange, wer Doctor Strange bekommt, der darf alles aussuchen. Also, imaginäre ist, die Irim, Imigan, I, 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 I Aber ich mache auch Blackstream. Danach könnt ihr ja sehen, selber. Random auswählen. Komm, ich mache nochmal random, Leute. Dann mache ich Cam-Gruß, dass ihr euch überraschen lassen könnt im Stream. Wer den Marvel-Skin bekommen sollte, also hier, Dr. Strange, der darf alle Items auswählen. Was ist, wenn Salesforce den Zellen bekommt? Oder allgemein jemand den Zellen bekommt? Ja, dann ist das halt so, ne? Ja, okay. Ja, was soll ich denn dazu sagen, Leute? Oder wir lassen uns einmal sterben, Bro. Oder wir lassen uns einmal sterben zum Anfang. Oder wir gehen direkt aus der Runde raus, die kriegen wir in 9. Haben wir keinen Kronen mehr, aber... Wieso, das ist doch trotzdem cool, das ist doch trotzdem cool. Lass es einfach so machen, dann. Okay, dann habe ich grüne Skins. Ganz, ganz kacke. In der Runde haben wir doch sowieso neue Skins. Stimmt, in der Runde haben wir echt neue Skins, glaube ich. Real Rap? Ja, ja, ja. Das wäre geil, Leute. Also hier, ihr seht, das ist Zufall. Ihr, damit ihr auch glaubt, Leute. Zufall. Ich bin gespannt. Gleiter wechseln! Oh mein Gott, Patriot, guter Koi. Warum Gleiter? Achso, ja, gleich lassen wir. Wunderbar, scheiße. Schnell einfach erst mal das aussehen, bevor wir in der Lobby landen. Ich bin gespannt, was ich für Waffen spielen darf, Leute. Ich bin echt gespannt. Ich finde immer, wenn es um Aufnahmen geht, spiele ich da nochmal richtig ernst. Also gerade auch so wieder. Ey, yo. Gleich müssen wir kurz mehr P-Machen. Ey, bro, die Dings ist auch... Also ich muss mal 6 Tagen, die Wartezeit ist absolut frech, ne? Hier ist mein Wart über eine Minute. Bro, ich hoffe, dass ich Dr. Strange fiehe, da kann ich mir aussuchen. Ich glaube, da will ich mir blaue Waffen ausnehmen. Also Dr. Strange darf es nicht aussuchen. Ich hoffe, ich bin Gunnar. Da habe ich blau, ihr Beste. Der Gunnar ist aber so fett. Der nervt. Was ist nochmal diese Zuki? Zuki ist grau. Zuki ist grau, okay. Ich glaube, da ändert sich auch nichts, Jungs. Keine Ahnung, ich glaube, da ändert sich nichts. Nee, nee, ich glaube, die Skins rein. Ich glaube, die Skins rein. Ja, ja, safe. Kurz RP, wir tun so, als ob wir die Skins noch nicht haben. Wow! Wow! Ich hab Grüne Macht, Bro! Ey, ich hab Zuki bekommen, Leute. Das heißt, ich darf nur graue Items bekommen. Stace, okay, du darfst Glow und Trinern auch auf Glow. Wir sind die Blüter. Danni darfst grüne Items. Wir haben wirklich eine Kombination mit echt komischen Items, Leute. Das heißt, keine epischen, keine Legendaries, nichts, keine OP-Waffen. Mal gucken, ob wir diese Challenge überhaupt schaffen mit so scheiß Items, Freunde. Deshalb drückt uns da die Daumen, droppt einen fetten Like und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! P.E.O.S. K.E.O.S. 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 Jungs, seid ihr bereit? Ja, ich muss gucken, dass da grüne Waffen sind, ne? Aber eigentlich sind grüne Waffen nicht so selten. Ja, und das Ding ist graue Items, okay? Ich sag dir, die Augen grau ist trotzdem OP. Bro, die Augen grau. Ich spiel lieber die Augen grau als eine legendäre Ranger. Überleg dir das mal. Ey, die Ranger-Waffe kannst du eh nehmen. Ranger-Waffe ist hartzutem Müll. Ey, so crap. Oh mein Gott, hier sind überall graue Waffen, wie TF. Hä? Ich brauch blaue, Jungs. Ich brauch so viel blaue. Oh, Leute, das sind grüne. Ihr dürft theoretisch die Items für mich looten, ne? Und andersrum. Oh mein Gott, ich hab direkt eine grüne Waffe, wichtig. Oh, dann machen wir, wer am Ende mehr Kills hat, oder was? Können wir gerne machen. Jaja, klar, das ist ja keine Challenge, Bro. Oh mein Gott, ich hab schon zwei grüne Waffen. Mir ist direkt einer? Zwei grüne Waffen, Leute. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Bist du da down gegangen? Ja, er ist da nicht direkt weg. Er hat dich ja weggelasert. Oh mein Gott, wo sind denn Gegner? Wer am Ende die meisten Kills hat, gewinnt die Challenge, ne? Ich hab gar keinen Moon. Ja, ich hab den ersten Kills. Ja, ich hab den ersten Kills. Ich hab den ersten Kills. Ey, verdopp, du hast den ersten Kills. Ey, verdopp, du hast den ersten Kills. Ey, hast du ein bisschen Pump Moon? Ja, wenn du mich hielt. Ey, Jungs, ich will nur sagen, ich hab den ersten Kills und damit gehe ich in Führung, ne? Ey, ich hab auch den ersten Kills schon. Ey, komm mal her und rette Stace. Warum muss ich jetzt Stace wiederbeleben? Warte, ich kill den Bot. Warte. Oh, ich hab den Punkt. Richtig. Ich bin voll green ausgerüstet. Let's go. Wie viel darf ich nicht benutzen? Ey, ich geh direkt vor Schluß. Ey, 52 Euro, ne? Machen wir? Äh, Trina Stace, ich glaube nicht, dass ihr dabei seid. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei, Bro. 50 Cent. Komm, 1 Euro machen wir heute. 1 Euro. 1 Euro, da bin ich dabei. Panzer, Jungs. Panzer, Panzer, Panzer. Klappe, Klappe, Klappe ist auf. Klappe ist auf. Er hat Big Damage, Bro. Mit blauen Waffen. Was? Ich hab nur noch Auge. Er verrückt reingeht wie sonst was. Nein! Doch. Wozu? Schießt auf die Klappe, schießt auf die Klappe, Jungs. Ich hab Trinas Auge geklaut. Klappe, 48er. Weg mit dir! Oh, mein Gott. Ich hab einen. Elias. Knacks Elias. Nein, ey, guck mal. Leute, das gibt's nicht. Ich hab mehr Damage gemacht, aber ist egal. Komm weg mit dir. Ist egal. Was hat er so Tolles? Ja! Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei, Leute. Ich bin. Ein Jungs zu reboot jetzt mal auf Ehre. Oh, ich reboot. Okay, wichtiges Item, Leute. Guck mal, Space Cloud, alles von mir. Schade, ich hab deine Augen. Ey, wir sind ja alle am Stream, Leute. Das heißt, wenn irgendeiner mit einer anderen Waffe auch einmal nur eine ausversichtigt, ist qualifiziert, Bro. Also, wenn ihr einmal ausversichtigt, mit einer anderen Waffe schießen solltet, seid ihr komplett down. Rebootet doch, Jungs! Jaaaa! Jaaaa! Ich bin perfekt ausgerüstet, Leute. Boah, ich wollt grad sagen, gibt's noch eine Auge. Ich hab mein Setup jetzt komplett. Ich hab mein Bild. Stopp. Ich mach hier, was ich will. Ich hab die Auge und meine SMG. Stopp. Das war's. Endlich. Endlich. Guck die Stace den 31er an. Die hat dich nicht mal an Dingschen. Jetzt bin ich gespannt, welcher es hier rauskommt. Ja, es hat Ehre los. Ja, ich bin Team Blau und ich muss mir ein Team Blau ausscheiden. Ihr dürft kein Schild trinken. Doch, doch, doch. Heelser ist immer erlaubt. Heelser ist immer erlaubt. Ich hab's nicht hier gemacht. Bro, ich hab auch nie Wehle. Wovon ich eigentlich mitternacht? Jaaaa. Ich bin Stace und denke ich bin einfach... Ey, das Ding ist das Geile ist, niemand dürfen grüne Sachen klauen. Ist ne legendäre SMG. Dieser Moment, wenn du nur die alten Helden kennst von damals. Ey, Asti, Asti, komm mal zu mir. Asti, komm mal zu mir bitte einmal. Okay. Darf ich Schockwelle? Nein, ich hab auch nicht mitgenommen, Bro. Ich hab auch nicht mitgenommen. Eigentlich ist das schon erlaubt, weil Schockwelle ist keine Waffe. Ah, ja. Also ich hab dir nicht mitgenommen. Ey, gib mir einen und ich gib dir auch einen. Asti, komm mal zu mir. 1 für 1. Richtig, Asti, komm mal zu mir. Lass mich raten. Ey, dürftest du jetzt... Zeig mal deine... Hast du ne Auge schon, ne graue Auge? Ich hab ne Auge, ja. Dann nicht. Ey! Was passiert? Was habt ihr gemacht? Bro, bitteschön, SU. Nein, ne graue Auge. Du bist so ehrenlos. Okay. Okay. Nein. Schreibt selber eure Meinung zu diesem eklen Kleid in die Kommentare. Nein! Warum spielst du so eklig? Ja, ich wollte doch... Stani hat ne gläudende Krone dadurch. Winn mir doch den Euro, den ich gewinnen hätte können. Ey. Okay, ich find ne neuer Auge. Ich find ne neuer Auge. Ich sag euch. Also... Bro, ich bin... Ich bin halt zu naiv manchmal, weil ich immer an das Gute von den Menschen glaube. Nein, war doch cool, dass du mir die gezeigt hast. Bro, das war doch lustig. Bro, ich dachte, er will mir was cooles zeigen. So im positiven Sinne. Aber natürlich war das natürlich komplett negativ. Aber ist auch egal. Kann ich mir von nem Automaten was kaufen? Ja, du wirst safe nie wieder ne Auge finden, Bro. Nie wieder. Das Ding ist, die anderen Spieler spielen ja auch keine Gronen Auge. Die grauen Auge sind auch selten. Ja, das ist scheiße, ey. Ja. Was ist da drinne? Hm. Oh mein Gott, bitte, dass was rauskommt. Also, ich hab guten blauen Loot. Ich hab guten grünen. Ich muss wegen Stanni. Jungs, da komm ich zu uns. Sturmranger Waffe nehmen. Oben sind welche mit Dings hier. Der Sturmranger ist doch geil. Oh mein Gott, Stanni geht da rein hoch. Das war's so Stanni. Friedan, hast du wenigstens noch ne Schockwelle für mich? Ja, ich will den Kill haben. Ja, ich wollte ja eh teilen. Ja komm, wir wollten teilen. War nie dead. Dann hab ich übrigens eine Fluchtmöglichkeit nach der Aktion. Oh, der ist high, der ist ganz high, glaub ich. Geht denn los? Ja, man kann ihn auch nicht vertrauen. Wo ist der? Gib mir S1. Easy Kill für mich. Nein. Easy Kill für mich. Sieht ihr? Einfach nur Karma wieder, Leute. Die Auge wiedergefunden. Ja. Kannst du mir noch mal deine Auge zeigen, Essil? Lass nach Tilted, Jungs. Let's go, Jungs. Zeig mir noch mal deine Auge. Ey, guck mal Essil, seid auch froh. Ich hab Gold für dich ausgegeben. Wie cool ist das denn? Bro, dein Gold kannst du dir so tief in dein Nasenloch stecken, dass du einfach daran erstickst. Boah. Schau. Ey, Tilted Gegner, Tilted Gegner, Tilted Gegner. Tilted Gegner. Bro, dein Fall ist Corona-Test. Ey, wartet auf nicht. Vielleicht auch oben, ich weiß nicht. Nö, ich schenk dir auch keine Killstores. Was laberst du? Ey, guck mal, was die hier gemacht haben. Was habt ihr denn da gemacht? Trina, guck mal, bitte. Haben die den Ausgang versprochen? Oh, da sind welche. Ich werde sogar gejagt. Mir nicht. Ich werde gejagt. Da ist mit der Moon. Ich brauche noch Alten zu uns. Was geht da mal raus? Guck mal hier rein, Leute. Spreng klar. Oh mein Gott. Nein, der ist wund. Nein! Oh mein Gott. Ich klaus mir den Kill. Ich klaus mir den Kill, du ekliger. Es gefällt mir ganz und gar nicht, was der für eine Scheiße macht. Wer? Ich muss raus. Ich hoffe, ihr werdet alles machen. Ich hoffe, ihr werdet alles machen. Ahahaha! Let's go! Ehrenlos! Noch ein bisschen zu langsam unterwegs gewesen. Oh mein Gott, Granaten! Granaten! Granaten, Vorsicht! Ey, gefühlt bin ich schneller einfach damit. Oh, der ist hier. Der ist hier im Haus. Oh Gott. Das ist eine EU-Wache. Nein, 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 nein. That's so one. Stails muss den Kill! Ja! Nein, ehrenlos! Ja, wichtig! Das war wichtig, dass Stails kill. Boah, das ist so ein Rick. Jetzt ist alles ausgeregt. Hier ist noch einer! Was? Nein! Das ist meiner, ey! Oh mein Gott, ja! Ich hab drei Kills! Was? Wer hast du denn bekommen? Ich hab drei Kills! Oh mein Gott! Drei Kills! Oh mein Gott! Drei Kills! Bruder? Ja, das ist meiner. Wer hat mir den schon wieder geklaut? Hä? Wir haben... Hä? Ich hab einen Durst ein. Stimmt. Wo war ich wieder zu lange gebraucht habe? Schau! Es ist wie viele Kills hast du denn? Ich hab einen Kill. Also ich hab drei. Wer ist da gerade eine Führung? Ich auch, drei. Ich hab beide drei. Oh, drei, drei. Kopf an Kopf. Ey, ich muss ganz schnell... Ey, ich muss Stanni jetzt einfach hops nehmen. Halt! Ich quill Stanni einfach so ein kranker Loot, Leute. Der Loot ist gut. Und das wäre ja auch. Wie viele wins habe ich? 28? Oder was nochmal? 28 wins. Kann man eigentlich, Leute? Jo, klappt! Boah, das ist auch ein geiler Job. Geiler Weg, Leute. Stace, warum hast du wenig AP? Weil ich keinen Healer habe. Stace, hast du vielleicht einen Gegner gesehen? Nee, weil ich keinen Healer habe. Weil ich keinen Healer habe. Ich sehe halt keine Gegner, gar nicht. Kann ich mal mitkommen willst? Let's go. Oh! Die Team, man! Ja, nice. Nee, ich team nicht, aber ich will mit den Gegner. Was arbeitet ihr? Oh, mein Gott. Das ist ein ganzer Squad, ja, ja. Wollte ich gerade sagen, man kann nicht so logisch Squad, Mann. Ich will halt nur die Kills. Jungs, ich sag mal so, es wäre vielleicht nice, wenn ihr ganz kurz mal warten würdet, so auf die ihr hört. Nee, nee, nee. Nee, das geht doch nicht. Ich finde halt keine Gegner. Wenn ich nicht wieder da ankomme, sind die down. Was soll ich denn machen? Nee, Gott. Er ist so one. Das kann ich sagen, dass ihr das überlebt habt. Bro, das schell ich auch nicht. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stace, komm, wir spinn zusammen, ey. Komm, Bro. Lass da hin. Aber beleben wäre schon eh eigentlich, ne? Nein, nein, nein. Wie, nein? Wir haben auch recht zusammen gespielt, Stani und ich. Stani? Bro, was labert ihr? Ey, ich bin auf down. Nein. Stace, komm, wir machen das jetzt pro-like. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Stace, komm zu mir. Ja, aber wie oder wie? Ja, ich muss jetzt erst mal hier. Wir haben ja gesagt, wir pushen. Ja. Ich hab gepusht. Waren wir? Ganz anders. Waren wir? Komm zu mir. Vielleicht hilf mich. Nein, nein. Geh nicht. Dann komm zu mir lieber. Sie sehen mich doch nicht. Ich kann ihn doch von hier abschieben. Ich bleib hier, wo ich bin. Du kannst mich healen, Bro. Du kannst mich healen, Bro. Einer cracked, der Lava. 20 OP. 20 OP. Ich werde eingehissen von hinten. Ey, Jungs. Ich hab doch gesagt, man kann mich easy healen. Das ist nochmal ein anderes Team. Die werden Eingriff von einem anderen Team. Läuft? Nein, 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 nein. Hilfe. Hilfe. Ja, wiederbeleben müsst ihr schon. Safe. Nein. Bitte verreckst. Verreck doch. Nein, das ist ein Bro. Das Ding ist, ich brauche die Hilfe von den Jungs. Nein. Finish it. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast keinen Heel, Bro. Das ist ganz eklig, Leute. Ich hab eine Schockwelle. Ich muss kurz warten. 50 HP bekommen. Äh, Alter. Kanone. Kanone meine ich. Ja, Kanone, Kanone. Stace vom Voodle. Da ist rechts ist, ähm, Munitionskiste Bro. Ja, na ja, ja. Bigi, 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 bigi. Bisch aus in Tilted, Bisch aus in Tilted. Auch gut, auch gut. Trink die vielleicht erstmal. Bisch aus Tilted oder was? Bisch aus in Tilted. Bisch aus in Tilted. alles gut machen ganz geschmeidig guck nur kurz wo welche sind und dann eventuell da ist ein panzer kann ich erst recht nicht in da können wir es hilft nicht in let's go ich habe kurz noch mal mit 2000 stein ist auch wichtig dass das halt auch grauen ganz niedrig benutzen aber die panzer feite gerade gegen die anderen das ist gut ich wollte nur ein team machen der typ der drinnen die feiten gegeneinander die feiten gegen panzer fand das alles team muss ein kicker ist leute einfach nur ein kicker essen das war schon so wichtig aber ich habe hier keine gute sicht das das problem an die karte noch 120 kunden ja das reicht safe nein die klauen dir den kill die klauen dir den kill und der impulsgranaten mein gott die wir machen das leute oh das ist endstrom bro du musst safe holen holt lieber safe und dann lass mich der kämpfe da richtig so viel und gesehen ja ich habe ihn gesehen werft schild das schild du hast einen dinger aber ich habe auch einen fetten baum panzer schüßter panzer schüßter panzer schüßter nicht zu mir oder doch doch du kannst alle drei holen weiß wie krank das ist die runde nicht gewinnst das stimmt ja auch nicht dann ich muss mich erst mal ein ich will fokus erst mal auf meine heilung legen ok ich bin gespannt leute es ist das schafft oder es ist wie hier keine ahnung freunde was passiert hier nur aber ich sage mal krieg ich aber wirkt auf klub ob du leichter lang noch bandagen aber mit bandagen kann ich jetzt nichts großartiges machen was ist hier nur los weil ein bisschen gemüse wäre auch geil so ein kleines bisschen gemüse war da gerade jemand weiß ich nicht pro stand ist halt auf k jetzt habe ich es geht es es geht es geht es geht es geht es kann ich auch stehen ich kann ich auch stehen ich kann nicht aufstehen ich wusste es ich wollte auch den duftel King nicht neue runde wir haben jetzt neue skins auch so eine schöne runde aufnahmen und alles schade so Leute welches skin kriegen wir jetzt ich bin gespannt welches wir jetzt haben ich habe legendäre waffen es wird auch legendäre mir epische ich habe epische ach man das zurück machen ich konnte mich nicht tun so dass ich mache ich mache den rein und jetzt warte zu voll zu voll zu voll da warte da mache ich auch nein nein das bringt nichts das bringt nichts das bringt nichts das bringt nichts ja ok ok bump ready egal grau waffen so ein meter oh mein gott grau Stani was hast du das legendär ja viel spaß eine zu finden wie heißt sie er wird einfach ohne waffe rumlaufen aber du mal upgrade bro ähm nein lass ohne ja patriot das wäre die aufnahme wieder das tut immer weh wenn man so eine geile aufnahme hat und dann so keine ahnung was so kaputt geht oh 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 mein gott das heißt ich darf nur epische waffen ich darf nur legendäre waffen verwenden ich darf nur graue items benutzen das ding ist wenn ich aber erstmal eine legendäre waffe finde wäre das dick ich sag mal so Leute ich glaube ich finde am Anfang gar keine epischen waffen das wird richtig eklig für mich für Stani wird es auch unnormal eklig aber die jungs können direkt fette kills machen und wir machen natürlich hier eine challenge draus 1 euro kriegt der sieger am ende wer am meisten kills macht genau eine challenge nochmal unter uns also die zufällige random boss challenge mit meiste kills in season 1 um 1 in fortnite season 2 ist das ja schlimm bro ich stand da aber woanders verstehe ich weil ich muss waffen suchen wir gehen am besten command carvern oder ne ich gehe woanders ich muss überlegen wo kriege ich da müsst ihr alleine gehen leider ich muss legendäre waffen ich stoße dann zu euch sagen wir mal so es macht Sinn dass wir Tresor sogar aufmachen jungs ich brauche eure Hilfe kommt zum Tresor ne wir helfen dir nicht deine waffen zu bekommen ne bro was soll ich machen ich muss legendäre waffen suchen denkst du ich find da ja lasst ihn wir brauchen ihn eh nicht wir brauchen ihn eh nicht ich komm mit hier sind x bro hier sind drifter komm ich hier mit drifter zu euch blaue pump nice oh ne epische ne epische pump ok stays ganz ganz wichtig krass er weiß dass es um ein euro geht leute er gönnt halt mir wenn ich ein euro gewinnen sollte blau nein ich brauch grau die sich gerne mal den euro in die husentasche einstecken oh mein gott starkes gameplay oder noch eine epische sniper nein doch doch ich werde damit treffen aber alles erfüllt was ist mit dingens ich habe diese grauen steilplatten die darf ich auch benutzen weil das keine waffe ja ja du hast du nur waffen und hier dürfen wir auch alles verwenden ja hier auch hier dürfen wir auch alles benutzen richtig ich glaube es nicht komm noch eine epische das wäre so wichtig keiner von uns hat das bedeutet keine blauen und so wichtiges item oh mein gott sag nochmal runter leute ja da bords natürlich macht ihr bisschen ich muss ein kill einfach nur auf schnelle welle machen das wäre geil wenn ihr mir eine legendäre waffe besorgt könntest ich werde damit richtig glücklich werden wenn ich den nächsten ziel der ist nur die karte das ist ja nicht gut wie das eine aufnahme aus oh mein gott was ist passiert ich kann es nicht beschreiben ich kann es nicht beschreiben aber sind hier überhaupt gegner nice 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 die sind gar keine gegner kann das sein doch doch sind wir eine legendäre mp für dich nein abwehr oh mein gott ich habe selbst eine legendäre waffe leute ich habe auf jeden fall eine legendäre waffe leute ich muss ins wasser leute das war ich jetzt schon ich habe dort gegner gesehen ist hier noch jemand das war es komplett mit dem der arme stand einfach ich finde keinen oh mein gott da ist ja er überlebt das das war das löwe nein der hatte sogar auch epische waffen oh mein gott ich liebe sachen hast du denn bitte aber ich habe doppelte sachen gefunden weißt du ich habe die pappel schaue und die sniper und das bringt mir gerade nichts ich brauche noch eine smg c4 ist auch anlauf für mich ich weiß nicht wo du eine smg her bekommst mhm c4 nehme ich mitkommen für alle fälle wo bekomme ich denn eine epische ja dann musst du kurz zu mir kommen denn bleib genau erstmal da wo du bist und guck zu mir guck mal das hier bringt mir eh nix so weißt du aber ich habe das ja ich habe euch eine karte holen ja alles gut versuch mal seine karte ich krieg die alles guck mal her das hier bringt mir nix aber ich hab das weißt du was ich meine du musst mir schon was dafür anbieten aber das problem ist darfst du das überhaupt benutzen eigentlich ist es doch stand der einzige benutzen darf das heißt wir brauchen stanni dass er das hier für uns aufmacht aufmacht ok wir müssen die holen leute du musst Stanni holen damit er für uns Tresor aufmacht aber ihr bleibt es wieder ach ne ich behalte die karte dann kann ich dann stand ja ein deal machen aber ihr ist kein gegner mehr oder vielleicht will ich euch aber auch nicht da rein lassen doch guck mal wir gehen jetzt extra den ganzen weg du hast eine chance jetzt bei der challenge mitzumachen um 1 euro zu gewinnen und dann machst du so eine politik wieder 1 euro mit den euro nicht wert ist euro nicht wert genau aber ich sag mal so leute bis ihr euer komischen kram da fertig habt muss ich erstmal auf jagd gehen ey nix komisch mach doch schon mal mit dem reboot werden gefasst auf mich kurz erstmal noch ein bisschen party machen da hol ich ein auto und dann geht's ab das ist ein gegner und grüßig wir holen leute komm ein gegner muss dir doch sein ist das sind ein gegner da hinten nein da ist ein schweinchen ein schwein Leute bist du ärgerlich egal kling mir hin am besten ist halt immer wenn so bots rumrennen schade dass du nur bots tötest schade für so eine challenge sind bots wirklich perfekt ich dachte wir sind Freunde aber ich sag mal so stattdessen muss ich gegen endgegner fighten jungs ich kann mich rebooten gebt mich rebooten dann mach ich die kursor auf äh rechts sind rifts ne Triland ja ja ich hab's gesehen smg auch quere auch nochmal ganz schmerzhaft jungs gebt mich rebooten dann mach ich die kursor auf er ist einfach die zipline runtergefallen aaaaa ja ihr bist verbuggt bro ich hab die karte nein da wurden sogar Leute wiederbelebt Travis Scott das war bug das war kein Fehler von mir es war bug hey jungs hört ihr rebooten oder eh bei mir geht die reboot nicht ich glaube dass ihr nicht rebooten könnt ich mach schon so ein extra krass und clay schlecht bitte wir müssen die Kappe von aufmachen aber um 90er schmeckt ey da sind ja ok sorry du model oh 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 es gibt bei euch gerade ab und die geben zu krank dieser spider-man skin herrlich freunde jetzt wird sie will ich gar nicht feiten eines dort hätte ich eine aug leute dass er so geil mit einer aug also jetzt muss ich auch noch stand nicht wiederbeleben oder was muss ja gerade alles machen hier so einen schönen hätte drücken ihr habt gerade gesehen ich mal hätte etwas gebracht ich habe den typen 190 er gedrückt vorhin und der überlebt das kommt ein hochrecht kommt irgendjemand muss eine fernkampfwaffe ich habe eine fernkampfwaffe als neuer auf die rüte hast du nicht was ich glaube mit dem typen nein 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 und wenn du den holst der wird heulen der ist ein tausend meter ich sehe noch gar nicht mehr ich möchte man sich echt nicht anlegen beim panzer oder was der panzer ist jemand du könntest panzer die klappe rausschießen nein nein geht da nicht hin schließt der panzer direkt hin um neunziger ich muss da hin leute warum wurde der kicker ist oh mein gott da sind noch zwei leute oh mein gott oh mein gott ja ist klar trina so viele kills gemacht gerade nein nein das waren keine ich habe mich schon gewundert ich werde da geht um das noch der ding der der panzer sauer noch die band kaputt was kannst du mich echt holen der panzer sieht mich von hier nicht echt pro der fokuss ich nicht er sieht dich nicht ja warte warte ich mache das ich habe ich bin so ein herz ich habe überhaupt keine ahnung das gibt ja man steht da hinter der wand danke gleich ist eine gott bestand ich würde wir bleiben wir können gleich zu dritt probieren muss man den panzer nicht machen jetzt langsam das schutz langer da werden wir ihn wieder ich muss hier oh nein das ist der spiderman der ist krank ich brauche dann hilfe ausgenommen ja warte 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 komm her pass auf ich habe keine smg oder so und diese probleme fünf jahre nach wir machen das machen wir müssen ich eh wieder beleben das schaffen wir die runde nicht kommt jungs wir müssen uns wieder beleben die aufnahme ist okay oh mein gott ich brauche spray ich hole eure karten ich hole ich mache mir 70 80 ok leute welches können wir wieder auf nein das ist das machen wir sicherlich das macht bock welches geben wir jetzt haben leute einfach ready geht nicht raus okay mach nicht so und jetzt haben wir alle blau oder was den habe ich bekommen du hast alle blau ich habe grün und ihr habt alle blau das heißt ihr könnt okay die runde hat gerade gestartet werden die neue runde na egal ich mache intro gleich obwohl du intro ey was das denn leute blau ist besser als legendär und die challenge hat noch keiner geschafft das ist das gute wir sind die ersten ihr seid einfach meine bodyguards ihr fetten Schweine was sagst du da das war hart oh nein oh mein gott du bist unser bodyguard du bist unser bodyguard ha 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 let's go ok let's go so freunde wo landen wir markier macht kämgros 1 achso ja stimmt 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 ok leute guckt mal wen ich bekommen habe ich habe einen grünen skin bekommen das heißt für dich ich habe einen blauen skin hallo ich bin gerade die nur blaue items benutzen dürfen ich bin einfach kaufhausdetektiv jetzt offiziell mit dem auto hallo nicht rennen hier ist rennen verboten ich habe das ja auch stimmt ok leute wohin gehen wir grüne items zu finden wird glaube ich ganz easy die challenge wird natürlich nur gezählt wenn die runde auch gewonnen 1 euro für denjenigen der die meisten kids unter uns bereit zu verlieren ich bin bereit zu sehen ich bin bereit ich habe gewonnen ist schon mein epischen win ich habe gewonnen ich komme aus der vergangenheit ich komme aus der vergangene ich komme aus der vergangenheit oh instead fischkorb ist hier vormier ist wenn ich jetzt das blute es ist voll gut geflogen nicht nutzen ich darf es nicht benutzen also ich darf damit rumrennen aber damit nicht schlossen jungs wenn er einmal aussehen damit schießen soll ich dann seid ihr disqualifiziert okay let's go ich hab die auch gefunden hast du eine blaue waffe gefunden oder was ja ich habe ich habe nicht habe ich habe ihn oh mein gott warte brauche ich komme ich komme ich komme ich komme aber warte ist das gegner jungs können bisschen helfen vielleicht alle tot überliebt mit einem schuss wieder so nervig und dann sieht er mich als ich mich als ich mich ich komme ich komme ich komme in die richtung das ist auch einer frische und das trotzdem das war das spiel aber das machen wir es normal normal war ja das normal ist das aufnahme stopp vor mir vor mir vor mir jungs was macht ihr hier doch noch zum ende der runde zu uns waren die sollen zum ende der runde zu uns kommen jungs schade ist stand die tötete stream striper die sollen am ende der runde zu uns kommen ich bin ich hase geworden und fliege über alle welt das hase geworden oh mein gott habe ich ein gott die alle so viel schild soll ich einmal aktiviert das sind genannt jungs nein ich bin dumm bist du wieder an fall damit wahrscheinlich habe ich da hinten oder ich bin im busch ich muss ganz selber hier ja wahrscheinlich ist ja auch einer ist da ist du brauchst du hilfe wohnen ist das das ist da und er findet stand die bush aber nicht gibt mir kurz steht was auch immer frisch bei mir ein fein noch heftige falls bei mir ist oh mein gott der boom recht auf das dach rückstoß ist krank ganze maus geht nach oben ich glaube das wäre einfach besser wenn du unsere karten nimmst hey was geht da schon wieder ab wie viele leute sind da der eine wurde sogar wiederbelebt auch mal in die ganz andere richtung okay die aufnahme geht weiter wir machen die das kfz ist als schutz nicht noch nächstes kannst du fahren wenn wir jetzt die runde noch schaffen leute wäre big das ist ja wirklich big ich bin gespannt weil ich danach lasst drinnen bleiben danach alle drinnen bleiben der ist der skin danach überraschung leute den wir danach bekommen dann müssen wir keine rp machen ja gut wir gehen ja gerade nicht auf grund jetzt kann ich mich drucken vorhin ging das echt nicht so dumm er ging ja auch von euch war wo ich wieder nicht habe ich mir auch gewundert was das für ein bug ist das beste kommt zum schluss das beste kommt zum schluss braucht gar nicht ist okay ohne kiste kann ich mit leben also jungs wir brauchen kronen ja auf jeden Fall eine krone brauchen wir für mich nämlich der Rest ist mir egal ich habe Jagdgewehr Leute es gibt einfach Jagdgewehr ich habe das einzige Jagdgewehr im ganzen Spiel was wirklich der ist pass auf Autofahrer komm rein dein Lieblingslied mein Lieblingslied? ja ja hörst du das? das geht leider nicht aber es kommt ein neues Update mit dem neuen Battle Bus wenn die Leute dafür warten kommt der neue Battle Bus ich glaube da sollten wir lieber Abstand von Natsudragono nehmen Leute ich glaube der Nats ist uns weg oh mein Gott ich habe so ein Bot boah stark dank für den Barren hört sich die Angel so komisch an Leute das nennt man Lama Tierquälerei nicht nachmachen bitte New Gegner boah stark ich dachte gerade es ist die Auge Leute aber ich spiele noch nicht die Thermalwaffe Ehre Mann ich spiele noch nicht Gunnar was ist das für ein Sound bei der Angel sing weiter was ist das für ein Sound bei der Angel alle sind wie ein Unikorn alle sind hier alle sind wie ein Unikorn haben die Tilted Jungs oh das Lied wird krasser das Lied wird krasser das Lied baut sich gar auf das baut sich auch Bro oh mein Gott oh mein Kinder Lied wird einfach Horror Horror Lied Oha das ist doch kein Fortnite Lied das ist alle Kinder gleich der dreht durch der dreht durch was ist das wieder Belebung getilted Jungs oh mein Gott mal kämmer mal kämmer mal kämmer den Busch da Bro ich seh nicht oh oh mein Gott er heult Leute ich hab einen ich will das Einhorn er heult Bro ja das Einhorn wir haben grad das Einhorn Lied ja das Wege ja das Wege heute ist zu viel alles mit Einhorn mein Hängegleiter ich komm einer hoch Bro ich komm einer hoch ich komm einer hoch ich komm einer hoch ich komm einer hoch hey ach Digga ich bin ein Re-Turt die ganze Zeit alleine Digga was soll ich machen würde was soll ich machen würde lass Triple Dingens machen wenn er wenn einer 50 hier unten ja diese ventilatoren sind so schwach oh mein jetzt einfach in dem modus du wirst sehen guck mal wie ich den jetzt weg snipe ich werde 1000 euro ich muss rennen damit damit ich muss ohne unbedingt so sterb ich hatte was an hier ich habe hier das machen und danach kommen wir kommen zu mir kommt zu mir wo bist du hier ist jetzt noch mehr und dann machen wir triple upload upload triple upload triple heck ich fang schon mal an das ist über das was ich jetzt nicht das vorbeigehen ich habe nie eine challenge einfach nur in einer du die goldene waffe weg auf dem dach sein ich brauche ich brauche ich brauche nicht runter geht doch nicht mehr doch bei dem aber schon hier bei mir mein gott oh mein gott ja schade das leben ist halt mal so möchtest du vielleicht einfach mal auf ihre geben ja die gute waffe dann zu haben nur weil du vielleicht gut da bin da kommt aber ein hat das gott auch kommen aber eigentlich ist es auch so ist ja so kronen besorgen ich weiß nicht mal welche die kronen hatten gold und schicken sind die gegner bei sapling auf sapling 27 wir können mit dem somit kann ohne hoch noch eine dabeleinung 20 ist nur alter alter gegen die kraft die menschen so dass du keine chance gegen welcher richtung selbst doch dort dann lass ich schieße nach rechts richtung panzer glaub ich ich komme ich habe nicht mehr gewusst dass die gegner sind der sprich von oben auf mein kopf das ist stand ja komm mal zu mir hast du ihr seid voll von rechts auch noch schüsse aber wir müssen aufpassen dass ich glaube ich den die schießen gleich auch die position eigentlich ist tot bei mir noch einer ohne ich habe keine kohle Jungs, ich muss nach oben. Nein, oben sind doch welche, Jungs. Oh mein Gott, was ist das für ein Schütter? Wir müssen einen High Ground holen. Alter, die geben es so kranker Hitz, Jungs. Ey, die sind ja zu krass. Jungs, wir müssen uns mehr koordinieren. Hä? Oh mein Gott. Ja, ich habe nichts nachgeladen, Digga. Ja, ich kann es vergessen. Ich kann es vergessen, Bro. Der hat dann gesagt, dass oben keine mehr sind. Ich war das. Ja, Bro, da waren doch noch welche. Aber rechte Seite war doch clear. Ihr könntet ja dann nach oben gehen. Dann kannst du schnell zu mir kommen. Mit Schockfälle oder so. Ich war überall abgeschossen, Bro. Überall. Actually, ich werde nicht gefokust. Denk dran, ich rausgehen danach. Oh ja. Das sind noch Bots, Digga. Kannst du mal auf die Augen gehen? Wenn du Reboot schaffst, alle, dann 50 Cent. Oh. Bro, aus dem war ich nicht mehr viele, ne? Noch ein Team. Drei Leute drauf. Da ganz oben drauf. Ja, das kann es vergessen. Bro, Zeppelien ist echt so OP, wenn du da drauf kämpfst. Das ist... Bro, du siehst die da auch so schlecht, weißt du? Du weißt doch nicht, wo die schießen, da hast du schon 1.000 Hits bekommen. Habt ihr gesehen, Leute, wenn wir selber auf Zeit liegen sind, das ist zu krank. Vor dir, vor dir, links, 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 links. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich will nur alle checken, wo alle sind. Oh. Zack. Zack. Ja, du riecht das mal alles. Mann! Ah, der war sogar low gewesen. Schade. Seid, der macht cool life. Macht cool life. Leute, nicht rausgehen, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Oh mein Gott. Ich will fast einfach rausgehen. Ey, wenn da nur einer links, vielleicht hat alle Gold. Okay, ich bin gespannt, was... Oh mein Gott. Nein! Nein, ihr habt sogar beide. Hä? Was ist das denn? Wie geil ist das denn, Leute? Zwei Grau... Ihr dürft alles benutzen, oder was? Ja, ja. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn, Leute? Das ist Quatsch. Also, wenn wir uns das gegen euch gewinnen, Jungs, dann... Ich will vorher löschen. Wir müssen doch RP machen, Leute. Was? Wir müssen doch RP machen. Warum? Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man das in dieser Scheiß Lobby schon so sieht. Ja, das ist Scheiß eigentlich, dass man so sieht. Ich finde, das sollte überraschend sein. Random Skin sollte überraschend sein. Ja. Sonst macht das doch gar keinen Sinn so. Macht doch wirklich keinen Sinn. Oh, nice. Ich hoffe, wir können gleich wieder auf Kronen gehen, Jungs. Ich brauche Kronen. Ja, wie ihr wollt, können wir jetzt nochmal auf Kronen gehen? Nein, nein, lass doch auch mal machen. Ja, das machen wir. Ja, alles gut. Aufnahme ist geiler. Oha, es ist 20 Uhr erst. Ich dachte, es ist schon 23 Uhr oder so. Ja, aber wie lange wir mal Wartezeit haben, um in die Lobby zu kommen. Ich check, es ist mein Bestes zu sehen nicht, Alter. Ne, das ist krass. Das triggert Hardcore. Ah, wir werden gleich so gekickt in die Lobby. Noch 10 Sekunden. Ah, zum Glück. So, jetzt machen wir mal wieder hier Gewinn, Leute. Bisschen die, bisschen die, äh, Schwitzer-Mäßigkeit von gestern mal raus. Ich hab doch irgendwie auch, bisher, weiß ich nicht, nicht gut auf die Gegner gerade. Die haben mich schon mal gut geholt. S.U., S.U. Drei, zwei, eins. S.U. Ey, gibt's hier nicht ein E-Mode von Dr. Strength? Das bedeutet, wir dürfen einfach auswählen, was für eine Karte gut ist. Und guck mal die Loops an. Ich sag mal so, entscheide ich mich für blau oder doch? Ich sag dir ehrlich, ich lass direkt Torchraum runter, oder? Ich sag mal so, wenn jetzt alle direkt mitkommen. Okay. Ich komm mit. Aber, ich kann erst die Waffe sagen, bis ich, bis ich mir entscheide, oder? Also, kurz davor. Die erste Waffe, die du nimmst. Risiko, Leute, Risiko. Ja, ich nehm grün, ich nehm grün. Ich nehm grün. Wir dürfen nur grauen, ne? Ja, ihr dürft nur grauen. Soll ich auch grauen nehmen, Leute? Ich nehm das erstmal mit für alle Fälle. Sobald ich da nicht schüße, ist es ein Challenge. Easy, abgestaubt. Edgy Batch. Also, wenn wir jetzt einen selben Kill machen können, dann werde ich mich wahrscheinlich für grauen entscheiden. Erster Kill! Erster Kill! Habt den ersten Kill. Blau, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich entscheide mich. Könnt ihr mir euch in Ruhe lassen, ihr Scheiß-Bot, bitte? Leute, wir haben hier erst... Bleib doch ruhig, ey. Ey, nicht, da wird schon mal wegschmeißen. Oh mein Gott, ich hab's gut. Er kommt zu mir. Oh mein Gott, er nimmt die Pump in seine Hand und drückt mir fast einen Pump in die Phrase. Oh mein Gott, das meint ihr, das meint ihr, das meint ihr. Das meint ihr, das meint ihr, das meint ihr, das meint ihr. Ähm, Matt Kid? Ich glaube, ich entscheide mich für Blau, Leute. Scheiß drauf. Was? Ich will nicht länger warten, ich muss jetzt Kids machen gehen. Ich entscheide mich für Blau, Leute, meine Kategorie ist Blau und let's go, Freunde. Blau ist sehr riesig. Ich hab's von mir gespielt, Mann. Friedan, da ist es ganz hinten, bei der Mülltonne, da links. Also, weil es ist zu Hause, ist er. Bei mir? Bei es ist zu Hause, ist er. Let's go! Nein, das war so knapp. Das war so knapp. Oh, ja. SMG. Oh mein Gott, so wichtige Items. Ey, Jungs, ich hol mir jetzt paar graue Waffen. Und? Was darf ich bekommen? Bandagen. Warum ist das so teuer? Ich zahle zwar 100 Gold, 100 Gold für eine Banane. Was? Das ist die heftigste Banane aller Zeiten. Bro, das ist die goldene Banane, so ein Ding ist das. Das ist wirklich die goldene Banane. Dankeschön, Bro. Das nimmt mich gerne an, für mich ist das kein Kill. Ey, Friedan, sag nicht mal, dass er sich hier... Du kriegst nix. Hä? Ich wurde angeschlossen. Ein Kill, das ist schon mal gut. Die werden vielleicht gar nicht mehr so viele Kids machen. Bro, ich hab auch einen Kill, also, was darfst du? Wir haben alle einen Kill, wir haben alle einen Kill. Aber wenn du einen Kill machst, dann ist das quasi wie kein Kill, Bro. Und das ist der feine Unterschied. Deshalb gehen wir hier den Sprengler losen. Also, ich verfolge meine Taktik, Jungs. Ich könnte mich jetzt hoch rein. Hier ist das bei der Bär alle erlaubt, Nutzinfo. Naja, hier ist das bei der Bär alle erlaubt. Ähm... Zweider Kill? Am liebsten würde ich halt jetzt farm gehen, so ein paar Items suchen. Aber das Ding ist, die werden halt nicht ruhen. Die werden jetzt die ganze Zeit auf Botsjagd machen. Was für Bots, Bro. Was für Bots, Digga. Ja, weil wir mit dir in der Runde so kriegen die Bots, Alter. Ja, deshalb bin ich auch... Ey, Bro, Astrofix, müssen wir in die Ehren kommen. Ja, ist klar, die... Die Kills... Er hat sich hier versteckt, aber er hat sich hier gefunden. aber er hat sich hier gefunden. Er hat sich hier versteckt, aber er hat sich hier gefunden. Das ist ja richtig ehrenlos. Das ist echt ehrenlos. Also, dass man mit Streamsniper teamt und das Ding, der Items lockt. Und dass man das auch noch feiert, Bro. Du killst den? Jungs, ist halt easy. Ich führe. Wir werden auch gewinnen. Wer hat gesehen. Nein! Astrofix plaud dir Kills! Digga. Astrofix plaud mir Kills! Astrofix plaud mir A kill! Dr. Strange, Dr. Strange. Bro. Das Ding ist, ich habe schon zwei Kills. Wie warst du denn, Astrofix plauds? Ich habe auch zwei Kills. Du Couch scheiße. Ey, berückt euch mal jetzt. Oh, da kommt der Panzerür. Zwei Kills nur hell, weil ich gewinne. Ey, warum ist der kein Dings? Warum ist hier kein Automesin?? Wir haben keine Zeit, zu looten leute ich sage ich ehrlich wenn ich hier anfange items zu looten dann kommen die und klauen alles muss bei den jungs bleiben ich habe eine idee freunde werden auf zeppelin und damit zeppelin in die zone rein ich habe eine idee leute ich werde auf zeppelin und sie machen meine ideen wieder nach leute stark wer hat jetzt meist ich habe zwei alle haben zwei es wird eine spannende leute sehr wichtige kohle die kurz abgestaubt schnell das bloß muss hier noch liegen ich hatte ich hatte um sie ist so schlau leute blau genommen nein wie kommt man hier hoch der play ist der play ich komme ich hochleute oh mein gott du bist du dumm ne ich habe dich ausgenommen oder was einfach ich will eine scheiß sache nicht bitte lass mich in ruhe ich will nichts mit tun haben bitte lasst mich um mein gott hat doch nein das ist gut wir müssen schnell zu treten das kann mich aber trotzdem hier wo ist wie komme ich hier raus ja nein es hat nichts gebracht da waren vier leute die sind schon in einer ganz anderen stadt junglich machen wir hier die challenge alleine jeder für sich oder ja das macht alleine das war's was da ist ja man zwei marsch und down mein gott aber er ist kein reboot ne augen lina den blauen aug wäre natürlich schmackhaft leute wo sind sie denn ja der welt ist ja schön und gut wir machen die challenge aber ich glaube noch nicht ernsthaft dass sie alleine eine chance hat wirklich liegt auch ich könnte so nur die haare kommen wir zwei davon geholt deswegen naja zwei davon geholt und stets hat niemand geholt oder was er hat aber nicht merkt man wie schlecht ist von jetzt ist oben oder unten wo sind sie denn oben 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 die kämpfer eine karte ist auch oben also könnt ihr auch gerne mitnehmen ach so stand nehme ich mal mit taxi die werden mich jetzt runter gehen wiederbeleben ja die sind runter grad die fliegen da grad sie sind scheiße gut pass auf hatte ich bin oben oben bei mir einer von der gut taxi fahrerin meine krone ja ganz bestimmt nicht deine kohle team jetzt komm hoch okay ich darf ich muss nachladen wo ist er hin wie gut wie gut und das ist gar nicht gut ja das soll kassierten okay die sind die brauche ich mache ich gehe weg die haben drei ausgemacht ist das ja ja ist klar vielleicht schafft stand ihr uns ja zu beleben drei leute von mir aber da die haben schüppel aber es geht noch weiter eigentlich nur das geht noch weiter du musst du mal so sagen sie eigentlich holen wo ich will ich auch leute ich muss lieber leben weil es ist nur bestanden wenn wir einen sieg ja ja wollte ich gerade sagen ich hätte es aber auch im squad was sie den squad machen ist ja doch geistes kann meiner partner vielleicht kann ich jetzt nur ein paar kills machen du mal das hat er davon oh mein gott das geht noch 60 sekunden schmutz und die tage schon nicht unter die tage doch 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 so ich werde immer schön mit ein paar kills im vorsprung gegangen leute das ist sehr lecker war doch mal hier waren noch welche okay anstatt redan zu holen denkt dass ich kaum noch ein kill machen die ganz karte ist genau aber was macht er denn bei untere etage habe ich gesagt ach so ja braun müsst ihr euch mal besser ausdrücken ich habe gesagt er kommt er kommt er kommt er überlebt mit 5 ap digga macht mal black stream und nicht hingucken ja ja einfach und wirklich nicht hingucken ich gucke auch nicht hin ok leute was er wie viel skid bekommen oh mein gott ich war jetzt bereit und drehe mich um ich drehe mich jetzt um ich habe einen skid gesehen leute ich gebe ihm im nahkampf 22 mit der pumpgang was waren wir können ruhig machen wenn ihr wollt 15er headshot 15er schaden mit schrotflinte 22 am nahkampf was soll ich da machen kann die runde mal starten ich bin zu holen ich habe auch so schlechte calls alter ich sage untere etage höre mache ich die zu putz mal deine ohren junge Philippsys sagt bei denen dauert einfach die spielersuchung nur 5 bis 7 sekunden ja bei uns wegen matchmaking also ich würde gerne mal wieder auf meinem bildschirm angucken ich gucke gerade meine türen an auf einmal geht sie auf ok leute welchen skin haben wir bekommen leute es liegt es liegt es liegt jetzt geht es los welchen skin haben wir bekommen gib mir noch mal gib mir noch mal Dr. Strange dann kann ich noch mal ein item auswählen hä bist du schon drin oder was bei mir steht auch stelle verbindung care bro bei mir auch jede menge kämpfe kein bau und steht da kein bau und achte darauf wo du hinträgst um diesen boden was hast du für eine farbe was ist das grün oder lila gewesen wo mich auf grau raus perfekt leute ich habe einfach geraten ich habe wirklich brutus bekommen meins war doch lila chat oder ich glaube nee warte mal deins war legendary oder lila lila die legendary war dieser komische lila ich habe ein großer mann und das lk lass es ist corny crossroads würde ich sagen oder so wie dealer brittern im gemar bro erklärt jetzt erstmal wie die challenge geht nämlich derjenige also die challenge funktioniert so derjenige der hier die meisten kids sogar bei der random super ultra mega challenge macht der wird sogar am ende mit einem euro belohnt und ist hier der sieger von dieser challenge in der season 2 checkt ihr das und deshalb gehen wir jetzt alle zu wenn es um richtig viel geld geben würde dann würde ich mir auch Mühe geben aber naja also schätzt du den euro nicht ja ja ich sag mal so jetzt noch 250 jungen ein dollar machen bitte grau waffen grau waffen grau waffen grau waffen grau waffen grau waffen super leute wie soll ich denn item ich hab ne 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 nein da wurde schon die truhe aufgemacht let's go let's go let's go we müssen zusammen die waffe holen wir müssen zusammen die waffe holen Ich kann nix machen, ich kann nix machen, Freunde. Oh mein Gott, ich hab so viel Sweepsiper 1 gehauen. Bro, ich hab dir doch geholfen, ich schufe Pickaxe. Du hast mir gar nix, geh erst abhune, geh erst abhune. Alarm, Alarm, Alarm. Bro, Lilane, items gibt's hier nicht für dich. Irrenlos. Oh, hier ist wieder eine goldene Waffe. Sue, Bro, ich hab Dings für dich. C4 als Lilane Waffe. Ja komm, C4, Bro, immerhin. Liegt hier bei mir. Nein, hier ist wirklich die Lilane Waffe. Ich hab ne Lilane SMG, Sue, was kriegst du dafür? Ich hab gar nix. Ich hab nix. Bitte schön, Bro, bitte, ich gönn dir. Oh mein Gott, Ridan gönnt mir einfach. Aber ich hab was gut bei dir. Du hast was gut bei mir. Welche Farbe hast du? Blau. Okay, wir sehen uns beim Sieg, Leute. Direkt all in Leute, all in rein. Ich hab gleich fünf. Die Platz sind C4. Ich hab schon so viel One gemacht. Ich hab so viel C4. Oh mein Gott, wie viele Leute. Ich hab den Kick mit dem Schmutzberger. Nein, 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 nein. Was macht der da? Alter, was macht der da? Den Kick kriegt nicht. Nein. Sue, klau mich hier, Leute. Nein. Ich hab den selber low gemacht. Also lass diesen dummen Ausgang von dir. Ey, bei mir ist jemand. Nein, 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 nein. Akku Training, Leute. Ich bin einfach Parku-Meister. Mach ich auch immer im Realife so. Granaten, Vorsicht! Ich bin von der Granate, Jungs. Nein. Ich guck uns in die Ecke. Ich rette dich, wenn du mir SMG-moon. Ich hab null. Ich hab null, Bro. Nein. Wir machen zusammen. Junge, Stace, was machst du denn? Ich kann nicht helfen. Digga, Stace, man. Blaine doch einfach wieder, WTF. Oh mein Gott, Leute. Zwei. Ey, Stace, du bist so lost. Zwei grau. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Was? Ich bin so unnötig. Komm, 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 komm. Ja nicht auf Scheiß. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Egal, es ist wie du wieder items. Jode, du hast meine Waffen genommen. Was hast du deine Waffen? Was hat er denn gemacht? Bro, ich habe einfach die Waffen. Ich habe die Bots getötet, meine Waffen. Er wollte die Clown. Du hast die getötet? Du hast die getötet? Oh mein Gott. 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 Ihr gönnt euch einfach nicht, das ist das Problem. Ja, ja, Stays ist aber nix genau, soll ich sagen. Ey, aber die Challenge geht weiter, die Challenge geht weiter. Wir leben noch. Ich hab viel blaue Waffe. Oh mein Gott, guck mal, was da liegt. Ja, nice, goldenen Pump. Seit wann kann man nicht auf Automaten rauf? Ich hätte einfach Rates abbiegen müssen. Leute, ich hab... Oh mein Gott, ich hab so viel. Oh mein Gott, hatten sie welche? Leute, wer ich damit einkelle? Meine Granat, meine Granat, meine Granat. Ich kann sie nicht beleben gehen, danke. Hä, da war doch einer gewesen. Oh, ein paar Kills zu Geiern zielen. Soll ich ein paar Kills zu Geiern? Ich bin ein Geier. Geh doch. Geh doch. Geh doch nur einen, das ist ein Schwerter. Wo gehst du wohnen? Ah, zieh durch. Junge, ich hörte was. Das ist der Bot, das ist der Bot. Da oben ist ein Bot runde, Tomate. Oder Eiswaffel. Nee, nee, nee. Jetzt auf einmal will der Streams... Will der hier sich anfreunden, oder was? Haha. Nicht mit mir, Bro. Ich führe. Ich hab zwei Kills. Ich hab drei, Junge. Was, du, du fühlst? Hast du das drei Kills? Ja, Junge, was du da mir erzählen, ey. Äh, okay. Oh, wir sind wieder da, Leute. Wir wurden wiederbelebt. Wo ist jetzt mein epische SMG? Oh, bin ich down. Und ich hab sogar eine Krone. Let's go. Ey, aber ich sag euch ehrlich, die Hälfte der Loppe... Nein, mein SMG wurde geklaut. Okay, dann war der Hechtigste. Dann nehmen wir einfach mit 5,5,5 mit. Bam! Drei Kills. Ja, stand hier unten, das 2-Snap, schade. Was? Um, um, um. Schade, dass der wieder aufs Streamsnapper geht. Ist wieder einer, oben auf dem Zeppelin. Ich krieg's episch ins Team, Leute. Epis ins Team. Da sind so viele Bots, ne? Da sind so viele Bots. Ey, Stani, du Botkiller. Was laberst du? Das ist ein Spieler, Junge. Anonym heißen die. Das sind Arena-Sweater. Ey, ich werd von oben von Zeppelin angeschossen. Aber egal, ich renn weiter. Nein, eine Millisekunde. Oh mein Gott, ich brauch dich, brauch dich, brauch dich, brauch dich, brauch dich, brauch dich. Oh mein Gott, ich hab 5 Kills. 5 Kills, 5 Kills! Let's go! Easy, wichtiger als Kills. Oh mein Gott, auch Zeppelin ist noch ein Sarietchen. Zeppelin. Ey, was ist das? Digga, Gold ist geil, aber Lila doch nicht. Ne, Lila ist Müll. Lungs, auf dem Zeppelin. Welche? Stani führt. Ich hab mir nicht gefallen, dass das Stani führt. Oh mein Gott, der Zeppelin hat so Hits bekommen. Ich kann auch nicht die Stani von mir. Ey, SU, komm mal mit, komm mal mit. Ich zeig dir was. Ich zeig dir meine geile Warte. Ja, ich komme mit meinem C4. Guck mal, du siehst doch, da hinten, diesen Turm. Da ist was, da hab ich nur überraschend für dich gepackt. Bei dem Turm hab ich doch nichts. Ja, ja, auf dem Turm hab ich doch nichts. Weil Turm ist eine Überraschung für dich. Ja, wahrscheinlich ist da wieder nur Scheiße. Zwei jetzt, Bro, zwei jetzt da oben. Wo ist denn bitte ein Turm? Oben auf dem Turm hab ich was überraschend gemacht. Das ist doch nicht sein Ernst, Leute, das kann man nicht machen. Da, auf dem Turm da, genau, auf dem Turm ist eine Überraschung für dich. Hast du den da oben? Ja, ich geh dahin. Schockwilde gefunden. Was haben wir hier drinnen? Madkick. Ich hab ein bisschen hoher fließen. Da leuchten ein paar andere Sachen. Ey, ich hab so eine geile Überraschung für dich weggepackt. Da musst du dich richtig freuen drüber. Nein, blaue Schrotchen darf ich nicht nehmen, Leute. Wow, noch mehr C4. Wow, ich hab mal Waffen mit 15 Airmoon. Ja, Bro, hä? Das ist big. Ey, Leute, ich geb ihm eine kranke Waffe und er sagt, wow. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, du bist so cringe as you, schade. Ey, du bist so cringe as you. Wo sind denn die Gegner, ne? Richtig. Sag mir mal, wo Gegner sind, Jungs. Ich warte auf. Gegner call's hier. Na klar, du. Er findet sich selbstgespräche und ist da ganz hinten. Was, ich? Ja. Sind da welche? Ich mach doch Aufnahme, Bro. Was ist das Gespräche? Bei mir ist einer, ja. Er macht Aufnahme der Arme, er sagt selbstgespräche. Oh mein Gott, die fang nicht ab von der Zone. Das sind Bots hier, er killt safe. Oh mein Gott, der ist one, Leute. Nein, 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 nein. Ich hab ein Schweinchen gefunden. Ja, witzig. Oh mein Gott. Ey, Jungs, ich will euch ja nicht nerven oder sagen, komm, wir in die nächste Zone. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Stays hat 0 kills, du redet mir irgendwas mit zu tun. Ich sag mal so, Leute. Ich brot's use Helter. Wer hat mehr als 5 kills? Ich hab 6. Was? Wirklich? Hast du auch keine Items oder was? Oh mein Gott. Ich hab 11 AR, Bro. 11 AR, 15, let's go. Das wird ne geile. Full AR Schuss, aber keines und Griehschuss. Oh, okay. So richtig. Monkey Standards kill, ich brauch Hilfe. Ja, ja, ich seh ihn, der hat, der hat, der hat. Hä? Wer ist unter mir? Über mir. Was tut mir ist das? Ey, ich verziehe nicht, meine junge Lady. Oben auf dem Dings, auf dem Bohrer sind welche? Auf dem Bohrer? Weißt du, was ein Bohrer das ist? Was ist das denn so? Nein, nein, nein. Was für ein Bohrer ist das denn? Sag ich dir nicht. Erst musst du mir hier ein paar Sachen troppen, da sag ich dir. Ja. Ey. Auf einmal, Computer will irgendwas ausdrucken. Die Kuhlen haben ne Krone. Mann. Die Krone müssen epische Waffen benutzen. Leute. Wie viel hast du jetzt? Ich schrieke. Ich habe sieben. Sieben. Krone. Ja, wo ist die Krone? Ich hab die schon. Nein, ihr habt mich nicht ganz kill geklaut. Diese müllgrauen Waffen, da brauchst du kein Damage, ey. Jetzt schön Kanone ab. Ich hoffe, ey. Oh, Kanone ist ein guter Call. Kanone ist ein guter Call. Kanone ist ein guter Call, Leute. Ich spiel mit dir. Guck mal auf die Kirche. Komm, wir sollen die Runde rasieren so. Ich werde das so gewinnen. Ich werde das so gewinnen. Das ist mein Tiger-Auto. Das ist Tiger-Tarnungs-Auto. Oh, schöne Rentner-Musik hier, Leute. Das ist Rentner-Musik. Ich habe die Scheiße überlebt. Ich bin ein Mann. Ich komme zu dir. Oh mein Gott. Bedrohung, Alter. Bye, bye. Sagen die kommen, sollen die kommen. Sagen die kommen, sollen die kommen. Sagen die kommen, sollen die kommen. Oh mein Gott. ich habe mich überlebt ich muss beim buch aber was Lilan ist C4. Saves, soll ich zugekommen? Ne, ja, ist gut. Ich bin tot, Jungs, sonst war's. Wenn man stimmt, verliert man 1,000 Kills. Ah, alle Kills verloren! Oh mein Gott, er ist letzter! Er ist letzter, oh mein Gott! Kannst du dich noch ein bisschen Saves? Machen wir mehr als 7 Kills hier. Oh mein Gott, Stunny. Ja. Nein, der war wohnt! Ey, du bist zu viel. Ich bin dieser grauen Waffen-Spieler, man. Oh mein Gott, Jungs, okay, macht mehr als 7 Kills. Jetzt habt beide eure Kills verloren. Mach mehr als 7 Kills, Jungs. Wenn man stirbt, ist es minus 5 Kills. Ja, genau. Oh mein Gott, Stunny. Aber ohne uns gewillt sie halt nicht. Oh mein Gott. Ey, der trifft mich noch! Ura Utan! Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Ey, mach mal das Radio weg! Eure Auto gleich kaputt ist. Ja, es trifft wieder alle Schüsse. Und hier. Ey, Digga, ich seh mich im Fasten-Fügel. Ich will gar nicht. Ey, du siehst du wie ein Lutrop? Da kommt jetzt was lilan ist. Was lilan ist für dich, Jun. Ich hab ne lilan Überraschung. Hey, Jun, du hast aber was gut bei mir, ne? Ja. Ne, ne, ne. Okay, da kommt die größte Schmutzwaffe im ganzen Spiel raus. Also, wenn das nicht dich... Kannst du mir ein Shit-Dropen? Ja, hier, ich kann die Shit-Dropen. Ey. Komm, Leute. Nehmen wir dich. Junge, diese grauen Waffen machen gar kein Damage, Junge. Das kannst du echt vergessen. Sorry, Leute. Aber wirklich. Sturmranger, Leute. Lieber spiel ich mit der grauen Pistole statt mit der lilanen Stormranger, Bro. Hast du lieber killt? Ihr schafft nicht, wenn ihr sie killt. Ey, es du, du hast ja keine blauen Waffen... Ach, ne. Ich glaub das, Leute. Ey, das war ein Solo News. Ich hab ihr so ein Damage gegeben. Ja, die Kämpfer wieder auf dem Haus, Alter. Ja, das sind genau die von ihm, Junge. Oh mein Gott. Das sind genau die von ihm. Rebooten wird schwerst du, sag ich ehrlich. Ey. Ich hätte die so gekillt, Leute. Ja, ich hatte einen von denen fast down. Nein, du musst du vor dir. So, links. Bro. Die haben ja richtig Bock auf dich. Ich hab Granaten. Juhu. Granaten, Vorsicht. Granaten, Vorsicht. Oh mein Gott. Komm, du hast, du hast du. Noch eine, Bro. Juhu, eine. Schmutzwaffe. Oh mein Gott. Mit Abstand die größte Schmutzwaffe im ganzen Spiel. Der wurde geholt. Finish ihn, finish ihn. Bitte, bitte, bitte. Finish ihn. Danke. Danke. Feindlich. Mit welcher Waffe spielt er sie gerade? Bro, guck mal was ich bitte habe. Sie sind halt so Schmutzwaffen. Oh no, Digga. Guck mal wie ich die jetzt drehe. Weg, Lasermette. Kaffee. Ey, jetzt belebt mal auf jeden Fall. Ja, nimm mal meine Neustartkarte, die unter dir liegt. Ey. Es ist you. Ja, stark. Achso. Direkt vor dir. Achso, ja, ich hole. Oh, die fighten alle. Ey. Ein Trio. Ein Trio. Ich muss schnell wiederbeleben, ja? Bro, wenn ihr jetzt schnell wiederbelebt, dann könnt ihr das schaffen. Wir können was von schaffen gerade. Ja, komm, komm. Wir machen das. Bro, ihr geht zum Neustartbus beide. Ich versuche von der Seite heim zu gehen. Triple reboot, triple reboot. Ja, komm, komm, komm. Jungs, ihr müsst das machen jetzt. 3, 2, 1. 1x3. Go, go, go. Go, go. Junge, mach den ne. Oh mein Gott, so knapp. Oh mein Gott. Stopp! Die kommen, die kommen. Die kommen. Oh mein Gott. Erstmal kurz. Rückzug. Er lag also mit Lina ne Pump. Ich brauch die blauen items. Ich brauch die blauen items. Nein, 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 nein. Der hat Lina ne Pump genommen. Nein, hab ich gar nicht. Er hat die Lina ne Pump. Er hat die Lina ne Pump. Eierschuss, er schuld. einer von den cloud die waren so low der eine hat von uns hast einen killt ja ne ich habe wo sind die genau und drin ich kann die jungs ich habe zwei stehen kommen hoch komisch ich kann nicht markieren so dumm ich nehme andere waffen mir reizt ich will diese scheiße ich nehme andere waffen ich habe die ich habe keinen hier ich habe die mann die mann da so rum, Leute. Das schafft man halt, glaube ich, mit der Challenge. Die grauen Waffen, die sind halt so schlecht, Alter. Ich nehme jetzt einen Skin, der dafür bekannt ist. Für Angst und Schrecken zu sorgen. Mutus? Die Aufnahme war trotzdem nice für mich. Ah, kein Ding, Glück. Habe ich gerne gemacht, Bro. Ich wünschst du die Aufnahme war oder nicht? Ne, Quatsch. Kannst du nehmen, Bro. Ich bin nur nur rumgerannt. Ich hatte gar nichts. Keine Waffen. Ja, wir sind Lobby, die sind Lobby. Also, die waren nice für mich eigentlich. Ja, safe, dann hat die hoch. Ja, okay. Ja, Bro, wann soll ich das machen? Ich habe bis zu eins gestreamt. Bin am Pen gegangen, nächstes Tag direkt wieder weiter gestreamt. Ey, machen wir jetzt noch Challenge oder nicht? Aber ich hatte eigentlich noch so viele Sachen, wo ich erzählt habe und so, hast du die eigentlich hochgeladen alles. Eigentlich war noch viel Content in den Streams. Okay, und jetzt hast du da Kron-Siegel? Naja, jetzt gehen wir auf Kron-Siegel, Leute. Das war das meiste Challenge, aber ist echt Triad-mäßig. Das hat aber Bock gemacht, sag ich ehrlich. Ja, es hat aber Bock gemacht. Aber wenn du graue Waffen hast, dann kannst du das Gefühl nix machen gegen die. Okay, jetzt Winning-Siegel. Ja, Mann, let's go. Ey, ich mache jetzt die Meter. Ich meine, jetzt kei ich das Wasser. Bist du müde, oder was? Ich streame aber noch keine Philips-Sys, noch keine 26 Stunden. Schade, Digga, das wäre eigentlich eine geile Aufnahme gewesen. Hättest du deine Waffen besser gefunden. Ja, Glück, ich mach was fertig. Die erste war die geilste, Bro, sag ich dir ehrlich. Das war so episch. Ey, Bro, die Wartezeiten sind echt nicht mehr feierlich, Bro. Die müssen unbedingt das Matchmaking ändern. Die müssen, sagst du, die Wartezeiten ist echt cringe, Leute. Dass wir gefühlt immer zwei, drei Minuten warten, bis wir in den Lobby kriegen. Den gibt's Samstag und Sonntag, Sophie. Gratis einfach nur Chili-Faser. So, als ob ich privat zocken würde. Den Fischkopf. Bro, manche Leute haben gar keinen Plan. Die fragen mich, ob man in No-Build-Modus Kronen bekommt. Die sind immer noch in der Warteschlange festge- Die sind immer noch in der Warteschlange, ja. Guck mal hier, der Flex mit Kronensieg, wa? Hier, komm. Flex doch mit Kronensieg, los. Wo, 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 wo. Da muss ich hin. Ah, schade. Okay. Das Standard, oder? Mhm. Warum hast du... Schon wieder wurde dein Account gehackt, Bro? Weil die wird auch echt alles gehackt, ne? Ich verstehe auch nicht, warum die Leute kein 2FA machen. Nein, ich krieg's auch nicht, Bro. Oder SMS. Jungs, das müssen wir machen. Zwei Faktoren muss eigentlich überall sein. Zwei Faktor Autifizierung, Leute. Das muss mindestens überall sein. Das ist... Selbst zwei Faktor Autifizierung ist schlecht. Und der SMS ist auch schlecht. Am besten ist immer 5A. 5FA. Am besten ist so ein USB-Stick, die ich habe. Ach, hast du... USB-Stick aber alles drauf, oder wie? Ne, ne, ich hab links hier Titan-Key. Ich darf ein Blau-Item füllen. Das ist echt, Bro. Ich komm bei mir. Ich komm bei mir. Ich komm bei mir. Ach, Bro, diese Waffe ist so Schrott, Alter. Dieser Revolver. Ich schicke nicht, dass die so eine schlechte Waffe reinmachen, Leute. Wer spielt die? Also, Real-Rap jetzt. Wie ist denn? Komm bitte. Bro, dieser Revolver, den kannst du ja absolut vergessen. Die sollen den... Die sollen doch die Waffen bitte so gut machen, dass man die denn... Auch wenn die scheiße sind, dass man die wenigstens bisschen spielen kann. Aber... Keine Ahnung. Der Typ ist noch öffnet Kisten, öffnet alles. Was mein ich da? Bro, ich tue grad Bots und da kommt von hinten, Mann, ey. Das ist gut. Das ist gut. Egal, ihr habt das, Jungs. Das ist nichts gut. Ich hab das Gefühl, wenn man kein Schild hat, Bro, das ist mal absolut aufgeschmissen, ne? Ich komm, ey. Über die erste, ich bin über die. Ich komm jetzt hoch. Jetzt. Ey. 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 Wenn wir jetzt mit normalen Waffenspielen haben die auf einmal keine Chance. Das ist ja kurios. Leute. Hey, ist das jemand bei dir? Nee. Aber man merkt, dass streamt... Zwei Gegner hier rechts. Warte, ich komm mal. Ich bin oben, ne? Ich muss kurz hier in mich. Hat 18er. Ist auf der anderen Seite. Wo? Mach hier. Äh, genau beim Eismann. Genau beim Eismann. Oben auf das sind zwei, Bro? Ja, ja, beim Eismann. Einer hat Kudels. Oh mein Gott, Bro. Hat Kudels? Oben hat auch Kudels. Ist low? Ab 1. Stark. Da ist noch einer. 41er. Nice, Bro. Sehr gut. Ey, ich bin zu gut aussehend. Oh mein Gott! Was ist los, Bro? Ich hab's, you! Was ist das? Guck, guck, komm, komm. Was hast du denn, Bro? Eine goldene MK7! Oh mein Gott! Nein! Was? Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, der hat die im Tresor gehabt, Bro! Oh mein Gott! Aufnahme läuft, Leute! Aufnahme läuft! Ich fack das im Tresor rein! Das ist krank! Bro, der hat die im Tresor gehabt und deswegen hätte er so viel Damage gemacht! Im Zelt hatte er die. Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist krank! Das sind verbannte Waffen, Bro! Das weißt du! Oh mein Gott! Was? Das ist krank, Leute! Das ist krank, Leute! Deswegen hat der gerade auch so viel Damage gedrückt, der Typ, Leute! Ich geh mir ganz kurz Zelt holen! Ich hab mich schon gewundert! Einfach als Feeling! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, das ist krank! Ey, ey! Ihr müsst hier ein Zelt finden! Ich geh Zelt holen! Ey, die werden so heulen, dass die verloren haben, grad! Kann man... Kann man... Okay, ich hab grad ihren Leben zerstört damit! Ey, ich glaub, da war ich grad ehrlich! Ey, holen grad ich! Wie kann man die denn rausholen? Wie dumm muss man denn sein? Ich mach gleich so ne Baba-Aufnahme damit! Let's go! Das ist krass, Leute! Das ist sehr, sehr heftig! Ey, du musst schnell machen, bevor ihr den Fern fährt, ne? Ja, hier oben ist Zelt, ich hab's doch gewusst! Wahrscheinlich pack ich das jetzt rein und nächste Runde ist weg! Das war echt irre los! Okay, Jungs! Geht die weg, wenn ich die jetzt rein packe, Chat? Nein! Er hat die doch auch gerade raus, gut, Bro! Pack die rein! Er schaut, die Gegenstände können in Zukunft mitgenommen werden! Okay! Ich hab einmal 1.37 gefunden! Ich guck so diese Waffe an! Ich sag, hä, was ist das? Ich nehm das so auf! Ich sag, oh mein Gott! Ich dachte mir schon, warum schreichst du auf einmal so? Warum ich geschrien hab oder Stace? Stace, Stace! Warte mal Leute, wenn wir das testen! Wo ist jetzt meine Second Waffe? Das ist eigentlich ein schnellerer Weg! Wenn man hier hochkommt! Leute mit den Dingern! Geht man einfach hier in die Mitte! Springt hier! Hier! Und ist dann direkt bei den Dingern! Voll nice! Lass zilltet, oder? Hm! Okay! Schildet! Tiltet! 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 Tauwer! Oh, wenn wir dann noch eine 20er Bombe oder so schaffen! Eigentlich nicht! Man muss so alte Waffe immer, so Season für Season und Tilt haben! Ey! Die rebooten uns zilltet, glaube ich! Die wollen rebooten! Ich hab ja auch diese... Ich bin auf dem Weg schon nicht! ich hatte sogar diesen plan im kopf gehabt ich habe aber die mythische reingetan oder eines von einer von den mythisches weggegangen ja einer swan die sind die haben so gelasert die letzten aber natürlich die der mich du musst abhauen die sind unten sind und gg links hoch und dann wieso das bei dem anderen geklappt hat das der typ der gast ist ein hacker gewesen alter und sport zu dem auch wieder lieben Zum Glück haben wir noch keine Krone gehabt. Was hast du in Sackle packt, die mythische MK, Spiderman und? Ich hab die mythische MK7 reingetan gehabt. Spiderman-Handschuhe und Boom-Sniper. In der Hoffnung, dass ich neues Season das alles benutzen kann. Ah, no Boom-Sniper. Die vergessen einfach. So ungefähr. In 10 Season jemand wird irgend so ein MK7 raus, der man schon komplett vergessen hat. Das weißt du, ob da unten ein roter Automat war? Hä? Ob da ein roter Automat war, so ein Achtung und Zeichen Automaten. Die droppen keine MK7. Ich glaub auch nicht. Es gab einen Bug von, als die Season angefangen hat, die letzte. Man konnte auch Season auf alle Kapitel 2 machen. Ja, wir können auch Spaß und so raus holen. Ja, wir können auch Spaß und so raus holen. Ja, eigentlich nicht mehr, aber. Es wird alles rausgemacht. Ey, ich muss das mit den Qen, ne? Das regt mich irgendwie richtig auf. Ey, Ross regt sich richtig auf, seht ihr ehrlich. Das haben die so schlecht gemacht, Leute. Guckt euch das an. Wir warten jede Runde 2 Minuten, bis wir reinkommen. Das ist so schlecht gemacht. Ach ja, ach ja. Ey, Freunde, die sind nicht mal gut, Alter. Die sind nicht mehr gut. Die campen da auf Dings. Und zwei Teams, die dann, die machen Third Party. Was willst du da machen? Er kommt von unten, geht rein. Oben ist schon echt OP, Leute. Da müssen wir aufpassen. Zeppelin. Zeppelin Camper. Aber wir machen das jetzt selber halt, ne? Aber wir müssen echt aufpassen. Willst du die Runde jetzt machen mit der MK7? Ne, ich warte noch. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, lass das nicht on-stream machen. Sicher? Ja, Bro. On-stream ist das geile Lebenswüter, also. Ich würd's on-stream nicht machen. Sag's dir nur. Also mir ist das Wusch, mach's on-stream, aber... Die werden uns Dings, die werden uns wieder handen. Und dann verlierst du die Olanda. Ach mein Gott. Komm, dann lass dich jetzt mal wirklich konzentrieren. Also wir spielen halt echt... Nein, ich weiß nicht, wir sind die ganze Zeit... Wir sagen, wir gegen Tilted und irgendwie Stace ist keine Ahnung wo. Triland ist... Triland ist... Triland sind die Einzelnen gegen Tilted mit waren. Stace war irgendwo anders wieder. Was? Ja, ja, grad eben. Ja, grad eben war ich mit Sue woanders. Ich bin beide seit Tilted vorgepuscht, ja. Nein, aber wir haben nur gesagt, wir gehen Tilted und haben gewartet dann. Egal, Jungs, wir machen jetzt einfach ab jetzt. Komm. Ich hab'n... Ich hab'n... Ach, nicht. Die Stormrage... Bei mir! Komm mal! Ich habe keinen Wachstum! Ich habe ihn! Gut! 2 Stormrage, danke! Liegt! Ich gehe raus! 2! Ich bin auf Dach! Der ist hier auf Dach! Ja, das war schon früh, Crack! Guck mal, ob das Item noch drin ist! Bei meinem Lack wahrscheinlich nicht mehr! Warte auf! Das ist Herr Lama, Jungs! Das ist Herr Lama! Ich will mit dem! Wie ich da mich gerettet habe! Oh mein Gott! Hey Leute, haben die die Drum Pump besser gemacht? Bro, die macht ja so viel Damage! Hä? Jungs, ich brauche Hilfe! Ich werde von einen Seiten gerückt! Jungs, ich habe Dings hier, ich habe Sprenkler! Ich bin Full Life! Bro, ist das die Drum ganz so stark, dass ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt! Er hat auch einen Drum Pump, Ersche Break! Bro, du lächelst, da ist ein Bot! Bro, das ist immer ein Bot aufgebaut! Ja, der Bot macht doch Hits gerade bei mir! Sind da noch welche? Sind da noch welche? Sind da noch welche? Bestimmt! Da hast du die Sales Goat haben, oder? Ja, wo denn? Sales Rowandy? Ich glaube, seine Karte! Der, den du geholt hast, hat mich angeschossen! Von hinten noch welche! Aber vielleicht waren es auch die Dots von hinten! Ich gehe mal High-Ground! Hä? Ich wechse doch viel! Ach so, das war der da! Und dann hier die Gegner! Bro, ich hatte einfach einen Bot geholt! Bist du ein Bot gestorben, oder was? Bro, ich habe einfach einen Bot geholt! Das war der Typ, der auf dem Baum war, Bro! Ich sehe so, einer lasert mich einfach nur komplett! Du wirst denn von Bots gekillt? Ja, guck mal, wie die Bots über die halbe Karte schießen! Das ist auch schön, Schilke! Also! 10! Real Rap! Ich wollte seit Anfang des Streams den Hängegleiter ändern, Freunde! Stimmt! Stimmt, immer noch Unicorn! Stimmt, immer noch dieses Unicorn! Boah! Hau rein, Ulf! Bei mir Gegner! Zwei! Zwei Gegner hier! Ich fühle gerade Stays! Ja, okay! Er suche zu dir zu kommen! Ich brauche einfach noch ein bisschen! Wo sind sie? Hinterm Schein, na? Warte, ich mach hier! Mann! Ey, Bro! Was ist das? Oh mein Gott! Der hat mich outplayed! Mein eigener Werfer! Hinter den Steiner! Okay! Erzähl! Ich hab den Sprenglein geworfen! Ich Idiot! Ich hab den Sprenglein geworfen! Ich Idiot! Ich hab den Sprenglein geworfen! Ähm, Daily Bügeleisen, Jungs! Was war denn da? Sind der Gegner das? Ist halt Zone! So, Zone! Jungs! Ich hab den Sprenglein geworfen! Ja, klar! Dann wird's auch! Lass hier! Ich geh die Seilbahn hoch auf Zeppelin! Aber du kannst auch wirklich nicht machen, wenn da welche Zeppelin sind und einfach runterschießen nicht ganz geistig dumm sind mit denen, dann ist das so... Also, die können nichts machen, wirklich! Du kannst nichts machen von unten! Da sind welche sogar oben, Jungs! Pass auf! Okay, warte, wirklich selber hoch? Äh, lass hoch! Da war auch, glaub ich, einer! Ich hab keinen gesehen! Doch, doch hier! Hi, hi, hi! Ganz hi! So, Puschen! E.V. Sorry! Nee, 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 Kollege! Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Warte, 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 warte! Hast du geklappt? Nee, glaub nicht, kill ihn! Jag ihn hoch, jag ihn hoch! Geh weg, geh weg, geh weg! Ey! Boah, krass! Bro, ich hab den gekillt! Hallo! Ey, ich hab den gekillt! Ja, ehrenlos! Auto unter! Was gibt man jetzt? Niemals, Digga! Du bist 2 Euro, aber Gott! Auto unter uns, Jungs! Ich geb ihm mal alles, ab Gott, nie! Du geb... Ich hab... Da unten! Cracked! Wonit! Er ist wirklich, won! Er ist Uno, Uno, Uno! Ey, Jungs, Zone! Aufpassen, wa? Wollt ihr wirklich dahin jetzt? Nee, ich geh hoch! Jetzt geh mal da Zone rein! Die kommen jetzt auch mit der Zone! Auto komm! Auto komm! Jungs, kommt in die Zone! Kommt in die Zone! Rieboot! Ich hab Rieboot gesehen, auf... Osten! Kommt wieder zu unseren Mainz-Appelie! Ups! Durch die Zone, ne? Boah! Zwei Autos hier und Boote hier, äh... die Richtung Dings gehen! Bring mal! Geht mal! Geht mal hier auf den, äh... äh... Auf den Turm gehe ich hier! Auf den Turm! Da können wir die abfahren! Boot! Rechte Seite, wo ich markiert hab! Zwei Boote! Hier zwei Boote! 39er! Schritt weg! 39er ist won! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Nice! Da wird wahrscheinlich wiederbelebt! Nee, ist down! Was war denn das, der hier? Komisch! Ey, da sind zwei Kronen! Komm schnell! Wo? Oh mein Gott! Ich hab auf die Minimapel geguckt, ich hab alle Krone gesagt, alle gucken plötzlich zu mir! So richtige Geranjas, der! Da sind gar keine, oder? Klar! Ey, ich zieh die nicht! Eine gehört mir ab! Ich hab den gefällt eigentlich, ne? Ah, scheiß drauf! Ja! Ey, wer wird das Rennen gewinnen? Wer wird das Rennen gewinnen? Oh mein Gott! Ey! Oh mein Gott! Wer wollte da sabotieren? Stace mit Stace! Mit Stace spiel ich das letzte Mal, Bro! Das war das letzte Mal mit Stace, Bro! Real Rap! Ich spring da runter! Nein, das war das letzte Mal mit Stace im Stream, Leute! Letztes Mal mit Stace! Letztes Mal mit Stace! Letztes Mal mit Stace! Also irrenlos! Ich hab sogar versucht, dass Stuart gewinnt, aber er springt einfach über mein Boot! Das war so ein Meme gewesen, da hast dir jemand hier mit Brotfall reingestürzt! Ah! Mit Auto! Ah, mit Auto! Stimmt! Das war so ein Clip gewesen auf Reddit! Wer war denn das doch mal? Ich hab's auf Twitter gesehen! Das war irgendein Clip gewesen, oder? Ich hab's Twitter gesehen von mir! Was ist da genau passiert? Der Auto ist mit Typ durch so'n Rift geflogenes Folder reingeballert, und das haben die jetzt so als Meme quasi gemacht! War sie gestorben, war sie gestorben, ja! Hä? Geil von Fortnite! Ehrlich! Auf Happy Games! Boah, die Leute noch nehmen! Wow! Äh, beim Eiswaffelwagen? Äh, Eiswaffel-Teil? Ja, 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 ja! Lassiert schön! Leser, die Leser, die auf der Straße! Er ist wund! Da weiß der one, da weiß der one! Oh, warum schießt der keiner? Hä? Ich hab doch die erste geschossen, bro! Ja, nur wir beide! Hinten, hinten! No! Zweiter Man, Zweiter Man! Down! Oh mein Gott, einer ist down von denen! Zweiter Man! Nochmal White! Hab zwei, hab zwei! Nice! Ich pushe den Weißen skannieren! Okay, jetzt oder nie! Puschen! Kommt! Ab ihn, ab ihn, ab ihn! Rechts bei der Tankstelle ist noch einer! Rechts bei der Tankstelle! Mit was denn? Weiter Tankstelle, gute Hits, der ist ja, gute Hits gehabt! Windmühle! Ab ihn, ab ihn! Ab ihn, ab ihn, boah! Geh mal kurz ein Piki in, komm ich! Ey, Jungs! Hier liegt noch eigentlich guter Loot! Ey, Gegner, komm aufpassen! Links ist Matt Spray, siehst du das? Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Ah, ne, da ist ein Bot, alles gut! Nice! Let's go, Jungs! Läuft ja wieder, wenn wir mal zusammenspielen! Boah, noch ne Krone für Stu! Kriegen wir hin! Im Chat hatte noch einer ne Krone, glaub ich, da unten! Im Chat hat auch einer bei mir einer! Chat hat jemand noch ne Krone? Für SU? Na, ich war hier in Fortnite-Shade, unten links in Fortnite! Ey, so Schüsse! Da vorne, oder? Ne, da nicht, da nicht, da nicht! Oh, ich hab da Schüsse gesehen irgendwo! Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir, zwei! Ja, bei dir, bei dir! Biss mal hinter dir! Wir noch ein bisschen weiter weg, Chat! Vor mir sind zwei! Ich seh, ich seh, da ist einer! Ja, ich seh, ich seh, die rennen genau hier! 3, 2, drauf! Shipbreak! Fett! Oh mein Gott, so krass! Nice! Easy! Der Krone ist, du, der Krone! Komm her, komm her, komm her! Oh nein, komm her! Vor uns, vor uns! Der gedauert ist der Krone! Ich bin auf dem Weg! Ey, Jungs, die auf Zeppelin, wir müssen aufpassen! Sind da welche? Ich geh jetzt Krone, mach Kötte! Ey, wenn wir gleich in die Zone nicht reingehen, kriegen wir eine Firma jetzt! Wir sind in der Zone! Auf Zeppelin! Wir müssen auf Zeppelin, Jungs! Wir müssen auf Zeppelin, Jungs! Danke! Ja, ich hab die Bahn selber nutzen und dann springen und dann auf die Binnen! Auf Kieße! Die sind unter uns! Mal richtig, die gefeift da! Oh mein Gott, es sind immer so viele Leute! Ey! Jungs! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jus, Jus noch bitte keines... Hast du alles recht spiel? Nee, ich hab noch zwei von mehr! Warte, noch nicht Jusen! Erst wenn ich ein Mini nehme! Entschuldigung! Noch nicht! Zwei Minis nehme ich! Bro, von wo schießen die auf mich? Jetzt! Danke! Wo ist denn der Panzer überhaupt? Hier rechts bei mir! Lukas auf! Lukas auf! Noch nicht jetzt! Er ist rausgekommen! Er ist rausgekommen! Ich hab einen! Jungs sind die nach oben auf Zeppelin! Ja! Nee, sie ist noch drauf! Doch 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 doch! Jungs, die kommen runter! Die kommen runter! Meine Augen zu weh! Oh oh oh! Boah ich muss irgendwie in die Zone kommen! Ich bin immer so low ne! Jungs die kommen jetzt von oben, passt auf! Ich bin das irgendwie für das! Ich bin das! Ich bin das! Ich hole ihn! Hier ist jemand! Hier ist jemand! die wäden kerle die kommen wir hier weg um die kommen wir hier weg ich brauche auch was zum essen ist auch vorbeigelaufen stadt das noch ein für dich rechts im werk hoch rechts im werk hoch mein gott um mein team auch die pyramide von uns gehen hier sind welche markiert noch mal 30 wir gehen alle aufs dach die sind hinter uns alle aufs dach du hast die die bei dings mitgemacht hat die wurde gesagt dass das ist aber im haus beim haus hinten bei der kloschüssel schießt das haus kaputt die sind immer steigen dahinter steigen auch kaputt schießt ihr das links lang oh mein gott ich komme zu mir doch 23 leute drüber hat zwei hits zwei 27er ein 27er von links doch es ist gar nicht das war sie ist das letzte news noch ein solo glaube ich noch mal ich gebe die feuerschutz er ist da und genau und die banane jungs die sind da rausgekommen er geht da links ich bin so gut mit akka letztes glaube ich ich würde sagen okay eine andere ist versteht sich dass der beginnt auch links zu jungs hat er die mutter so oder was nur 30 29 war gerade mit meiner pflanze zähneputzen ssio hat dabei gebadet und evive liegt im wäschekorb alles in ordnung bei dir dass du deine pflanze baden gehst und zähneputzen und alles ja das ist das nicht mein liebe harry bravo was wurde es auch die ganze zeit action manne was muss man machen ohne dass man trios im fordnet tracker sehen muss kannst du das schreiben oder ist das kompliziert ja bei mir auch im fordnet tracker wird kein trios angezeigt oder haben wir das jetzt geupdatet kann da nicht so geheime tricks sein oder was strahle ich auch ich hätte so bock auf den döner jetzt guck mal wie machst du mal deinen dünner zu ey leute guckt euch diese wartezeiten nicht nur das und sagst hallo dann du sagst schon das freut mich nicht diese toaster machen das freut mich zu spüren weißt du ich schreibe das kann mein video ist sehr informativ fett tzatziki und soße so curry cocktail alles erst mal auf das brot so damit unten schön saftig ist dann kommt das fleisch dann doch mal salat und dann noch mal fett tzatziki und drauf bisschen zwiebeln bisschen mais bisschen schafskäse der perfekte dünner sagst du der perfekte dünner habt ihr eigentlich diesen tern ranking auf legendary wie bitte auf vorher checker gibt es auch diesen tern rating ich habe dafür ranger oder so die folgen live time live time keine ahnung was hast du ja wenn wir um die leute dann geht es doch auch wenn und sogar topf und voller jetzt geht es ja so eine challenge ist schon macht vor uns mit random skin aber es ist sehr schwierig das ist lieber auf dem man sich ehrlich wir hatten gerade soviel auch gehabt hast du eine screen team oder was ja vielleicht schon ja ah ok kuss nur ach ich habe noch random skin drinnen ich lasse die spiele ich diesen kurzen skin alter von gunnar june gunnar das gunnar ein von battle pass gegen das auch uns gut guten mittag person hier kein bier vor vier alter kein bier vor vier kennst du den spruch nicht nee ich halte mich fern vom bier das ist mit dem auch ich habe irgendein bot die wissen einmal dass wir da landen und spiel ist haben sie angst ja ich habe twitter gepostet wo wir sind wo landen ich weigere mich aber irgendwie diese dings waffe zu spielen diese eklige drum kann ich weiß nicht das ist echt stark so kommt auch wann in welchen situationen oder richtigen bots okay ich spendet lieber euer ganzes geld an diese battle bus ding nein die spenden da voll sind dann kommt dieser bett und dieser panzer der battle bus gestern noch mal 3k reingesteigt heute manchmal 3k weit durch ich bin ein aktiver spender 50er braucht bitte warum was wir auch schon so oft passiert willkommen hier ist super triot auf 20 prozent energie ich freue mich immer als gut läuft kann ich morgen wieder streamen das war jüngst von mir erzählt ja 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 das auch aber ich habe mein nachbar geredet und ein kollege von mir hatten 25 meter lang kabel und macht das einfach über den über den nachbarn das klappen sollte heftig normal klappt das ich hoffe dass der kabel kriegt da wenn es redet oder so kein schaden oder so dass das panzer so jüngst die können wir euch von oben weghauen ja ja ich glaube meine ich habe perfekt line of panzer wo er war so perfekt hat der gesessen aufpassen verlaufen dann auch die laute rund wo man immer unter den zeppelin die haben keine augen und ich wusste ich habe sowas gehört ich habe doch gesagt wir müssen mit fünf alle so panzer suchen kasten und alle guten gleichzeitig lieben müssen die zehn jungen die sind ja man stimmt als das weiß dass irgendwelche gegner das ist doch so ich habe lange weile ich werde ich sterben er ist noch zusammen ja ich will jetzt los wir wollten hier wirklich machen unter uns sind die ganze und diesen ich habe auch ein jungs jungs ja gut super dass man das alles gut oder was allerdings wir können da oben gehen damit da kommt noch gegner 50 jetzt 50 jahren drei floppen hier mit kanone reine ich komme kann ohne rein also noch selbst unglaublich aber das leben immer mehr in den zone last game also 823 leute ist auch ich habe ich gehofft wieder auf der zeppelin sechster liegt panzer ist glaube ich jemand oder panzer gegen die direkt fahrrad zu die haben so gut ich gehe auf schützen ich mache es auf mit smg Da ist einer, Buschranger, ich hole Buschranger, 3, 2, 1, 150er, easy, hier, komm her, Trinand, komm her, Trinand, komm her, die haben wirklich wieder Willen, das gibt es ja nicht. Steps, hier im Haus, OneHit, 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 hier sind noch zwei Jungs, zwei vor mir, ja, der eine war gedauert, aber gewesen, ne, ne, hier sind zwei Y und Aura-Spiegel, Unterpanzer, 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 glaube ich, ja, 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 hier, hier, zwei, hier, zwei, halt auf, ja, fein, hier, fein, schnell, ja, nice, hinter dir, ey, hinter euch, der Stani, ist auch der, ist so gut, Stani, ist so gut, Stani, komm her, 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 ich liebe dich, ey, krank gespielt, ey, ich liebe nicht, er piegt nicht, er piegt nicht, 5 HP, wenn du gleich rechts, du kannst hinten, ah jetzt nicht mehr, da, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich hab gar nichts, bro, ich, ich, hier Splashes, komm her, hier Splashes, dann alle zur Riesen, zwei Stück, mach, 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 ja, ich muss den Psymann, ich brauch nicht, 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 Nimmt Wasser, dann seid ihr schneller, ich nehm das Matkit mit, ja, das waren zwei Matkit, schon 45 stunden was macht immer noch krank jetzt schon seit fünf stunden aber nicht nach rechts jetzt schon jetzt 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 ist jetzt ein ständig unternehmen als das ist so weit weg muss ich mich nicht nehmen diese sprinten das müssen die rein machen sonst werden wir so viel stein tut ich habe mich nicht erst um mein gott das ist der bot der bot aber dass dazu das auslange es jetzt soll auch jetzt noch bannis nice haus die zone jungen seit stunden rennen ich habe schon krampf am arzt ja hier die simulator leute einfach sprinting simulator gewohnt heißt uns das war ja spritten gebeindet schifft einfach ich hatte schiff verboten aber dann habe ich nicht mehr baue habe ich jetzt auch schifft einfach ich habe auch wenn ich auch brauchst du viel angenehmer ich auch nichts mehr hat sich aufbauen du hast recht jungs was ist das für die zone überlebt haben und ist noch lange nicht vorbei einfach 15 leute das sind leute fünf teams rechts von uns sind schütze haben wir noch mehr hier dreier team ist ein zwei jahre und ist auto rechts ab 1 ab zwar der anders laut der arbeiter die sind auch das ist ohne kommen die hatten so nicht leben ja märz auf jeden fall ich nehme das medkit ja links ich habe die rahmen geholt da 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 standen siehst du den zu wollen wir lesern warte 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 ich muss ich sehe nicht ich sehe nicht frei ein ich bin der erste jetzt er ist crack und jetzt hier hinterm baum hinten ist auch noch jemand baum kaputt baum kaputt wir gehen auf den hinteren wir gehen auf den hinteren er steht mir da vorne ist weit da hinten ist noch einer ich glaub er das überlebt hat ist da unend ist da unend da ist der krone aber wir haben alle ich gehe dahin zum hinterm stein auto kaputt jungs nicht trennen jetzt jetzt es kann dafür ich habe ihn mit am stein noch einer wo wir sagen das sind drei das gott muss müssen zurück panzer auf fahrer klappt es offen auf dem turm schaffst du es ja hier bei mir ist einer in der Mitte bro es ist es ist es ist es ist nur noch drei gegner wir müssen alle auf den panzer schießen ja warte gleich ich gehe aus dem turbo hier sind die jungs ich brauche hier ist mad kids er schießt du mal schon mal auf den panzer so dass er irgendwie den schnellen bekommen so chill einfach so ein bisschen ich sehe den power ich sehe den gar nicht wer ist denn luke ist glaube ich auf luke ist offen oh mein gott ich habe sie interessiert ich habe ihn habe ja fahrer 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 ich bin 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 da hinten da hinten da hinten da hinten noch einer das du hast du aufritten hat ab er ist von der von uns hast du sie oder du wohnen alter das war 30 win let's go die regeln machen gute nacht don't cry Leute ich mach mal licht und alles das war echt eine krasse round da waren viele kills dabei ich guck mal kurz ich kann ich gucken lost egal ich kann gucken ist und wieder ready machen habe ich hast du ne ich mache jetzt ich kann nur meine kids licht und kamera mache ich aus ja aber wir stream trotzdem weiter das war wild das war wild leute gute nacht albert das war aber die gegner werden auch knackig also die haben echt gutes matchmaking schon aber die haben trotzdem keine chance wenn wir wirklich serious spielen und nicht auf challenge gehen Leute ist krank boah ohne Licht einfach so viel angenehmer grad was für china du die sache gackige kiele jetzt was für deine fresh founders es Gebäude ruhig schlafen wir fahren nur noch kronen weil es so ein kronen shop geben 0 um punkt nur nur wecker hinter skin contest thema grün macht immer mehr thema bunt thema bunte farbe und thema böse doch fünf monate wieder später das gute ist ich habe morgen keine schule das heißt sagt mir nicht oh mein gott wir haben so lange das ist so cringe aber immer nein nein wir haben schon so lange auf sich gewartet gerade schade wir sind gerade in die lobby gekickt worden ist voll nice der skin leute ja lieben geht schneller aber guck mal siehst du auch hier warte zeit ohne ende bro ja diese lichter das ist batterie oder so keine ahnung wenn die darauf schießt ist over dann geht der panzer übel schnell kaputt also der motor oder so ist das ja ich glaube motor oder lüftung oder keine ahnung gib mir noch ein energy ich kann wach bleiben solange ich will und das heißt auch vielleicht ein bisschen chillige musik hast du extra cam ausgemacht hier ja ja alles aus ich habe licht und alles ausgemacht schade die leute würden sich gerne weiter sehen Corona das ist nicht so gut die wollen mich nicht mehr sehen ich fühle mich so gut heute ich weiß nicht warum das fordnettracker steht da wir können es gleich gucken wenn ihr unbedingt wollt und gut geht euch gerade nicht gut irgendwie die man wieder drin ist die dieser maniere und so diese runde gelieft eine von denen zumindest das sind die bei mir mitgemacht haben die bereiten sich schon mal vor für nächste main die praktischen die erste ja da staunst du Spider-Man da staunst du da staunst Spider-Man so du willst hast du nicht ne guck mal die trauen sich gar keine Kronen zu machen ne die haben den gar nicht die haben ja keine Kronen die haben ja nicht mal das Demo ey wie viel hast du das für ne Streak 2 ne ich glaube 2 ist 3 oh 3 2 was ist das Windstreak leute schade Pharao cool Konzentration sag doch einen Kronen machen wir diese Season oh mein Gott ey ein Kronen ey das ist das für echt krank ey ich sag dir ja nichts ey hier kommen richtig viele mit Jungs hier kommen richtig viele mit oha ey das ist ein Tiltet einfach jetzt geworden was kommst du? guck mal wie alle hier rein Baba Loot boah Leute sagt mal bitte hier meine Loot-Pose äh meine meine Loot-Dings wie krank ist bitte meine Loot-Rotation mittlerweile Statement einmal Chat ich habe auch mittlerweile schon eine gute gefunden ey ist hier niemand bei uns oder was? alle auf dem Schiff sind die glaubt mir ich bin oben komplett jetzt niemand ja aber im Schiff zu viele glaube ich ne wo so ja doch doch ich höre selbst hier sind welche ich höre doch überall Schüsse und so ist oben jemand zu? ne oben ist ein Mann hier ist einer unter mir wir sehen Fortschot nice unten geht's halt ab in der Stadt lass von hier oben Druck machen Panzer? im Panzer ja ja ich habe gar kein gut Enkel aufsehen ich kann ihn nicht finden nice da ist nicht viel drüber irgends rein da der Panzer macht da richtig Faxen da drauf ja boah Panzer 30er der Panzer der Panzer der Panzer Ich bin gegen den Gegner, komm hier hoch, komm hier hoch Ich bin bei dir, Bro! Ich bin bei dir Ja, 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 ja Nice Oh mein Gott, IGL in diesem Modus Ah, Sniped on me, kommt her Da hinten 40, crack Da hinten J-Brake Wo sind die? Down Boah, ich habe 6 Impuls, go down, let's go Bro, bei 6 Impuls sind man sich auch so wichtig und richtig und alles Ey, da ist nochmal 2 Impuls, go down Ich hab Wir haben die ganze Zeit kein Schild, fällt mir grad mal auf, Leute Down Scheiß für im Team Ey, ich mach bitte nicht ein normales Team finden Oliver, Dankeschön Oliver, vielen Dank, Junge Äh, Richtung Nordwesten hauen einige Arbeiten Boah, Bro, ich hab's gesehen Boah, ich hab's gesehen Boah, krass Boah, ich hab's gesehen Echt? Wie ne, Pfarrau Ja, Leute, guckt euch das an, wie geil, das ist hier mit den Ich hab' den Shortcut, den wir gefunden haben Ich hab' den Shortcut, den wir gefunden haben Das ist so krass, die Schäuble hochkommst Komm, ab unten, am Ende, Frau, Bro Ey, das ist aber, ne? Da ist die break Faro, komm lieber am Ende, Bro, dann hol' ich dich auch nicht Hab' ihn Wir wohnen hier, welche wiederbleibt Ich glaub, zählt das sogar Ey, ich find' scheiß, dass man die Kisten nicht hört Das ist so leise, die Dinger Ey, du hast doch Sand, wie die Visualisierung anhört ist Ja, hört man die ja nicht, oder? Doch, doch Aber, dann siehst du auch, wo die sind, ungefähr Ja, ja, aber trotzdem sind die so leise Oh mein Gott, Kiste, ich hab' einfach goldene Auge Geil Ja, okay, ja, super Ey, diese Revolver war so leider so schlecht, Leute Ich check's auch nicht Ey, oh mein Gott, Jungs Jungs Ey, im Kau, oder was? Ey, habt ihr das gesehen? Ne, was denn? Drei, drei Panzer in Kolonne Die fahren hintereinander gerade enthält Achso, ich dachte, du hast einen Kau gefunden oder so Was? Junge, die haben eine Kolonne Lass Zeppelin High-Ground holen und von uns Guck mal, guck mal da um Guck mal da um Oh, ehrlich Jungs, die haben alle attackiert Wirklich mit drei Panzern? Drei Panzerkolonne Aber die beiden gegeneinander Wir werden zwei angezahlt Wir werden zwei angezahlt Lass Alarmatoren, kommt alle hoch Oh mein Gott, ich war da oben Drei Panzer rechts da oben Da werden Leute rebooted Boah, ich hab' einfach Position Ey, Lücken ist offen Warum nicht runtergefallen? Oh mein Gott Unter dir, Stein, unter dir Unter dir, unter dir Selbst unter euch sind Gegner Kommen die rein, oder was? Äh, da war unter... Fahr da Tür aufhau ich irgendwo Ich schiebe bei dir Ich komme runter Ich komme runter Ich komme runter Kommt hoch Jungs Alter, fang runter Fangen runter, fang runter Fangen runter, fangen runter Ich schieße den Motor ab Motor, Motor, Motor Hoch, 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 hoch Stani, geh hoch Stani, geh hoch Ach Jungs, brauchst Hilfe Sag doch was Ja, ich verstehe nicht, warum keiner hoch kommt Stani, stoppe Züge ihn auch Die können nicht mehr hoch Was? Nice, nice Slap dich, wenn du willst Ich hab' einen gleich Ich hab' einen Ich hab' einen Ich hab' einen Ich hab' einen Oh mein Gott Nice, Stani, let's go, Digga Genauso Bro Du hast die gescheppert, ey, was Die sollen sich mal löschen gehen Noch ein Noch welche, noch welche, noch welche 20 20 20 War ich komposa? Ich hab' einen Ich hab' einen Ich hab' einen Reboot, Malfrick Gott, Leute Das haben wir mit denen gemacht grad Komm' mal her Schnell Ah, äh, Stiu kannst du Kronen direkt machen, damit Kronen für mich da bleibt Ja, mach' ich Oh, Ehre, Jungs Warte, ich reboote mit Wir sind ein Team Tick-Tock Da komm' ich Die, die gehen hoch Die, 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 die hier Die sind oben auf dem Ey, pass auf, die sind oben auf dem Zeppelin, nix Sepp's hier Hä? Wo, wo, hey Hey, guck mal, hier ist einer Ich bin im Panzer nicht erschreckend Ich bin im Panzer Ich bin im Panzer Jungs, komm' mal hoch Wir waren unbeche Ey, ey, oh, hey Ey ey Ey, ey Ey, ey, äh, eh Ey, 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 ey Ey, ey, ey Nr, ey – ey, ey! Ey, ey, eyör, ey, ey, ey – ey ey, ey, eyy – ey, ey, ey – ey, 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 ey – ey, ey, ey Jungs, seid ihr hochgekommen? Ja, ja. Das Zono, Zono, Zono. Junge, das müssen wir etwas safer hier machen mit der Zip-Line. Dann ist die fast am Verrecken immer. Zone, Jungs, ne? Guck mal, wo die Zone ist. Also, gute Nacht. Ja, gute Nacht jetzt erstmal in die Zone, Jungs. Machen Fertibon, machen Fertibon. Tanzen wir hier rechts. Ach, das ist ein Gegner, oder was? Oder sind das Bots? Hier sind Gegner drunter. Jetzt schießt mal die Klappe auf. Ja, ja, bei Tanke, bei Tanke, bei Tanke. Hat Hit. Ey, das ist die Panzer. Oben ist down, oben ist down. Oh, der andere hat auch gute Hitze. Warte mal, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Uwe, yo. Ey, der ist nur One, Digga. Haben wir, haben wir, oder? Alter. Das kann nicht sein, das ist immer der Letzte. Ein Panzer, Luke, Luke. Beide ein Panzer auch drinnen. Zwei ein Panzer dran, Jungs. Luke ist offen. Der ist nehmt, ist, Ju. One nehmt jetzt. Hab ihn, hab ihn. Geschnitz, geschnitz. Shipwreck, tot. Jungs, renn weg. Oh mein Gott. Panzer-Explosion hier. Ey, wir haben 28 Kills, Jungs. 28 Kills. Es nehmen noch 19 Gegner, äh, ne. 16. 18. Es sind noch 14. Ja. Lass mit Auto fahren. Schnell in die Zone, Jungs. Die Zone ist weit weg. Ich hab Kfz, wenn ihr wollt. Komm rein, in die Zone. Moment, nimmst du den Unterschied. Ey, Jungs, lass mal trainen. Was? Ich hab ne Mietischte auch. Braucht ihr? Ja. Gold, ne? Ich nehm die. Komm rein, komm rein, Jungs. Komm rein, komm rein, Jungs. Hier, ist schief. Was? Ich bring rauf. Ja. Ja. Ich bring rauf. Dann holen wir gleich ab hier. Oh, der High-Kill-Run jetzt 40er-Bomb hier. 40er, komm. 40er nicht, aber 30er. Rekord. Wenn wir alle holen, können wir noch 40er holen. Wenn wir alle holen, machen wir 40er. Ja, ist überschwer. Ah, ist so schwierig. Ich fiel um den Locken sich gerade. Gleich viel booten wir noch. Im Geschütz, im Geschütz. Wann, im Geschütz, shipwreck. Nein. Der Knock, der Knock da. Ich nehm weg. Ich hab keine Felsen. Oh, er ist on one wieder. Ich dreh durch, Leute. Er ist on one. Er hat für sich mit einer viel überlebt. Noch ein Knock, noch ein Knock. Okay, 30 kills haben wir schon mal. Bei dir, Brudi. Alles. Das kann doch nicht wahr sein. Da kannst du, da kannst du hinten. Bei mir. Wie ist das 100? Oh mein Gott. Das Pater war da. 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 Weißt du wo sie ist? Wann hinter uns ist das oder was? Irgendwo da. Da, auf den Hügel, auf den Hügel. Zwei Stück da. Und hat er mit. Das Pater ist front. Das Pater ist front. urgical. Ich habe ein Lalungelacken. Ich liegt an der Hügel. Ich schieße auf. Ich hier dabei. ITA 멈ht'sっちды, was war das denn? Was bist du? Dicker Qualle. Dicker Qualle. Dicker Qualle. Dicker Qualle. ja es war killstextale ist was los ja vertraut vertraut mir über schaden checkt gleich wird die gar nicht reden will drei leute oh gott die haben so keine chance ich guck gleich wie viele assist ich habe das gibt es ja nicht wir haben wirklich die sind so also leute das kannst du dir nicht ausdenken das wäre gut wenn wir jetzt hier noch rebooten vielleicht komm mal her hey was glaubt ich mir... ey wir haben so krassen looten 32 kills 25 wir haben 34 34 kills haben wir weltrekord einfach leute wenn wir alle kind haben wie viele kids 38 wir waren also 1 team 1 kopf jungs die fighten aber gegeneinander dahinten da hinten ist eine einer ist falsch an gestorben ok ich glaube ja ich war ein schuss gewesen von mir deswegen du kannst du das was kann ich guck mal wie das aussieht die können auch safe gleich mit der zone rein oder zeppelin 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 oh mein gott geht die gute jungs ja ja unterschätzt sie nicht die jungs zusammenbleiben naja ich sterbe ich leg dich ab, leg dich ab nein bro komm zurück holt mich, holt mich jungs oh mein gott nein, ey bro, warum finischen die denn direkt, Junge ey ey, ich war so weit weg, keiner hat auf die Posten, ich war so auf viel zwei waren unten, ich dachte, sie sind oben einer ist nur nach oben versuch nicht zu hoch zu ziehen ja das bringt nichts gegen die jetzt zu contesten ey, jungs, bitte ja das Problem ist immer, alle rennen weg und keiner schießt mehr auf die und dann lasern die einen einfach das ist das Problem, dass wir ein paar kacken gemacht kommt ja, wir schaffen das der Busch und zwei ja, lass sie zu uns kommen, die müssen von da runter ja, da oben, der gerade nervt hat so heftig ja, lass sie zu uns kommen da ich, 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 ich wollte mich zu dir ja, komm zu mir, komm zu mir wir müssen eher da oben oh, ich bin tot, ich bin tot komm her ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie ich noch lebe ja, fäften nein ich bin kurz, es geht ganz schnell hey, jung, ich weiß nicht, ob es so schlau war, die Bergpose zu verlassen das war euer High-Kack du hast gesehen, wie die mich geholt haben die waren wieder komplett gesplittet, Digga jeder hat alles ohne gemacht wir müssen auf Range spielen ist das in Zone? ne, ist nicht, schade schwierig ne, ne ich, ich habe Schutzwände wir müssen auf High-Ground gehen ich schieße schon wieder auch gute Hits wieder auch gute Hits, auch gutes von mir ich seh die nicht links von uns auch, pass auf links von uns auch, pass auf links von uns auch links von uns auch die Kasse, die Kasse won oh mein Gott, das war's Schlusswände, Schlusswände schlusswände ich tot das ist halt keine Chance keine Chance der findest du mich, der findest du mich der Links ist auch noch jemand schade, man wir haben einfach nur uns alle gefokust das war das ding einzige flug ist es war lieben oder doch die stelle dann kommen wir wollen das ist gleich der gewächste schon juli ich bin die bertha das ist ja ist das kind das ist ja ein bisschen ... ... ... ... ... Jungs, was ist das denn für ein Träuschen? Ich bin ein Gorilla. Vielleicht so etwa die Monkey-Army. Die Story von GTA 6 soll anscheinend über 500 Endgame Stunden dauern, ne? Was, was, was? Die Story von GTA 6 soll über 500 Endgame Stunden dauern. Boah. Ja, Billy Ellis soll in den Konzerten Fortnite gehen, was ich auch schon gehört. Krank. Du kannst irgendwie andere Maps besuchen. Europa, Vice City und so. Boah, das wär zu krank, ne? Ich geb jemandem 1.000 Euro, wenn er das durchstrengt, ich komm gleich zur Story. 500 Endgame Stunden, Jungs, krank. Bro, das würde keiner schaffen. 500 Stunden. Das ist voll der klasse Skin, Bro. Ach nicht, Jinger. Oh mein Gott, wenn er los ist. Wie so ein High One, Dinger. Er dreht richtig durch. Ja, war so ein Gorilla-Rusty. Okay. Ich hab ein, ich hab ein. Dinger. Oh mein Gott. Dinger. Dinger. Oh mein Gott. Dinger. Okay, das ist krank. Die Tür geht einfach nicht mehr auf. Der hat sich auch schon mal. Ey, Jungs. Seil von, Seil von, Seil von. Unser Zipcode. Gut. Junge, man, die hat die. Jungs, frehm ich mal oben, nehm ich hab das Schwenkler. Ich hab das gut, ne? Aber das ist auch noch ein Geschenkler. Komm her, komm her, Jungs. Hier, zu mir. Kann ich hör, was du stehen? Macht mal vom Affentanz hier drunter. Guck mal, guck mal. Stani, guck mal, Stefan, jemand kommt nicht so pushen. Ich will wegrennen. Ich schwöre, ich hätte Angst. Wollen wir so up remote? Mein Gott, ich hätte Angst. Alter. Hier. Ah ne, und lame. Kommt mal los, ob wir selber waren. Minus 27. Minus 20. Wie sieht jemand da? Den werde ich jetzt. Wirst du bei mir? Ey, da ist one, da ist one. Hab ihn. Luzberger. 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 Ey, Jungs. Reim auf mich zu. Reim auf mich zu. Reim auf mich zu. Ich will das sehen. Gerade? Oh! Oh! Bro, Leute, was war das für ein Safe grad? Holy moly, habt ihr es gesehen? Ach du Scheiße. Was war das für ein Safe bitte grad? Ich habe mich schon unten gesehen, sag ich ehrlich, Leute. Ich habe mich unten gesehen. Ich habe mich unten gesehen. Ich habe mich unten gesehen. Guck mal, jetzt ist ne Monster. Was macht der, der sich verwandelt? Ja. Ich hatte das mit dem anderen ist uncool. Hätte er das einfach so drauf, weißt du? Ja, ja. Ja. Ich habe auch klettert. Wie er klettert, Digga. Wie so eine Maschine. Boah. Das ist ein Film, Digga. Du komm mal her. Mhm. Jungs, lass sie weg. Genau auf meinen Ping. Genau auf meinen Ping. Genau da auf meinen Ping. Und guck mal einfach von der Perspektive. Das ist einfach wie im Film. Eigentlich war ich schon unten gefühlt. Boah, der eine ist schon tätig. Wie gesagt. Das sind welche. Auf jeden Fall. All the way up. All the way up. Genau jetzt. Oh mein Gott, hier sind welche. Die campen hier. Pass auf, bei der Tür, bei der Tür, bei der Tür. Hier bei der Tür war einer. Direkt hinter der Tür. Es stays. Lass da rein, lass da rein. Komm, komm, komm. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, los, los. Hier, hier, hier. Stand in der Ecke. F1, los, los. Los, los, los. Los, los. Los, los, los. Los, los. Haben die Rebooten? Auf der Road wieder. Nein, nein, ich hab ihn auf allen. Falls nicht, ich bin da rein. Wir neuer Mainskin, Digger. Damit dann, ich habe sie gegen den 1 und 2. Oh, komm, komm. Eigentlich ein Break, der kommt hoch. contrôle Todo, Kopp, hab ein. Wir tot, Jungs. Was? Alter. Ach, das ist gar nicht die Drum Gun, das ist der Automatische. Ich hab jetzt Splashen. Ich kann mich auch noch holen, dann splashen. Ja, ich warte noch. ja hallo jungs ich bin ja auch noch was was macht ihr doch ich dachte lebst noch was aber jetzt ich habe ich einen sprengler nehmen einfach kommt mal her dann sprengt gleich einmal wie bleibt man stehen muss man genau in sein gesicht gucken ob ich ihn wirklich mähen will ich habe ihn fast aus dem leben gelöscht er ist durch die wand gegangen die feiern sich mit den Affen-Skin Leute was macht ihr die sind richtig sauer die haben sich die Rakete hochgeschossen er schießt auf mich zwei Leute sind oben ich habe ein ich habe ein ich habe ein was soll ich hier machen jetzt von der Seite wo bist du seine Brees komm ich kann nichts machen ich habe es geschafft ich bin so gut dann kommt sofort zu mir ich bin safe ich habe zwei gefinished warte 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 er ist er der sucht dich warte ich sage wenn er kommt nee er weiß nicht wie wir sind zieh durch zieh durch hier ist break ihr müsst jetzt sofort zu mir kommen ich bin in Sicherheit Ja, warte, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Komm zurück, komm zurück. Ey, geh gleich hinab, da kannst du euch healen. Ich heile mich, heile mich. Ja, Bro, ich kann grad nicht. Das siehst du doch. Ich komm gleich, ich komm nicht. Ich komm wieder hoch, ich hab ein Outplayed. Oh, es ist auch noch hier. Ach, schade. Ja, Bro, ich hab's probiert. Ich bin tot. Oh, ich komm, ich komm. Oh, mein Gott. Ich lebe, ich weiß nicht viel, Bro. Du hast merke tollen, äh merke tollen. Ich geh runter, Jungs. Wir sind am Park. Hä? Deine Spezies? Oh, super, da haben wir noch Schildpilze oder so. Ey, zu uns gleich mal weg, Bro. Gehen zu Sterne, er hat noch drei Spezies. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Komm mal, ich geh runter schon. Wir haben auch Spezies. Die haben auch Spezies. Die haben auch Spezies. Die haben auch Spezies. Oh, es ist gerade da hinten, ne? Komm her, komm her, komm her. Die werden eh gleich spielen mit Sony. Hier ist noch Essen. Ohne Ende. Die kommen runter. Oh mein Gott, die kommt. Sie hat sich closed. Direkt bei mir. Hä? Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Nein. Nein. Nur noch einer. Nur noch einer. Nur noch einer. Bro, er wird gekillt von woanders. Er ist down, er ist down. Krabbel, krabbel zu mir. Bro, ich hab, komm her, komm her. Ich hab Splashes, ich hab Splashes. Hier. Stopp, stopp, stopp. Ist, 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 ist. Splash, Splash. Sprays hinter dir? Hol mich, hol mich. Oh mein Gott. Schieß mich jetzt, ich hab. Nein, nein, die kommt. Ach, die kommt safe nicht. Die laufen so, ne? Nee, die müssen safe tun, also. Die holen echt die seine... Komm, Splash, ich bin auch mal. Komm, 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 komm. Die Krone erst mal mitnehmen. Vorne Krone noch. Auto kommt. Pulsis. Äh, Karten, 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 Karten. Er liegt noch so viel hier eigentlich. Der ist, Karte ist oben. Ja, easy, easy. Ich hol die, ich hol die, ich hol die. Ja, okay, da wo ich es hol ich, äh, ich hol die. Ja, okay, da wo ich es hol ich, äh, ich hol die. Ich hab's recht. Hast du genug hier, Bro? Ich hab' den Flopper noch. Und noch Mä-Kids. Alles ist es. Und alles. Ich geh' hoch, ich geh' hoch, ich geh' hoch. Ja, okay, hol die Hurt. Ich geh' hoch. Wo liegt die rum? Rechts, rechts, rechts. Ah, da ist nicht so. Ganz oben, aber. Gänz oben. All sich viele Mä-Kids, weil ich den Kassi mit. Ja, das ist ja so, geht auch schneller. Auf dem Heckflügel. Oh, Impulse, ich nehme mit. Richtig. Und Minis. So, lass sie direkt hier in Tilted wiederbleiben. Ja, ja, ich sag' auch nicht, sag' man. Oder einfach wieder hochgehen und wegfliegen. Ja, ja. Lass die Affen auf dem Zug. Bo, 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 bo. Jetzt kommen die Affen. Jetzt wurden die Affen mal gecarried hier. Jetzt kommen die Affen raus. Die Frage ist, wie kommen wir hier raus? Hoch geht weg. Geht hoch, geht hoch auf die direkten Zone. Mit Kanone, sie geht am Schelzen. Mit Kanone geht am Schelzen. Hier ist auch eine Kanone. Echt? Okay. Thank you very much. Ja, als ob sie auf mich schießen. Also wo denn? Was? Ne, das sind die aufwachen. Ich wollt grad sagen, Alter, das wäre zufrieden. Papis, du am Rad sehen? Hier ist dann auch noch Kanone auf Bohr, ne? Also ich schieß mich jetzt in die Zone. Ich stehe auch mit. Stand immer nicht. Ja, wahrscheinlich fackt das jetzt, oder? Ich geh hier auf Berg, Jungs. Sonst kurz. Oh mein Gott, ich hab perfekten Drop auf Berg. So sieht's aus, Chef-Kid. Nein, ich hab vergessen. Oh, ist egal, Leute. Jungs, wir haben's geschafft. Ey, wie wir das mal gemacht haben. Crazy. Wer braucht Mad-Kids? Ich nicht. Ich brauch's Mad-Kids? Nee, nee, ich brauch nicht. Ich? Mit Nachnamen nicht. Hälfte kurz. Vorher ins Panzer, Jungs. Oh nein. Ich seh einen da. Siehst du den ich noch nicht? Ja. Oh mein Gott, der Score hat dick, ja. Komm zurück. Du, du hittst. Du, du hittst. Hat gute Hits. Die schmeidige Hits. Er ist won, er ist won. Schießt den Baum kaputt. Ja. Ey, Jungs, da auf Berg hinter dem Stein noch. Ist won. Ist tot. Jungs? Oh mein Gott, von wo? Ey, der Affe ist so fett. Der hittet alles. Ich versteck mich. Ich versteck mich. Der will sich wieder blieben. Wo denn? Bei Kimmol. Da oben. Ach, Stein kaputt. Ja, 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 ja. Bitte, bitte gehst du. Ja, ey. Down, Junge. Hinterm Stein, Jungs. Ja, ja. Wieder 27er. Mach den Stein kaputt, Jungs. Da, easy. Toto kommt. 25er. Steini angelt einfach. Bro, angeln bringt auch nichts, wenn ich re-rap. Angeln bringt nichts mehr, Leute. Ich werde attackiert. Von wo, von wo, von wo? Da hinter, glaube ich. Da oben, oder? Der da noch? Ja, der da noch. Ja, der da noch. Er ist raus, er ist raus. Jungs, haben wir hier? Krone ist hier oben. Tridan? Ich hab echt noch. Minis? Ich hab einen Minis nur. Der Splash ist. Wartest du? Splash mir? Wartest du? Der Fischkopf? Über uns. Oh mein Gott, die haben absolut High Ground da. Haben gute Hilfs da oben. Frischkopf. Jungs, die schießen. Wir müssen... Ganz oben, die sind ganz oben, Jungs. Ja, die haben fully High. Wir können erstmal nicht krachen. Bro, die stehen da unten. Lasert den noch. Nein. Oh mein Gott, die sind so warm. Hinterm Stein, Jungs. Hinterm Stein. Oh, der ist so warm. 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 Mach den Stein kaputt. Machst du Schild? Ja, ich mach Schild. Auch nochmal Crack. Wo ist noch so ein Kälte zu bei mir? Ja, die haben so gute Hits da oben. Ich glaub, die haben nicht mehr viel Schild. Jungs, wir müssen jetzt vorne. Wir müssen jetzt nach vorne. Ich hab aber Impulse können uns reinimpulsen. Vorrück. Ja, auch noch vier Stück. Okay, nice, nice, nice. Ich geh mal hier kurz... Dämmel 1-Tri dann für Notfall. Ja, grad geht nicht. Äh, Lockjam Lumbajan. Notfall. Bro, geht Lockjam. Ich geh auf 1. Zurück. Nimm auch zwei Scheiß drauf. Pass auf. Ich bin noch ein jung. Nice, pass auf, bist du mal alleine standig. Ja komm, lass dich dann hier. Ich stand ja dort Puzzle. Ja komm. Aber standig nicht zu, du bist noch das noch eigentlich. Ja, egal, aber... Hä? Ich lege noch ein 30-Gelt. Der ist auch eine Klappe. Noch ein 30-Gelt. Auf die Augenklappe. Stani, geh zurück. Ja, perfekt. Oh, ich hab kein Leben mehr. Hier, hier, Stani, gedroppt. Oh, nice. Hä? Ich hab'n der hoch, alter! Impuls-Karte ausschuldig. Was war das denn für ein Jahr? Hier hören sich Splashies. Oh, ist du markier mit dir? Hat gute Hits? Genau hier hinterher. Okay, 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 okay. Jeder lasst hoch auf 3. Ja, ich hab' vorne. Zweite Etage, zweite Etage ist da da gewesen. Er steppt, er steppt. Ich benutze halt hier diese komische Sprengler-Kacke. Bro, ich hab' nicht mehr full life. Ich hab' auch wieder full life. Ey, ich sag'n, ey, wir müssen wieder rüber, jungs. Wir müssen wieder rüber, jungs. Wir müssen wieder rüber, jungs, ne? Wir müssen wieder rüber, jungs, ne? Ich bin auch ehrlich, anders aus hier. Boah, 14 Gegner, in der Zone? 14 Gegner noch? Ja, krank. Ja. Es ist ne geile Endzone, immer geile Endzone. Ich schiebe mich jetzt hier im Cup, ich bin euch ehrlich. Cup-Situation. Ey, da links, da links, da links. Da links sind die. Wände kaputt. Hier bei mir, unten. Nein, 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 nein. Geh raus, ich helfe dich. Ich komm, ich komm, ich komm raus. Die sind da, die sind unten. Wände kaputt, Wände kaputt. Okay. Ich bin weg. Wir haben gute Position, Tridan. Wir haben gute Position, Tridan. Ey, hinter uns, hinter uns, Jungs. Zwei Leute. Ey, der Jungs, wie. Komm runter. Lass auf, ich stande, die kommen von rechts. Die kommen von dort. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Komm rein, Essu, rein, rein, rein. Nein, ja, komm rein. Unter die Tridan. Essu, komm zu mir, komm zu mir, Essu. Ich versuch's, Bro. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ja, das ist weg. Oh mein Gott. Ich, 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 ich hear Staste, ich hear Staste. Ja in dieser Übung. Ich hab aber keinen Heal mehr, ne? Ich habe Staste, Agric. Hast du Heal? Ah, Huguay. He- Oh mein Gott. Ich bin auch zu Tim. Oh mein Gott. ich bin so krank es lieben immer noch 11 die hat eine high ground das ist so dass wir alles gefickt aber das hat gewonnen so eine endzone bro die aufheigen und hat einen gott posi oha seit stunden geknackt die weiche neue stil für die gehöre hier ausrüsten zack zucki weiß hä warum schließen die sich nicht an da haben noch andere auf die geschossen also das war wirklich leute nichts weiter auf 10 mich wie die kurs da ist schon lange keine kenne erscheine du bist raus nein ich bin dringend da habe ich eine warte auf dass alle gucken mit dem spielverlust ja du bist raus wie heißt der tokyo du sie ach guck du bist gar kein gegner für uns zyukuba was macht der da leute ha 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 kihito einfach hochzeitbro ich schwere ha 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 Das war's für heute. das ist trotzdem die idioten das will man dazu sagen dazu kann man real rap nichts mehr sagen außer dass wir flexen und kronen können ich hab die dem boden nicht Bro, er lacht mich aus, als hätte er nicht mal eine Krone. Guck mal, die haben schon jetzt Angst, Bro, die hat eine 6 Kronen oder 7 Kronen. Guck mal, wie die Angst haben. Guck, du bist viel zu schlecht, du kommst gar nicht in unser Matchmaking rein, Bro. Guck in unser Matchmaking, der passt vorne und hinten. Das fängt beim G an und hätte beim K auf. Also Guck, du kannst es echt abbauen einfach. Oh mein Gott, Müllwasser. Danke. Der ist nicht mal gelandet, hat sich auf die Bredze bekommen. Der ist nicht so schön, bitte. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Kann er mal sterben? Danke. Wurde, ich helfe. Hier ist du. Du schweig. Wie ist er denn noch? Was? Ey. Ich gebe ihn 23er Pumps. Wann schon was, hab ihn? Noch ein Bot on me heute? Er tritt mich gleich. Der Bot. Ja, ich habe ihn. Alles gut. Jeder muss, hast du einen Bot. Hier kommt. So, wo kam er denn her? Alter, jetzt 200 Leben. Das brauchst du nicht erzählen, Alter. Guck mal. Ey, Bro. Was willst du machen mit dieser Drecks? Ah, er hat diese Scheiße. Wann ich schon nicht? Ah, da hinten. Der. Guck mal, die checken nicht, dass ich aufbomben bin. Hatte 39er, 26er. Down. Ey, die checken nicht, dass ich aufbomben bin. Es ist übelst worden. Der ist dumm. Der ist dumm. Der ist so ein Genie. Dieser Skin ist heftig, ja. Ja, das ist doch eine Müllwaffe. Du bist einfach getan. Weil du mit der Waffe gar nicht andere Waffen contesten kannst, Bro. Das ist das Problem. Da ich mit der Waffe trotzdem treffe, ist ja klar, weil ich gutes Aim habe, aber du kannst damit ja nicht contesten gegen irgendwelche anderen. Mach mal Wiederbelebung, Junge. Wiederbelebung eingeleitet. Ich bin euch ehrlich, ich mach heute safe bis zu zwei. Okay, bis dahin habe ich 40 Kronen. Müsst du ja nicht arbeiten oder so? Ich habe auch nie, aber das ist ein Messerferien. Ich habe morgen Schulfrei. Was studierst du denn? Ich habe 100 Metall bekommen. Nein. Ah, Kasse, ich brauche, oder? Ich stehe gerade Lehramt auf zweifachbisch. Pistol? Ey, ey, lass uns mal ein bisschen was krass bekommen, Bro. Stell dir mal vor, ich würde wirklich jetzt... Aber was ist, eine Waffe an unsiebares? Irgendwas, was nicht im Spiel sein durfte, du hast gesehen? Ne, ne. Komm, mach, 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 mach. Egal, das Ding zieht uns einfach ab. Ja, das ist so eine Abzock. 100 Gold für was? 100 Metall bekommen. Für ein meistiger. Ich habe auch 100 Metall bekommen. Oh mein Gott. Für eine Kokosnuss. Von Minis. Ey, komm mal, Typ, Bro. Hier, Metall. Ey, ich brauche eine Banane. Ich brauche eine Banane. Mach, ich brauche jetzt irgendwie bauen. Mach, ich brauche. So, geh mir jetzt Hilfe oder was? Fortnite auf Lehramt. Ja, das kann ich natürlich euch auch lehren. Ja, guck mal, der wird zukünftiger Lehrer und spielt den ganzen Tag Fortnite. Die Jugend ist gerettet, juhu. Ey, das wäre ja voll nice. So Fortnite-Teacher, Junge, so ne. Imagine, Digga, dein Lehrer kommt rein mit so'n Triple-Edded. Mit Nineties. Der Lehrer macht erst mal... Mit Nineties. Aufnahmen für die Klasse, das ist erst mal Nineties machen. Das tölt, Jungs. Ja, es ist nicht schön gehen, ich sehe schon welche. Aufgaben, morgen musst du... Imagine Trina wird Lehrer von deinem Sohn, ja? Hallo, Sprenky-Junga. Kann doch sein, ne? Na, das ist für mich ganz egal, dass ich Lehrer wäre auch nicht, aber du hast gerade momentan... Du hießt einfach nur, weil du kein Bock, äh, keine Ahnung hast, ne? Es ist wie, was soll denn das gerade? Aber noch, noch noch. Weg, 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 von rechts. Ich fahr mal das Auto weg. Ich kann nicht fahren, ich kann fahren. Guck mal, ich muss die Opfer da raus. Nehmen wir noch einer. Ich fahr weg. Nein. Nein. Du wüsste hier. Meiner macht die Rolle mit Sniper. Oh, Panzer rechts. Jo. Digga, allein schon, dass der Affe, diese Kalune passt. Ey, Jungs, liegt noch eine goldene SMG, ne? Wenn einer braucht. Ja, nice. Äh, Stani, hast du ein bisschen Pump und SMG-Moon? Ne, hab ich nicht. Ich hab da selbst kein Pump, bro. Sprengler, 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 Sprengler. Ach, Stani, komm her. Ich hab Pump nun. Hm, ich mach's auch mal. Hier hinter dir. Ich hab gefunden. Einfach 60 Stück gefunden. Ja, die meisten machen es ja. Die meisten, die keinen Ahnung haben, zu studieren, durchspielen einfach BWL oder so. Das stimmt, bro. Wie kommen deine Auche, Jungs, bei mir? Auf Zip, Lein. Ja, Ravio, Ravio, Ravio. Er hat Zip, Scharn, er hat Zip, Scharn. Er hat einen kleinen Zip nur noch. Oh, oh. Geh nach oben. Du Zip, Junge. Zip, Junge, Scharn, 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 Scharn. Hey, Bro. Was? Digga, er ist doch so warm. Ich komm runter, Jungs. Naja, wir kommen hoch, wir kommen hoch. Bleib da, bleib genau da. Oh ja, bleib bei mir. Okay, Digga. Bleib bei mir. Super, 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 super. Oben, ganz oben. Ja. Der hat es. Fryder stays aktiviert. Oh mein Gott, hier, on me, on me. Wo ist 12? Ich, es beginnt für mich auch nicht. Warte. Noch einer. Noch unter dem. Chip break. Boah, okay, ich treff grad echt gut. Nein, nein, ich zieh mich. Boah, krank, Hürde. Das war so schlecht, Leute, von mir. Das war so schlecht gewesen. Ey, ich nehme diese, ich nehme diese, ich nehme diese Teile, was da nix. Das gefällt dir, wahr? Obwohl, ist das die Thermal? Ja. Ja, will ich dir nicht. Ey, unten Splashes gefallen, ne? Das Karten, komm ich jetzt holen. Bro, die HP hat er gehabt, sagt man ehrlich, ein, ich hab doch fast alles getroffen. Ich hätte vielleicht MP nehmen sollen, der ist schlauer gewesen. Das da oben ist verbuggt. Ist nur nicht einmal passiert. Mir auch noch nicht. Ja, weil, klar ist das passiert, Johnny. Weil da oben ist so ein Clip, der Schatz. Gestern, aber heute noch nicht. W-Boot dauert 10 Sekunden, glaube ich. W-Boot! Weniger, glaube ich, oder? 9, 8, 7, 6, äh, weniger. W-Boot 7,5. Rechts, 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 rechts. Tschüss, nie. Schack. Schack, 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 schack. Oh mein Gott. Guter Damage. Hey, der da hinten wird dir installiert. Kommt mal hin. Oder ne, hier. Hier. Oh mein Gott. Ja, die greifen alles. Zuhne, Jungs. Zuhne, zuhne, zuhne. Zuhne, zuhne, zuhne. Moone, 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 moone. Kass ist Moone, doof. Ah, ja, 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 warte mal. Danke. Warte, noch mehr hier? Lass hochgehen und deinen Dingsen. Von da moopen. Ey, Jungs, egal was ihr macht, wir müssen das schnell tun. Ja, ich bin weg. Zuhne, komm zurück. Ja, das war jetzt ein Bra. Er finde ich dich auch, minus 30. Der finde ich dich. Wir müssen abhauen. Was ist das denn jetzt, hier? Ich bin hier safe, Trinan. Der schießt, äh, es ist ein Panzer, es ist ein Panzer. Ey, ich muss abhauen, Jungs, sorry, ne? Ich kann mal eine Karte holen, ja, hör ab. Soll ich hier oben, hier, solche oben, hier, solche oben. Und mich safe, und mich safe. Trinan, hier. Soll ich hier zu nehmen? Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ja, die schießt ja immer noch hinter mich her, Junge. Schick mal. Ich habe keine Ahnung, wo der schon wieder herkommt. Du hast 30 HP, gleich, du hast schnell. Bro. Achso, haben wir die irgendwie noch hier? Nee, ne? Hier ist es, hier ist es. Ich habe Bandage noch. Du musst halt irgendwo hier liegen. Das kann doch nicht sein. Ein bisschen. Egal, ich fliege zur Zone, ich fliege zur Zone. Irgendwann, weil ich versorgen, ich fliege zur Lange. Ja, ich bin schon weiter, oder nicht? Ich hoffe es. Da, ich sehe gerade fliegen, Leute. Fliege, äh, Animation. Bro, was machen die da? Ja, ja, die sind da, die sind da. Ich fliege mit Kanone, ich fliege mit Kanone. Ich fliege jetzt auch. Boah, diese Autos sind nicht so schnell, ne? Oh mein Gott, Kanone war Gamechanger gerade, Leute. Ey, Jungs, ey, kommt nicht in meine Richtung. Vor mir sind Gegner. Ihr müsst irgendwie anders, links oder rechts rum. Da habe ich dann hier ein bisschen. Da habe ich dann hier ein bisschen. Ist du links bei dir? Direkt neben dir, direkt neben dir. Pass auf! Ja, komm bei mir rein! Ach nee, da ist man mir reingekommen. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Bro, ich sind direkt auch noch welche hier oben. Bro, er muss da raus. Links Panzer. Direkt neben dir, Bro! Ja, ich kann nichts machen. Chip Rack! Nein. Kannst du schnell zu mir kommen, ich habe Bandagen? Hier sind auch andere Gegner. 200X Pro, ich schaue das nicht. Ich bin im Haus, Jungs. Ja, ich bin dead, Jungs. Wahrscheinlich schießt er mich auf hier. Ich habe aber noch einen gelockt. Bro, ich bin auch dead, aber. Guck mal, ich habe hier nichts. Weil die sind wir gestanden, oder? Nee. Sind alle tot, nee. Hier noch. Hier noch. Da ist schon auch drückt, Bro. Wo dann, wo dann? Digga, ich check nicht, wann du mich hieß, sei nicht geholt hast. Ja, Bro, ich habe doch keine HP. Ich habe doch Bandagen gehabt, habe ich doch gesagt. Das wird davon immer noch gegnerpartiert. Nein, der ist abgehoben. Oh, und da, ich war doch selber, der hat mich sonst attackieren würden. Würden Massen machen, wie es das war. Ja, sorry. Bro, es sind auch schon wieder so viele, ne? Hey, Bro, droppt doch hier. Ich habe hier, Bro. Kommst du mir, kommst du mir, ich kann es schaffen. Ja, ich bin da oben, ich bin ich ab. Wenn du die ablenken kannst. Warte, warte, warte. 29 halt nur. Warte, 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 warte. Welche soll ich ablenken? Die da oben, da. Oh mein Gott, ich, warte, warte, warte. Warte, warte, ich lenke die gleich ab. Warte, 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 gleich. Aber wie lebt er denn noch da oben? Er hat gute Hits, gute Hits, gut, Bruder. Einer hat gute Hits. Ja. Die haben gute Hits, Bro, die haben gute Hits. Oh mein Gott, der NS-1 fast. Ja, die sind down, die sind down, die sind un-on-on, Bro. Du musst zu mir kommen, wir müssen hier hoch, hier hoch, auf high ground. Ich habe einen Fisch, ich habe einen Fisch. Ich werfe den Fisch unterwegs hin, unter Fisch unterwegs. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Oh mein Gott, vielleicht nicht nur. Ich fahre Auto und der Typ fliegt genau in mein Auto rein. Kann nur mir passieren. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Komm, ehrlich, ich hab's fertig noch? Alter, warte, das ist ein Anteil. Wir haben eigentlich eine gute Posi, sag ich dir ehrlich, ne? Alles noch, äh, ich weiß, wer ist der Mann? Flip halt auch mal. Nice. Geht der wieder selber noch da? Ich kann Waffe nicht wechseln wieder. Was ist das denn für ein dummer Bug? Ich kann auch SMG spinnen, ich kann ihn mal zielen. Ja. Was musst du machen, bis das wieder weg geht? Ich weiß nicht, ich hab da schon mal Skin effect, Bro. Ich kann nur SMG spinnen, ich kann nicht zielen. Die Container kaputt! Der ist, er ist, er ist, er ist. Der ist, er ist. Der ist im G-Spreen, sorry. Unter uns drei. Wo ist der? Ah, ne, ich kann nicht ganz schön treffen, so. Ich kann kaum helfen. Alles gut, Bro. so ein dummer bug ich kann ich hier noch so ich kann ich mit einem beteiligen ich kann immer sachen tropfen ja geil links 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 runter hier sind bleiben benutzt ich habe nicht mal hier ich kann ich mal schild tränke trinken ja die gute nation hier das top geiles spiel ich komme links hoch die können wir uns holen hier hast du nicht ab ich kann ich doch was du hast du das packt jetzt machen waren jetzt noch nicht nur ich glaube einer war unten gewesen dass du bitte keine braus wir gehen weiter in die zone das liegt nach vorne wir können auch hier in den häusern gehen ja die rechts haben nicht mehr viel leben rechts von uns ich habe nur die sprenkler das best geld werden wir nicht ich könnte die waffe kurz ab wie es legendär wie soll ich hier rauskommt er wusste aber ich habe schießen er kommt zu uns eine oh mein gott oh mein gott die sind drüben im haus da pushen welche links links sind auch welche ich sehe die links nicht ich sehe ich sehe ich sehe ich muss eben ich kann nicht trinken ich kann nicht trinken da ist egal ob wir müssen wir müssen er muss zielen könnte kommt schon im haus haben wir uns ziehen wo das ist denn scheiße ich hätte jetzt granaten einer einer solo vielleicht ja das auf jeden fall team bräuchte ich kann nicht ich habe auch nicht ihr brauchst 100 bettel oh mein gott die feige hatte zu ja lass uns das die falten das ist aber ein soli noch und ein wenn wir einen solo haben und nur noch ein team die da unten in der garage guck da hin krasse nates das ist unnötig für dich du brauchst die meisten unter der unter uns unter uns warte ich bin ich bin ich safe alles gut der unter uns macht auch glaube ich ja der soll hochkommen ab 1 hier ist einer hier ist einer soweit ihr der andere kommt der andere kommt ja ich geh nicht runter ich geh nicht runter ich geh nicht runter ich geh nicht hab ihn der andere ich bin tot was was gibt die mir für headshots bo alter nur wegen diesen dreckigen bug schon wieder verloren gg digga ey was ist das für ein bug warum hast du denn nur diesen bug ich check dich digga das war so eine bots alter oh mein gott gut gespielt bro was hat er mir an damage gegeben grad mit dieser dreckswaffe ich check dich er schwingt hoch und gibt mir diesen todesdamage ja logi logi nur am grinden aber das wäre das wäre alle raus oder was ja wir sind raus ja wir sind raus zweiter platz ist erster verlierer danke für die starken worte frankie das wäre das wäre cool ja das wäre cool ich habe was er mir da von damage geguckt hat wie viel leben hatte ich noch gehabt Leute äh äh keine ahnung ich habe das war doch gefühlt wie der one dings ja bro hättest du waffe gehabt ich hätte mal die gold safe wir haben die season unserer match absolut auseinander genommen das ist ja klar das war das war's meine damen und herren hey guckt euch das an leute jede runde warten wir ein ein du musst dich join ein du musst dich bitte bi 2 ja das Ja, ist so Frankie, ist so. Ja, klar kriegt man doch Kronen Sieg, hat wieder von vorne angefangen. Zwei Minuten, average zwei Minuten um eine Round zu finden. Danke. Danke ans Matchmaking. Ja, ich hatte 40 letztes Season glaube ich gehabt, clean. Also 40 Kronen Sieg, Wins weiß nicht, Wins wahrscheinlich ein paar mehr. Aber ich bin ja letztes Season auch gar nicht auf Kronen gegangen oder so. Ja, also. Sag mal, warum will ich wieder her hier, Alter? Sag mal. Meine Settings sind nichts besonderes, Bro. Von meinem K-Wahn? Ja, das kommt. Oh, oh. Oh, oh. Was? Ja, ich bin auch nicht müde. Was geht, Johnny? Johnny Dörp, Johnny Dörp. Okay, Spaß hier auf. Was auch nicht schlecht, Nico? Oh, sag ich real rap. Real rap? Real rap? Real rap? Real rap? Ich hör das auch so. Ich denke so real rap, hä? Weiß das nicht real talk? Ja, das ist real rap. Ja, das ist real rap. Ich hab keine Ahnung warum ich das mal gemacht hab. Oh mein Gott, richtig schuldig. Also lieber ne graue AK als ne graue Revolver. Oh ja, na, na, na. So, diese Kinn hat gelandet, oder was? Scann mal um. Ich scann, ey, öffne scann. Ah, ich mach, ich mach, ich will schnell. Scann beginnen. Da ist der Boss. Ah, es geht nicht hier. Das ist auch HotDrop, keine Gegner. Geil. Ich schenk auch nicht, wie die Leute immer landen. Ey, yo, mein Bestfass. Wir können aber Dings gehen, Leute. Trisor. Ey, der Boss muss sich ja richtig verarschieren. Er schießt mich die ganze Zeit an, aber ich zeig halt einfach nur Interesse. Ah, schlagt. Das ist der Boss. Ich mach mit mir aus. Komm mal. Ohohoho, der Damage von der Waffe ist ein Killer, Leute. Boah, starkes Aim. Oh mein Gott, ich lösche mich, Leute. also ich halte mich für heute raus okay ja warum bist du tot was ist passiert das ist eigentlich mal ein bug gefunden wir sind ganz zack bugs irgendwie ne kann das sein nein guck mal ich bin mit dem auto trina geh mal zu meinem loot geh mal zu meinem loot ich weiß nicht wie man das ist du bist mit dem auto hier runter gefahren du darfst eigentlich mit dem auto reinfahren du bist tot instant ich kann deinen links nicht mal mitnehmen warum fährt man hier auch mit dem auto rein das macht keiner niemand fährt da mit dem auto rein die karte kann ich auf ihm alles komplett kummer ganz unten trinert auf welches grund ist dann wenn du hier sieht man gar nicht die mut von mir doch ganz und ich bin nach der ganzen menschen ich jetzt nicht jungs mit 14 kronen siegen ich habe dreißig mein bro er war jetzt erwarten ich kann die macht resor ich zeige den person meine kronen dass ich rein darf darf ich ja ist recht rein hier vor beine gebrochen eigentlich war doch auf mich dann ist auch du bist der boss hier das macht spaß zu gucken ja ich gucke die zugrott ich will aber ich gucke mal ob ich was lernen kann sie weißt du kannst du einiges lernen ja ich kann ja kein patroon mehr das ist ja auch nur kann das mich beschulden bei jungs tisch ich guck mal um ein zelt unserer karton ist dann ist sie ist doch ein karko und jonas ich muss was ist das schießt auch nicht nur weiter da was zeltere rechts andere 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 also guckt ich glaube ich habe mich von drücke oder bei schriften so wie sein kurs von oben oder Oder lass Lolli Corny wegen dem Ton, oder? Achso, ja stimmt. Lolli Corny? Lolli Corny? Corny, ey, Corny ist so leiser. Ey, wir gehen Hot-Tour runter und haben null Kills, das muss doch gar keiner zählen, ne? Ey, Johnny wollte doch von mir aus rechts gesehen, hä? Was soll ich denn sagen? Jungs, wir können hier rechts hoch, dann auf dem Zeppelin. Beim, äh, beim, links hier, beim... Ey, jo. Hier bist du. Hier sind Schüsse. Ey, Bro! Hallo! Unten, 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 glaub ich, oder? Also oben ist keiner, Zeppelin. Die, die nicht. Doch, warum ist jemand? Einer ist down, nice. Ey, schieß auf die Luke, schieß auf die Luke, 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 Luke. Schieß auf die Panzer hinten. Der rennt, der red, white. Down, down, down. Oh mein Gott, was liegt der da in so golden ist noch glänzen? John Wick? Äh, äh, Jinx, 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 Jinx. Shield break. Hab sie. Schack. Haben die Krone für mich auch noch? Ja, ja. Ja. Schieß auf mich. Links ist jemand noch im Haus. Minus 90. Schieß auf. Oh, das ist cooles Internet. Ist, lebt er noch? Ja, ist halt Internet, Bro. Kann ich sagen. Ja, außen, 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 außen. Er hat zwei, 40er. Ah, ein Kommentar. Er ist one, Bro. Ab ihn. Nice. Da habt ihr gesehen, er ist im Internet. Komm, spinnt. Krone. Gehen high wieder, geht high wieder, Jungs. Gehen high wieder, Jungs. Gehen high wieder, Jungs. Weil die werden jetzt alle von links kommen und werden versuchen hochzunehmen. Ab die bist du in AR, Moon. Ich hab nur noch 22. Ja, ich hab das safe. Ich hab, ne, ich hab 400, Bro. Gib ihn. Jungs, die werden auszieltet kommen, wenn die, ne? Schätze ich mal. Ja, da hinten bei 210. Aber du bist noch mal hochkommen, Guys. Einfach zum Nerven, Leute. Hier sind Zeppelin, ne? Ja, das sind Bots, Bro. Oder? Weiß nicht, keine Ahnung, denk ich mir. Hier ist komplett unlooted. Müsste ein Bots sein. Ja, das sind Bots, Bro. Jungs, Daily Bugle Zone, wir müssen in Zeppelin gehen. Nee. Lass Zeppelin gehen. Boah, wer da einen Zeppelin hat, Bro, ist Matchwinner. Safe, 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 safe. Ich geh links hier, die Seilbahn hoch. Siehst du, rechts hier, rechts hier, rechts hier. Ja, wir müssen unbedingt hoch. Da wollen auch andere hoch. Die werden die andere Seilbahn nehmen, wahrscheinlich. Darfst du anschießen? Ja, die können, die können das mit schmeißen, ne? Nee, doch nicht, schon nicht, schon nicht. Ah, die sind los. Wir müssen aber hoch, Bro. Ich zeige, meine Debugle. Mein Gebäude, mein Gebäude. Da sind die alle. Einer spawnen. Ja, aber ich bin jetzt ruhig durchschießen. Alter, der ist so bloß. Was macht der da? Da ist auch einer. Ja, ja. 29. Ey, Mann. Alter, krass. Unter uns, benutzen sie. No, 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 no. Shoot break. Der war one. Oh mein Gott. It's down, it's down, it's down. Nice. Da auch einer. Shoot break. One it. Oh, die sind alle one it, habe ich das Gefühl. Ich kann von hier auf diese Seilbahn springen. Ich kann von hier auf diese Seilbahn springen. Probieren. Probieren. Probier aus, Jungs. So, ich sterbe. Sorry. Komm rein. Hast du geschafft? Du bist so killgeil, ne? Ah, warum? Ich gucke noch von hier die Position an. Aber ich sehe nicht mal. Aber das ist eigentlich voll Baba, weil ich kann von oben rein. Oha. Äh, von wo? So, kommt die Wand auf. Ah, Bro, passt oben auf dem Hügel. Hügel, Hügel, Hügel kommt jetzt weg, ne? Okay, warte, ich komme wieder zurück. Hügel. Hügel. Hügel, 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 Hügel. Hügel, 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 Hügel. Komm wieder hoch. Esti, die können den noch ziplinen, ziplinen, ziplinen. Warte, warte, was safe wenn die da hochkommen? Ich bin noch Scott, ich bin noch Scott, ich bin noch Scott. Die kommen hoch, Esti, die haben... Ich fahre das, ich fahre das, sorry. Achso, ich fahre das. Hinter uns, Auto, Auto. Oh mein Gott. Die haben Big Hits, aber die versuchen wahrscheinlich auch hochzukommen. Wo ist das Auto hier? Da unten. Oh, minus, äh, hundert. Es sind vier Leute im Auto gewesen. Mein Gebäude reingelaufen ist. Oh nein. Warte. Ja, beruh dich, beruh dich mal, Jungs. Pass auf, auf dem Berg da oben waren auch welche, ne? Die haben was hochgefunden. Die haben gute Baba Position. Ist nicht mehr. Geht. Jetzt machen wir einfach noch eine Minute extra hier. Oh mein Gott. Oh, ziel mal. Sonnen? Ja. Ich bin jetzt. Ich bin ein Dreißiger. Oh, oh mein Gott, das ist so long. Die fighten sich da alle. Schlau. Boah, Schaupp, ey. Hast du noch ammo? Wie viel? Hast du noch ammo? Wie viel? Wie viel? Ich hab'n. Jakob da. Ich hab'n. Ich hab'n. Von dir noch 250. Hier geht noch ein dissin. Komm'n, AsM? Ich hab'jac initial ab, AsM! Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich was. Ich muss sparen mit Muni. Aber und er ist ungelootet. Chrisias. Dann geh'n doch ein bisschen Dings hierin. Chrisias. Komm. oh mein gott hat er mich erschrocken jungs direkt ohne direkt ohne direkt ohne direkt ohne die sind auf dem berg hier oben sind auch welche der links auf dem berg sind welche das auf dem berg ist da die holen wir die holen wir die unter ein bisschen mehrere da kam hier so ich mein auto oder so warte ich kann ich nicht ich will die leute wieder leben die aber die bilder die beliebige hat wir wollen die links wie muss rechts hinten unter in 19 berg hochgehen ich gebe dir die rechtsplash ist okay wo kam die her es macht keinen sinn zu spielen wo kam die her sorry jungs war meine schuld wegen dem auto es war dumm wo bist du eigentlich gestorben ich bin neben euch gestorben das war so dumm von mir gewesen hey gta 6 soll einfach eine mischung aus white city san andreas und liberty city sein und europa ja das war dumm was denkst du was in europa 3 dann so in london glaube ich ja ne so paris oder venedig oder so london habe ich oh keine ahnung was sagt ehrlich gta 6 so 500 gigabyte minimum speicher ey jungs langsam musst du ja wieder ihren kronen sieg her langsam winst du ihn schlecht aus leute wie hier aus ich glaube es wird zweitmasken zu ändern hier welches geklebt hat es gestern gespielt ne ne So, Weihnachtsbrenn. Ja genau, ich muss halt mal Serious-Skins spielen, nicht so Müll-Skins hier. So, jetzt geht's das richtig los. Das ist nämlich die Sache, Leute. Hier wieder den Schwitzer-Skin ausgepackt hier. Boah, Sio Schwarzer Ritter, jetzt geht's los. Ja, das war halt grad, ich hab auch nicht, ey bro, ich hätte niemals gerechnet, dass die von hinten kommen. Weil wir hatten ja eigentlich hinten schon alles abgesaved, aber die kamen wahrscheinlich reingefahren aus der Zone. Oh, unlucky wieder, ne? Was soll man machen? Aaaaaaah! Boah! Sio. Wie lange zockst du hier eigentlich? Ja, ich zock, das war's auch für mich. Digga. Mein Streamberg schon seit sechs Stunden und vier Fitch-Boom. Krass. Das war glaub ich auch schon seit fünf Stunden, ne? Oder sechs auch schon? Auch schon sechs, ne? Krass. Aber Zeit verging irgendwie schnell. Ja, 30 Kronen müssten hart auf hart eigentlich reinbrauchen. Und wie schnappst du? Ehrlich, sechs, zwanzig. Komm, let's go, Digga. Ich hab ihn jetzt nicht gefühlt. Ja, ich bin jetzt aber grad nochmal so dumm gestorben, Weakness, grad zum Schluss. Ja, gut, grad waren wir auch nur zu dritt gewesen, muss man auch sagen. Aber es war halt auch dumm gewesen. Ich hätte nicht reinpushen sollen. Ich war zu killgeibiger gewesen. Das Ding ist halt echt, man muss halt aufpassen, man wird sich zu... Äh... Ja, Bro, Gülk, du kommst gar nicht mehr bei uns rein. Wir haben ein ganz anderes Matchmaking. Wir haben Profi... Nein, Leute. Tausend Euro, hier ist ne Sniper drinne. Tausend Euro. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Ich hab nicht gewettet. Ich hab nicht gewettet. Oh mein Gott. Du hast einfach ne keulende Pump drinne. Alter. Das hab ich auch noch nicht erlebt. Real Rap. Hey, wo ist das LG? Ah, das war dumm, Leute. Ey, aber das da mal ne Dings drinne war. Das meine erste goldene Pump die ich gezogen hab. Oh mein Gott. Was hab ich für Loot, Leute? Hä? Der ist da dumm, aber scheiß drauf. Ich hab gar keine Gegner, Alter. Was ist der denn, Alter? Ey, yo. Was schießen die auf mich? Check. Ich weiß nicht, Leute. Pools sind eigentlich schon important. Gamechanger in Pools teilweise. Spots die auf euch schießen. Jaja. Oh. 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 Take. Zählt die jungs? Ready? Na gleich. Okay, das ganze aus. Hier dauern, damit ich die Lupe kann. Ah, Leute, ich nehm den Dings. Scheiß, was du da schießt. Hier oben ist das Splashig, wenn du spaschen willst. Äh, ja. Wo, Pink man? Hier direkt, äh, oben. Ich hab Pink mich, äh, Dings hier ausgelöstet. Muss ich mal machen, ja. liegt in der wenn du hoch links mit den untertreppen hier bei der treppe und mein gott machst du mir angst also die jungs da sind welche unter uns braucht unter uns es für direkt unter uns da einer swan schwarzer ritter wie gut ich habe nicht erst so frech und wie gut ist hier was das denn das ist ja respektlos gewesen leute ich erlebt da ist ja so recht panzer kommen panzer spieler er hat genau sein rüssel davor kaputt machen hatte genau sein rüssel davor dass ich mich treffen konnte er hat richtig outplay durch wollen jungs bei mir sind noch welche in dem gebäude hatte 50 leute schimmelwiederbelebung deine hand schimmelwiedsportler geworden du hast mich gerade gerettet Ich noch am Spin. Aber Locker Reels, oder? Mit der Zone Zeppelin? Ja, lass Locker Reels, komm. Lass direkt die Seite da hoch. So Leute, jetzt sind wir wieder im Wind hier. Jetzt brauchen wir nur noch eine Krone. Was ist das Ding? Ich brauche euch eine Krone, ja. Gute Frage, hast du ja gestealt, Bro. Ich weiß gar nicht, wo ja, sei ehrlich. Ja, hier sind auf jeden Fall welche. Rechts, hier, ja, rechts unten. Oh Gott, er ist worden. Nee, ich geh nicht runter. Ich kenn das bestimmt. Die Wanda hast du gesehen? Ja, die Wanda im Haus, also einheitsgesehen. Ja, benutzt Sprengler. Zwei mindestens. Einer one, einer Shipwreck. Warte, ich schieße auf, ich schieße jemanden auf. Das war der rechts, die sind oben. Genau, das sind die. Frack, wieder leider. Der andere Shipwreck. 111er. Komm, 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 komm. Ab ihn, hab er dabei. Ab ihn, hab er dabei. Äh, ich weiß noch einen, äh, wie heißt's? Ah, Golde Pump, Golde Pump. Wie heißt's? Wie heißt's? Oben, oben, oben. Stryker. Jungs, lass auf Halk und wir gehen. Äh, Sius, hab ich welche? Nee, nee, ich hab auf was geschossen. Mal lästchen, was soll man sonst mal den ganzen Tag? Obwohl wir gerade eine kleine Flaute haben, was Siege angeht. Aber ich glaube, jetzt sind wir wieder back. Ja. I'm soon. Ich glaube, sein Auto ist bis ich kaputt bin. Ich bin auch schlecht, Leute. Wer ist da hinten auf dem Berg, Bro? Oh mein, oh, okay, aber das verleckt. Halkam, stein, stein auch jemand. 150. Ist die stein kaputt? Hä? Der ist runter. Ah, der ist runter. Hat Hit. Zwei Hits. Boah, von links, von links, siehst du den? Ich krieg den Geld schon. Danke oben. Ah, der hat irgendwie runter. Ja, die hat auch noch hin. Ja, die hat auch noch hin. Ja, die Jungs, lass die aber bleiben auf Hals. Sag ich ehrlich, ich pushe da nicht. Scheiß auf die. Oder wollt ihr da unbedingt pushen? Nee, nee, ich komm zurück. Die schießen auch mal. Da wollt ich von links, von links wieder. Hat noch einen Sniper bekommen. Junge, ich bin so gut mit dem Sniper. Ja, das bringt halt nichts, weil die nur 90 Schaden macht, Bro. Ja. Und der kriegt ja 50 Schaden, 50 Leben durch die Scheiße da. Habt ihr gesehen, dass Heavy auch überarbeitet wurde, wie Sniper? Die macht Headshot, der ist nicht mehr One-Shot. Was? Ja, ja. In Creative kannst du die Heavy spielen, die macht 198 Damage. Aber hattest du vorher auch schon, Bro? 198. Nee, stimmt. Heavy Sniper? 250 hat die. Ja, ja. Und keine Waffen machen unter One-Shot. Keine einzige. Ja, das ist auch mal geil. Heißt das so. Ginden die geil? Ja, aber so oder so macht das keine One-Shot, wenn man hat sich jetzt 250 Leben. Ja, aber nicht in der Arena zum Beispiel. Weißt du? Gehen bei uns, Bro. Ja, Jungs, 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 Jungs. They're good at Spro. Ja, fully cracked. Locked. Ja. Deine Kollegen werden auch noch kommen. Warte mal, die Seite morgen. Hä, wo ist denn? Hä? Bro, er dodged alles. Der ist nicht spawnt oder so. Ah, da hinten. Bro, er ist voll outplayed. Das war recht peinlich, ich bin ehrlich. Ey, da hinten! Da ist AFK. Hit-Track. Dead. Bro, Zeppelin ist einfach zu OP, seit ich dieses Hard auf Hard. Ich hab Panzer. Wo Panzer? Ja, ist noch. Ja, ist noch. Die werden noch Safety-Karten holen. Von den Jungs da. Ja, das klingt interessant. Die waren so lustig. Die wissen nicht mal, was Karte ist, glaub ich. Ey, da links, links. Äh, Familienauto. Schieß auf den hinten, hinten. Spinnen. Auf den da. Oh mein Gott. Ja, der ist gut. Der Twitch da nicht, diese Aura. Den ersten, ja, ja. Der ist da auch nice. Finish ihn, finish ihn. Ich hab' nicht, ich hab' keine Sicht. Ich, ich hab' ihn auf den PC Geist schon gegeben. Noch nicht? Nein, ist gefinisht. Wir müssen einfach nur hier entlang fahren. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, er ist one, er ist one. Sehr gut. Bro, kannst du, guck mal, was die, Bro, was, was, die, die ist zu stark, die auch. Ich sag' ehrlich. Wir schießen hier auf zwei, dreihundert Meter die Gegner weg. Die können nix machen. Das ist zu stark, die Wache muss generven, wenn ich ehrlich bin. Real Rap, Leute. Real Rap. Die müssen, äh, Dings machen. Also ich weiß nicht, ja, eigentlich sind sie nicht zu stark, aber... Ja, ich weiß nicht, Leute. Das ist... Das tanzt halt schon krass, was die Leute wegballast, ne? Vor allem auch egal, welche Range du hast. Die macht immer so viel Damage. Ja, ich denke mal mit dem Damage, wenn sie runtergehen. Safe. Weißt du, dass sie weniger Damage oder so macht. Ja, je weiter du weg bist, desto weniger Damage. Bro, auf der Brücke da. Äh, 253, da. Oh, der ist wonn. Hinter dem Stein, hinter dem Stein, Jungs. Mach die Steine kaputt. Du willst doch tun, dass du die Schüsse... Mann, die sind die Schüsse von da auch nicht. Mach den Stein kaputt, dann schießt er. Schippe, schippe. Da, einen Busch. Da, einen Busch. Und... Alle da, tot, tot, tot. Junge, dieser Kackrabe, bitte bring den um, wo ist der? Das Herr Rabel in Ruhe. los ist ja auch einfach gar ich mache heute noch ein tiktok clip erkennen die sich dann ich will hier noch leben jetzt jetzt jungs eigentlich muss hier auf tanksteller gehen sage ich ehrlich dass man das mal die tanksteller ist op glaubt mir ja weil da hat man so ein hat panzer vor uns die bau unter den baum astronaut ist 1 astronaut sind am baum ist 1 schießt den baum kaputt jungs Links der Panzer, Jungs, auf die Klappe! Ohne, 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 hier, ohne, zwei Kuhn, zwei Kuhn. Jungs, ich müsste erst noch mit dem Panzer gehen, das ist eigentlich schlauer. Ich schieße den Motor ab, ich schieße den Motor ab. Was ist denn der Motor? Hinten, diese roten Teile, zwei Kuhn. Der hat auch da im Panzer, der hat auch da im Panzer. Ich hab ihn verscheucht. Hat die 59, ja? Hinter uns, hinter uns, Jungs, hinterm Baum da, hinterm Baum, hinter uns. Da, schieße den Baum kaputt, Jungs. Mach ich, mach ich. Da ist er. Schlipp weg, schlipp weg. Komm zu mir, wenn ihr geil werden wollt. Da ist die Krone. Da, da, da. Hab ich schon einen, ne? So, okay. Hat gute Hit. Auch mal von mir Hits. Ich gehe auf links wieder. Ja, ups. Dankeschön, das. Jungs, ich bin... Teils, komm nach links, nach links, nach links. Am LKW, am LKW ist one. Ja, ich puste einfach Scheiß drauf. Unter mir, uns auch einer unter uns. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Stuck. Unter uns, was auch er ist. Stuck. Stuck. Schöne ich. Hatt mir, hinterm Baum zwei. Hinterm Baum, wo ich markiert hab, Jungs, da sind zwei Leute. Tschüss, ich hab auch den Baum. Aber noch. Auf den Baum, Jungs. Was, hä? Hinterm Stein ist noch, hinterm Stein ist noch. Hat gute Hits. Schildbreak ist down. Baum kaputt. Schildbreak. Nice. Alle einfach hier, haben Krone. Äh, Syche sind auch. Das ist das. Ja, ich hab ihn. Oh, alles Krone, Spieler hier. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nein, Sniper ist Müll, Bro. Wenn wir alle vier holen, haben wir ja 31 Kills. Wer mir erzählen will, dass Sniper Meta ist, also der hat ja die Season gar nicht verstanden. Sorry. Ist es aber. Nein, ist es nicht, Bro. Weil Sniper sind Save-Hits, weil die Gegner können nicht bohren und man kann ja heraus sagen, ja, aber das ist nicht Hit-to-Scan, Bro. Die fliegen ja, die Sniper-Kugeln fliegen ja nicht besser als die Auk-Kugeln. Jungs, die sind vor mir, Südwest. Ja, da hast du auch recht. Da sind Bots. Da sind Bots. One Shot. Ah, GG. Einfach noch durch den Bots 10er-Bomb. Ja, wir haben angereichtskillt, oder? GG. Ja, nice. Lass direkt rausgehen, weil sonst sollen wir ewig. Jungs. Nehmt es mir über, wenn ich jetzt gleich aufgehe. Was? Boah, krass, Leute. Wie du willst... Na, komm, dann noch eine Schabe. Du. Leer dich um, guck dein Bett an und mach deine Augen zu und dann sack dir deinen Kopf. Nee, ich muss erst was essen, Bro. So kann ich save nicht ins Bett. Krass, Leute. Es wie wir pennen gehen. Was hat Lofti gekocht? Lofti, der Koch. Wie kommt's euch im letzten Round? Boah, der Skim wird nice, Leute. Haben wir auch bald. Ah, super, wir haben ja schon fast alles freigeschaltet. GG. Okay. Kann ich für Esti einspringen? Kannst du machen, Goethe, wenn du willst? Ich dachte, Esti wollte bis 1 Uhr mit uns zocken. Ja, anscheinend nicht. Ah, ist ja fast eins, ne? Zwölf. Nach der Runde haben wir zwölf. Echt, Dani? Dani? Hm? Äh, ich glaub, Madara wartet schon die ganze Zeit, dass er einspringen kann. Achso, ja, dann müssen wir Madara erstes bevorzugen, Gök, sorry. Aber wir haben Warteliste hier, deswegen. Meld dich angewiesen. Armin Lofti und MBK sind ja auch schon rausgekickt. Aus der Liste. Copy. 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 chiar. Copy. Copy. kanal läuft davon auch gezockt die ganze zeit fort er will mir erzählen das ist okay das war hier rocky reels runter braun welche welche war ich letztes hießen gewesen freunde ich glaube 200 oder so 130 krank aber letztlich auch level glitsch gemacht ich will ich muss danach ich muss auch jungs ich musste unten rein ich komme zu diese tankstelle aber kein auto was das für eine scheiße leute ich war für sie denkt nicht einfach schlechte laune du kannst du fahren bitte jetzt in die richtung hier links 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 gegner da oben ist jemand aber hier links ich hole ihn ich bin nicht mehr bei der haben wir nach oben jungs auf einer muss keiner auch keine die warte 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 kreis denk ich mal noch da 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 bei der tankstelle hast ja die pusten die auf die tankstelle das war nur einer das war nicht das sind nicht ich meinte mich ich dachte du wolltest dich mal dafür entschuldigen dass mir ich habe ihn sich hier in und du sagen ja aber ich war zuerst da ja du warst erst da ich bin mama radio jungs auch nicht nachdem die speckler party hier noch ne panzer untiltet da rechts ist ne dings leute und ne kanone hier die macht es rein ich habe das ist das berlin ich komme auf das geben und sind welche bei dings hier geheim geheimort waren welche lang gelaufen beim park sind welche hallo hier ist einer geht runter was für die bots ja mittlerweile alles und panzer unter uns mein gott wenn wir so holen wahrscheinlich brauche den geschütz rein dass der untergang das ist ein untergang ich habe das war das denn leute auf flug auf links 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 und rein links und rein links und rein ich brauche hilfe jungs weil ich musste weg das ist ein boost gewesen ich habe zwei stück ich habe die alle haben danke ich habe schon 80 seiten geschossen aber ein paar haben wir jetzt rechts von uns die gehen hoch die line hoch eine hotshot ja es ist ein mein gott stark das ist das umgeln ok das ich glaube ich glaube aber ich glaube ich habe Flugalimation gesehen. Vielleicht ist er ganz oben drauf jetzt. Leute, ich hab da irgendwo Sprenkler gesehen. Wo schießt er? Von da oben. Ich hole den Netz, warte. Er ist komplett high ground, glaube ich. Ah, ich hole den. Wir sind zwei, wir sind zwei. Warte, ich komme. Ja, warte auf euch, ich komme. Alles ruhig angreifen. Ist er runtergegangen oder was? Ist er runtergegangen? Ich bin, ich bin, oh mein Gott. Wo sind die, wo sind die? Hier ist er, hier ist er. Gut, der ist, gut der ist. Nein, der haut ab. Vor mir, vor mir noch. Ja, ja. Hau hin. Der, Spider-Man-Wordshot. Einen hit Spider-Man. Der ist in der Luft. Nein. Spider-Man-Word, Spider-Man-Word. Wann musst du stay soon? Nein, ich will ihn. Also, Bro, stay, ich glaub heute 10 mal so falsch angeschaut. Verrückt. No cap, Bro, no cap. Über dir liegt ein Mad-Kid. Jo, danke. Da ist Rocky Reels wieder, oder? Auf Zeppelin. Ja. Wo ist Mad-Kid? Äh, über dir hier. Ja, habs, habs. Oh mein Gott. Erstmal Richtung Zone. Da kommt Zeppelin. Ok, jetzt. Da kommt Zeppelin. Ok, jetzt. Das ist ein Gegner, aber Zeppelin. Unter Zeppelin. Lass auf den Zeppelin. Lass auch mit, äh, nix hier. Ich denke noch ein bisschen. Ja, wenn du oben ist, kannst du hier abschließen. Ja. Wollen diese Autos so ok? Sie sind im Panzer. Heiner White. Dabei. Da rein. Schützes One, Schützes One, Schützes One, beim Panzer. Ja. Wann schießt der? Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, ich bin safe. Der Schützes beim Panzer One. Ja. Also der weiße Spider-Man war das gewesen, der Broader One. Ich schieße aus dem Motor. Schütze, äh, Fahrer ist One, Fahrer ist, äh, richtig Damage. Oha, alles umsonst gemacht. Im Haus, im Haus, Jungs. Ja. Ich werfe Granaten. Alle im Haus. Der kommt nicht an, der kommt nicht an. Hey Leute, oder? Oh mein Gott. Der rüber nach links. Spider-Man auch gut jetzt. Geht der Panzer rein, Jungs. Können die Panzer abschließen? Spider-Man low. Der Panzer, Jungs, der Panzer, der LF gerade. Ich geh aber hoch, Digga. Das mach ich mir mal vor hier. Oh mein Gott. Du, wollen wir dahin im Puls? Luke offen, Luke offen, Luke offen. Headshot, noch Headshot. Jetzt ist gefährlich, Digga. Einmal ist draußen. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Beim Reboot-Van. Under One. Der ist oben, oben, oben. Ich hab einen, ich hab einen. Ich hab einen down. Ja, Zweiter ist auch da. Boah, so dick gelasert, Digga. Alles noch, ne? Ja, komm kurz. Hinter der Palme. Shipwreck hinter der Palme. Nice, you. Nice. Dann is not the rest, girls are made. Ich push den. Ey Bro, da geht welche Dings, da Seilbahn hoch. One shot. Nice, easy. Seilbahn ist, welche sind auf dem Zebelin, aber die haben dick damage passiert. Also einer zumindest. Okay. Lass schnell wieder blieben. Stell wieder blieben. Ah, stimmt ja. Ich komm ja jetzt schnell. Weil die werden echt von Zebelin runterschießen. Safe, safe, safe. Wie viel hast du gesehen? Einer ist hoch auf jeden Fall. Und sind ein paar geflogen noch. Panzer, pass auf. Ich muss mir kurz steht dran gehen, Jungs. Oh nein. Links Panzer, Jungs. Auf Zebelin. Auf Zebelin. Ey Jungs, ich bin so dead wieder. Könnte sein, dass er runter ist. Kommen die direkt zu mir? Ja, da ist Panzer. Jungs Panzer. Ja, was? Full Squad, Full Squad. Full Squad. Full Squad Panzer. Nein, das ist leider hier im Panzer. Hopp, 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 hopp. Lass auf. Ey, das geht doch nicht. Die sind ausgestiegen. Ja, einer ist noch Schütze. Ey, wir sind ein Nailed. Ey, wir sind ein Nailed. Ein Gute Hits, Shipbreak. Oh, du war ganz gut von hinten holen erst hier. Der hat einen Geschütz nicht so hart. Der hat den Geschütz nicht so hart. Ja, ich darf ihn machen. Ich darf ihn nicht so hart. Der hat den Geschütz nicht geschützt. Der hat den Geschütz nicht geschützt. Boah, die haben so viel damage kassiert. Eine Slow. Ich hab einen. 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 Ja. Bro, hinterm Panzer, hinterm Panzer. Schieß auf den Panzer. Schieß auf den Panzer. Wallshot, einer. Ein Dock. Ein Dock. Hab einen down. Da ist noch einer. Ey, warte. Rebooted. Das sind die letzten. Das sind die letzten. Noch einer. Ja. Ja. Ja, der ist da genau. Weil der ist da. Oh mein Gott. Ich muss hier rennen. Ich muss hier holen. Ich muss hier holen. Nur einen. Bro, das ist der letzte. Nein. Scheiße, der ist gut. Sorry, Jungs. Der war one, Bro. Der war absolut one. Ja, ich wär tot. Ich wär tot hier. Nee, Digga. Er hättest nie sie geschafft. Digga, der war schlecht. Hä? Wie soll ich die Beboote da neben mir mit Pump auf mich schieß? Ja, also wie immer. Dass wir erstmal ein bisschen abhauen. Der geht weg. Easy. Der war one. JJ. Jungs, haut rein. Ja, bock mal, Bro. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Muss mal da. Ist der hier Discord? Achso. Der wird sich, oder? Zwei. Kronen Siege müssen wir noch machen, Leute. Da haben wir 30. Da haben wir heute zwölf Stück gemacht. Nee. Mit wie viel haben wir gestartet? Ich weiß gar nicht. 22, Leute? Ich weiß gar nicht. Ja, 22 haben wir gestartet. Ich hatte 25, ja. Ich hab jetzt 32, glaub ich. Ja. Sieben Stück. Ja. 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 Gute Nacht. Gute Nacht. Hat Bock gemacht. Danke. Okay. Ja. Ich glaub, der ist eingepennt, oder so. Ja. Kannst du mitmachen, Gült. Oha, wir sind... Squats sind wir weltweit 272, 272, ne? Alter, ehrlich? Ja, ja. Auf Dings hier, Fortnite-Tracker. Richtig. Warte, ich muss mal Trio gucken, Alter. Wegen gestern, oder was? Allgemein wegen Squats halt. Ah, zwei mehr. Trio können wir auch noch gucken. Trios sind wir 2974 und Squats sind wir... Ne! Oh mein Gott! Wir sind Trio, Platz 64. Lass mal Trio weiterzocken. Lol! Leute, was ist das denn? Platz 64? Ja, ja, hier. Rank 64 Trio. Kann ich guck was bei dem Stream? Ah, du hast gar nicht... Ah, doch jetzt. Warte, ich guck mal. Nicht wegmachen. Trio, Rank 64. Ist das denn dieses Season, oder ist das allgemein? Und Squats sind wir 272. Hä, sicher? Weil bei dir steht 38 Kürze Trio. Nein, hundertprozentig. Warte mal, das ist nicht live. Warte mal, hier. Hier, 64 Trio. Das wird doch immer aktualisiert jede Season. Ja, okay. Okay, nice. Geil. Boah, 15er KD, Leute. Da, hier müsst ihr auf Plus gehen, müsst ihr oben auf Plus gehen. Das kann zum Beispiel weg. Solos kann weg. Ah, Trios. Ah, Trios. Ah, da, Trios. 56% Ruin Rate im Trio. Boah. Boah. Du möchtest Platz 167 in Trio? Ja, weil du schlecht bist anscheinend. Du brauchst eine durchschnittliche Runde, wollen wir 14. Ah, nee. Aber wir sterben auch wahrscheinlich. Alter, in Trio habe ich eine 28er KD. Boah, krank. Digga, was? Ich habe auch hier diese Season 7,29er KD. 33% Win Rate. In Trio einfach 73% Win Rate. Wir gucken mal, Statistik, Leute. Guck mal, das war meine komplette Statistik-Dings gewesen. Jetzt schon 63 Wins hatte ich in der letzten Season, Leute. Jetzt haben wir schon 32. Ich habe jetzt schon die Hälfte, nach drei Tagen habe ich schon die Hälfte von Winz, weil ich letzte Season hatte. G, G. Du darfst Trio machen weiter, oder? Ja, ich habe eigentlich schon. Ey, ich bin aufgeregt. Wir müssen Trio leveln, Leute. Schade, sorry, Glück. Wir müssen leider Trio schwitzen. Ey, wo sieht man, äh... Achso, hier auf dem Moor. Ja, musst du Plus machen. Da oben ist Plus und dann kannst du Dings... 15er KD, äh... KD ist äh... Kill-Death-Race-You. Also... Also ich mach quasi... Ich habe eine 7er KD. Das heißt, ich mach 7 Kills, bevor ich einmal sterbe. So kann man es, glaube ich, äh... Und ich mach 28 Kills, bevor ich einmal sterbe. So kann man das einfach erklären, Leute. Kann auch einer sagen, ich werde hier gecarried, Digga. Trio bald Platz 1. Worldwide. Boah, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, sag ich euch ehrlich, Trio, ne? Ja. Weil damit sonst versorgen wir unsere Stats, weißt du? Haben wir gerade ne Winstreek oder haben wir keine Winstreek? Weiß gar nicht. Ne, gerade haben wir keine Winstreek. Doch, einer Winstreek, glaube ich, oder? Haben wir gerade ne Winstreek, Leute? Ne, zwei, doch, zwei haben wir. Zwei haben wir, das stimmt. Oh, was will der? Yeah, Junge. Guckst dir an und überlegst dir nochmal, bevor du irgendwas machst, Alter. Guck mal, er rennt einfach weg. Wie viel hat er? Null! Was ist mit ihm los? Dass er sich gar nicht schämt, Junge. Er lacht mich aus, ey! Warum lacht der mich aus, was ist da los? Er hat auch null. Null wins! Das sind ja voll die Anfänge. Ein Win, Bro. Ey, Guck ist dann so runde, ey, der muss ja so gobsch werden, jetzt. Guck, du ekliggein, du wirst direkt hochgenommen. Ey, du wirst so hobsch genommen, jetzt. Du wirst richtig hobsch, er wird heulen. Er wird einfach heulend die Runde verlassen. Ich werde dich auch nicht verschonen, Guck. Du brauchst auch gar nicht mit deinem Stream-Snipe-Taktik mit mir ankommen. Du wirst direkt auf den Gusch kriegen. Ey, ich mach Video. Ich Stream-Snipe-Stunny. Ja, mach Video für Standard-Bob. Ja. Mit Standardskill in der gleichen Runde. Oh Bro, ich... Oben ist einer besser als ich. Oh mein Gott, könnt ihr unten die Waffe nehmen? Klingt das schlecht? Ich mach Risiko, scheiß drauf. Okay, das war dumm. Äh, auch. Oh mein Gott, da oben sind so viele Jungs. Ich hol einfach den. Da bein. Muss ich gar nicht weniger was machen. Ich dachte, der hat direkt Outgap, ich dachte, der hat eine andere Waffe. Wo ist der gekrabbelt? Hier. Blacklight-Shield, easy. Ja, Guck ist drin. Der ist gerade am Schwitzen, deswegen schreibt der nicht mehr rein. Weil ich dann jede Runde... Oh, ich krieg wieder falsch an, Leute. Das ist so typisch. Haben noch ein? Jedes Mal die gleiche Dings. Ich hab grad graue Waffen-Challenge. That's one. Hab ich. Hinter uns einander. Geh, geh, geh. Kommt hoch. Die Seilbahn. Der ist die Seilbahn hoch. Ekeli, Leute. Wo ist er denn, wo ist er denn? Der ist die Seilbahn hoch. Lasst ihn, lasst ihn. Lasst ihn, lasst ihn. Lasst ihn, lasst ihn. Wo ist er hingefahren? Der ist mit Leider weg, ne? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Lass ihn, lass ihn. One shot, one shot, one shot. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Guck mal, guck mal, guck mal. Er trifft sich einen Schuss. Er trifft sich einen Schuss. Bro, er ist doch schlecht, Digga. Warte, warte, warte. Bro, was war das mit dem Klappen nochmal? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm hier zur Kanone hier hinten. Oh ja, okay. Schade, Gök. Ich hab echt keine Munition. Ich hab echt keine Munition. Ehm, Alter, der Maul, Alter. Wirklich. Bro. Wir kommen jetzt raus. Ich hab die Gaule schon. Ich hab die Gaule schon gesehen. Bro, die sind in deinem Haus. Da am Haus. beim rechts beim bahn fahrt fahrt hinter uns welche das bot sind ich bin im Busch, ich bin safe auf jeden Fall das ist wirklich so oft, also ich glaube ich bin auch gar nicht so oft am Fallschirm gestorben Oh, hier kommt einer Rechts, rechts, rechts Weiß Weiß Ohne Ich bin das nächste Karte noch gleich, oder? Ja Boah, hast du rein mit jetzt? Da war einer getroffen Der hat auch nicht einen Schuss getroffen, das war halt auch das lustige Er hat echt einfach keinen einzigen Schuss getroffen, obwohl ich direkt vor ihm stand Schade Glück, ich muss ein bisschen üben, Bro Oder ist einer Nee, ich dachte, nee, doch nicht Kann selber Ah, der geht hoch und Zeppelin, ich sehe den gerade Komm, ich gehe direkt hin Ja, der fliegt, der ist ganz high, ganz high, ganz high Um direkt hoch Den gerade nicht Der ist ganz auf high, die an Ich glaube, da können auch Flügel auf dem Flügel, Bro Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht Ich dachte Der bleibt hier rum, der bleibt hier rum irgendwo Ich gehe unten rein Ich weiß nicht Ich weiß nicht Er ist runtergefangen, glaube ich, oder? Ich sehe es keiner Ja, hä? Der ist hier noch Der ist hier noch Ich komme auf wieder hoch Nee, der fliegt, Bro Der fliegt da hinten in Richtung Brücke Der geht Panzer, der geht Panzer, der ist one Der geht Panzer und geht one, deswegen geht der Panzer Ich sehe den Teil noch nicht Ja doch, der ist beim Panzer auf der Brücke Ja, ja, jetzt ist er Jetzt ist er Lass gleich die Klappe einfach aufschießen Das kann ich null Auch der Ring kaputt Lass Klappe einfach aufschießen Schuss da auf Luke ist Luke ist offen, er ist raus Er ist raus, er ist raus Er ist down Nice Ey, Jungs hat ein bisschen Harmonie auf ihre Ich hab 83 nur Na warte hier, ich hab gewonnen Wurke checken Nein, du kannst nicht schicken Diesen Sprenkler, komm mal her Jungs Ich komm zu euch mit Sprenkler Ah, man kann Ah, okay Jungs Der Motor abschließt Da kann man nicht wieder rein in den Panzer Ah, Lois, voll OP dann aber Man kann einfach nicht mehr rein Du hast ja gerade alleine den Motor kaputt geschossen Ich hab nicht mal drauf geschossen Der, 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 der ist Is down Sprenkler hier Lange, vorher noch Skandieren Hä? Warum geht Ach so wegen Sprenkler ist ausgegangen Boah, einfach Ultra-realistik geworden Lass mal Tildet, oder? Tildet Ah, Gyl guckt mir hier immer noch zu, oder was? Ah ja, Gyl Gyl, übel lieber vorher noch mal ein bisschen Geh noch mal ein bisschen creative Bisschen lernen, Bro Bisschen lernen, Bro Du bist der Einzige, der die Erlaubnis hat uns jeden Streams zu stream snipen und auf Serious zu spielen Aber ich wette, du wirst uns nicht einmal down kriegen Real Rap Da musst du noch ein bisschen trainieren, Bro Ich glaub, diesen Panzer Ja, diesen Panzer Das ist auf high gehen Rechts, äh, die kommen hinter uns Andere Seite, Bro, andere Seite, Geh hoch Oh mein Gott, der, der attackt uns, attackt uns Ich bin schon auf high Ich bin schon auf high Du hast mir vorbeigelaufen Du hast mir vorbeigelaufen Werder? Ey Jungs, Lukas auf Panzer Zone, 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 Zone Jungs, der auf Panzer hat es gut sitzt Ja, okay Da, da, lass da ein, lass da ein On-Ping, on-Ping Da fliegen gerade drei Leute, da fliegen gerade drei Leute Ja, ja, wollen wir den hier schon? Ich würde die Kalune vielleicht so abgehen Wo ist denn der Panzer, ey? Panzer, schieß auf uns, Panzer, schieß auf uns Wo ist der Panzer? Ich, 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 ich hol den Panzer von hinten Ich geh auf Dings Auf Tom hier Ja, die hat Kalune kaputt geschossen Das war's, wir kommen nicht raus Spring, 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 spring Du musst helfen jetzt wahrscheinlich Ein, 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 Fahrer, 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 Dings Beifahrer's down Beifahrer's down Beifahrer's one, Beifahrer's one Wir müssen drauf, wir müssen drauf, wir müssen drauf, wir müssen drauf, wir müssen drauf Ein, 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 ein Wir tot Einen kann ich noch Nein Jungs Drecks geschützt, Digga Sind die long? Einer von denen ist knocked Ich hab mich genockt Ich bin gefinished worden Ey, solche Ehrenlosen, Mann Guck mal Hast du gesehen? Die scheiß Kanone kaputt gemacht, Digga Oh mein Gott, guck mal Nee, nee, da ist noch ein ganzes Team, Bro Ja, chill einfach Ich hab meine Wut gefinished Na ja, ich würde auch Kater einfach Easy Oh, 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 oh Wir sind eh im IATX, kannst du vielleicht sogar hoch wieder auf Zeppelin Naja, ich geh auf Zeppelin Weil die werden jetzt vom Panzer abhauen, weißt du Ja Ich finde das dann auch irgendwie im Batspray oder so Oh, easy Schuhe ich gleich einfach mit der Zone und Dings Kili Corner oder wie er so heißt Hier Conny Dings Der Hesse Oh, warte, weil ich noch nicht mit Bro, du siehst halt gar nichts mehr in der Zone, ne? Bei mir ist es okay Da sind keine mehr Ist ja kein Die Eklinge haben halt die Kanone direkt kaputt gemacht Ja, das ist easy Jetzt haben wir die noch Meine Karte ist links Ja Da warst du Hau rein Sophie Ich schuld euch gleich hier in den Dings hier Boah, die sich nerden gerade Du kannst Du kannst angehen jetzt wieso In der Marker Er ist echt viel schneller wenn du so Mitte hoch gehst Voll krank Kein Idiot Was? Du musst dich da hier, ne? Ja Oh mein Gott, sie sind alle one Oh mein Gott, sie sind alle one Was? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, sie sind alle one Oh mein Gott, sie sind alle on sich das video oder warum geht es zu kochen ich liegt hier links noch mal links liegt noch gut ich weiß nicht was das kann nein nein geht es ohne geht es ohne die zone doch mit zwei sogar ich habe geraten sogar so gut mit impuls hat wäre so green life was gleich ist noch die anderen das aus der zone geschafft die dann beim panzer ich wunderte dass wir nicht von hinten sind weißt du denn die corner waren hier ist ja ich kann mitnehmen hat jemand hat auch keine ich habe hier nicht nur sparsamer sein mit sprain ja ich kann hier habe ich genug ist das haus in zone ja hat sie hier mit ich kann nicht schießen und so hoch schießt da auch dann gibt es keinen rutsch nach rechts und hier müssen ich habe keinen bock später nicht so zu rotieren damit wir wieder geläsert werden auch nur eine krone am besten schön auf die tempel hier ist einer unter uns sind 222 unter uns jungs unter uns waren auch welche ist sie unter uns war auch so bleibt immer bleibt immer da guckt ihr von hier und ich ja 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 da ist das weg ein noch ein team jungs oh mein gott von berg von berg so waren oh mein gott ich kann ja ja ich habe keine kronen schade ich habe keine krone umhit hinterm bauch oder was ein haupt für die wahlkunden warum ist weg sind oben und oben und habe ich mehr viel dings nun haben wir wiederbelebt weiß ich sehe ich habe ich habe ich habe ein 233 er versteckt Er versteckt sie um, Bro. Warte, ich guck, ob er eine Kronen hat. Ich guck mal, vielleicht guckst du nicht. Er hat keine Kronen. Unten ist noch einer, unten, unten. Der ist hier unten, unten. Schade, keine Kronen sind leider aus. So gut aus. Ich weiß gar nicht. Das ist anders. Nein, ich bin doch nicht süchtig, Bro. Alles im Rahmen. Direkt, die Ranking wieder hochgeputscht. Ranking direkt wieder hoch. Du bist nicht süchtig? Du wolltest heute gar nicht streamen. Jetzt habe ich eine 30-Jahr-Karte. Ich bin nicht ehrlich, ne? Ich glaube, ich bestelle mir das. Oh, wer liefert dann noch nach 1? Ja, die kommen in Hannover City. Die liefert alles nach 1. Haben wir nur 1, 2 vielleicht? Was, die sind nicht gar das Essen? Ungefähr. Umso. Trina hat 32 oder so, glaube ich. Kronen, ja. Ja, einige habe ich schon. Die Chips. Musst du updaten, Leute. 27 steht dann noch. Was denn das? Embryo, danke für ein Upgrade, Bro. Ich rieche doch schon wieder Girk, Bro. Diesmal ist er vielleicht nicht mehr Busfahrer. Diesmal ist er an der Cover. Er hat auch Skin geändert. So nehmen wir das ein. Wir sind auch direkt zu Beginn. Richtig. Ich hab ein. Noch ein. Und ich habe eine Pumpe gehabt, wie kann ich das verlieren? Daraus war noch jemand bei dir schon irgendwo. Ich merke es, ja. Bro, hier ist ein Tor meiner. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Nein, oder? Ja, doch, 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 doch. Ja, komm ich voll schnell. Bro, hör auf, hör auf. Ich lasse die, ich lasse die. Der ist auf meinen Spot gelandet, der eklige. Der ist auf meinen Spot. Ach, Glück, mein Bro. Wie viel geht es an? Kriegt er von mir, geholt zu werden, Bro? Er ist jetzt richtig sauer, Bro. Er ist richtig sauer. Er hat auch keine Mut mehr. Schade. Oh mein Gott, die Leute schreiben Goethe schlecht. Ich habe nichts gemacht, Bro. Egal, Goethe, nächste Runde ist Glück. Bitte geht einer. Oh mein Gott, Mitte ist One unterm Zelt. Oh mein Gott, hab ihn, hab ihn, hab ihn, Jungs. Nice. Hier moorst du auch einer. Du kannst grad. Wahler, aber kein Scheiß. Ich hab' nicht wach gehört. Ich hab' nicht mehr richtig wach bekommen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, was? Gibt's, was? dass man schon gewesen ich gebe die 100er steht und 50er steht niemals gibt hier noch 150 ich laufe gerade abrisch mich das hier aufschließt gleich weg er kommt doch glaube ich hier ist gut das war ich habe ich glaube ich habe ich habe ich hier vielleicht ich habe er hat CLP spraim dich an ok er ist da rechts er sieht dich nicht oh 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 er sieht dich nicht oh mein Gott oh mein Gott kurz kurz sprain ich geh hoch oh mein Gott er tut es er heult er heult er heult ok ist er noch im Haus ja er ist noch im Haus ich fahr aber durch er wird heulen gerade jetzt hat er gar keinen bock mehr jetzt hat er keinen bock mehr ist er in dem Haus? nein nein ist er im Haus safe hier drin ist er nicht er ist selbst hä wo ist der hin? er ist abknauen der Panzer gesehen hat gar keinen bock mehr schade dass er abholt du kannst ja nächste Runde noch mal probieren ich lass extra Cam groß dass du auf Stream snipen kannst wie der Zwerg da rumrennt hallo hallo ich kann nicht mehr boah was macht der denn hier was hat der gelobt was hat der gelobt was hat der gelobt Stress ist am Pennen Stress ist am Pennen ich kann nicht ich glaub du bist echt nur halb im Schlaf nein ich bin einfach nur ein das ist viel weniger als er vor ja weil ich selber ruhig bin weil ich schlafe nicht guck wie hat der Chatfranck schon so schnell ist das zählt Jungs ja ja ok ok du dürfst dich nicht einmischen brauche es geht nur auf dich komm doch noch nicht ja 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 stabil die aber einer zehn hundertprozent was was da ist unter uns Jill ja da ist ja man mag einer auch im Schützturm Schütze, 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 Schütze Schütze, Schütze Hier ist der Schütze, Spider-Man Oh mein Gott, hätten wir das gesehen, hätten wir das gesehen Ich glaub, wir haben es gesehen, als wir uns bekämpft Oh mein Gott Hast du das gesehen? Gibt es aber herrlich Stace, willst du uns auch noch einen Gold hast? Was? Hast du uns auch noch einen Gold hast, Bro? Ich hab einen Gold Da sind noch welche? Ja, ja Er kommt zu dir, Bro Nein Ey Bro, ich spiel nicht mehr, ich spiel nicht mehr, ich spiel nicht mehr Ey, ich spiel nicht mehr, ich löscht mich Ey, noch einer, noch einer, ich komm nicht mit Der ist da, der ist da, der ist unten, unten, unten Der ist im Shot Der ist im Shot Hier, ich bin safe dran Ey Leute, ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Der ist das nicht mehr Der ist im Shot Der ist im Shot Der ist im Shot Komm mal her, 4 Splashes hab ich hier, Stays Ja, ich komm Die schießen hier auf mich, weil ich geh hoch durch, ich geh hoch durch Die sind da, ey Ey, der ist, der ist cracked, der ist cracked, der ist full white Er ist tot, er ist tot Ey, Jungs, ich hab 16 Minis Was für Bots, hä? Was für Bots, hä? Hä? Wir haben kurz den Bots hier Gülk hat angeblich die meisten Skills von uns ein, sagt er uns grad Ach so, und Stays hat auch mehr als sicher, oder was? Ah ja Ey, Gülk hat zweimal grad probiert uns zu killen Wo das einfach abgeknallt Du konntest nicht mal irgendwie's machen Dass ich hier auch zurückschießen konnte, das war ein Wunder Jungs, jetzt kommt die Zone Ach so, hier geht's hier mit Auto Stays Ich stehe hier auf High Ground Den Berg hier vor Greasy Ja, aber Gülk benutzt ruhig die Zone Panzer Ist gar kein Problem Du kannst nur drei Panzer kommen, dann wird's nichts bringen Oh, vor mir in Greasy Welche? Gülk Und dann ich Digga Ich Riedern Direkt hier auf dem ersten Haus, Bro Sind die Im ersten Haus da im Gelben Komm her, ich splash einmal Achso, ihr seid cool Stasnikov hat Glück gespielt, ja Wie ich mich nicht gefeinert Oh mein Gott Oh mein Gott Bro, mit deinen Bauen Ja, du hast den ganzen Tag Bauen trainiert Ich weiß nicht, ob man das da feiern kann Puschen, die Puschen, die Puschen Ey, Stasnik, spasch mich mal Regis, haben wir das, der ist low Den ist low Beide low, beide low Der hinten ist auch low Der hinten ist auch low Loser, Loser einfach Ey, ohne mit Stay, Skillcheck Und? Bro, die haben dich so richtig gefreut Die pushen jetzt erst low Der ist low, Bro Kassieren sie Flash mal ein Heider, bitte Da hast du mal Fisch noch Wo? Der hinten ist noch Fisch Da hinten ist noch Fisch Hast du nur mit auf high? So high Ey, ich kauf mal kurz Auge des Sturms Nächster Guck mal, voll geil Lol, das Gülk, Leute Das Gülk Guck mal, was ich mit ihm mach Ha 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 Boah Wir sehen die nächste Zone, Jungs Ich hab gekauft Wow, voll nice, lassen wir da hin Aber wir brauchen die Position Nächste Zone Ey, Jungs, ich brauch die Krone, die dieser Typ da hat Ey, Jungs, geh doch hier auf Sind die Dinger noch in der Zone hier? Diese Messe? Ja, guck doch, guck doch Öffne Karte Achso, lol Das ist ein nächster Kreis Ey, Jungs, links ist Big Bauer Bubu Fight Ey, ich würd sagen, lass da rauf Ohne Spaß Lass da rauf Das ist aber nicht die nächste Zone, Bro Wie gesagt Wir sehen die nicht die nächste Zone, das ist nur du, Bro Achso, ja Ja, das war's besser Ey, lass hier auf High High Hier, da geht der hoch, links, 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 links Auf dem Mast ist einer Mach den Marker weg, wer ist das? Ja, ich keine Ahnung 39 Headshot Headshot, 46er Hier ist ein Big E Bro, wir können riften, Jungs auch, ne? Das sind auch rifts, ja Hier ist Bauer Posi Ah, ja, geht Wir wissen, wo die anderen sind Ey, hier ist gute Position Bro, was will er denn? Goek greift an, Goek greift an, Leute Oh mein Gott, ich hab ihn, hab ihn Hab ihn mal wieder Goek's Q6 Goek ist hier komplett am durchstehen Ha 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 Schade, Goek Der ist immer noch da oben, ne? Ja, ja Ist es deiner? Ne, das war... Ich hab überlegt, wie ich da hochkomme Aber ich weiß sogar wie Ey, da, 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 da Jungs, links, rechts Bei den Windmühlen Er kommt noch da hoch, oder? 30 Von mir auch, minus 70 oder 80 620er Auf gleiche im Haus Ist ja alles klar, oder? Ja, jetzt sind wir Sandwich-Dig, ja? Ja, wir müssen zu uns kommen, guck mal Die müssen eben, ja, die müssen eben Bro, die Zone, hä? Was laberst du denn mit der Zone? Ich hab gesagt, hier rechts bei dem Gebäude, Bro Ja, du hast gesagt, wir sind hier gut in der Zone Ja, hast du gesagt Ja, hier, wenn wir hier, wenn wir hier hingehen Lass mal, Leute, die müssen runter, die müssen mit der Seilbahn runter, lass die einfach abschießen dann Über den Greasy Ja, ich hab auch noch Über den Greasy Bei mir ist einer, hinter mir ist einer, Jungs Hinter mir, hinter mir Ich bin aber da, ich bin aber da Ich bin da Gucke, ich klicke Oh mein Gott, hier können wir schon wieder aufs Gebäude rauf Ja, das meine ich ja die ganze Zeit Ey, Jungs, aber gleich bisschen chill, ne, weil ich brauch noch ne Krone, also Nicht jetzt direkt alle Tschüsse Okay Na, wir gucken Oh mein Gott, der mir pickt Baba Pusi, pickt Baba Rechts, Jungs, ich komm rechts, 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 rechts Teilbahn, ja Ey, der ist schlecht, der zählt ne Krone Der, der hat ne Krone Lass ihn pushen, lass ihn pushen Komm Ja, der hat absolut keine Krone, die du rutsch Komm Don Don Längst du Den Kratten 52 Oh mein Gott Oh mein Gott, ich hab Gott Pusi Der kommt nicht, er pushen, stays Er ist morgen, er ist morgen, da und da und da und Der Krone Äh, ne Ich bin doch schon hinter uns da, der Baum Das Meer, das Meer Ey, ich finnisch Baba direkt, ne Warte, ein Letz, ein Letz Oh mein Gott Komm her, ich flashe, 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 flashe Komm her Ich geh auch aus Flasher Der nimmt ihn, der nimmt ihn Ich schiebe, ich schiebe Auf ihm Easy Einer von denen da hinten hat ne Krone, Jungs Okay, Jade, es sind noch zwei Leute Ja, hol dir die Krone Warte, ich hier, ich hab Dings hier Ich hab die Dings hier, Bro, hier Warte, hier Noch einer, Bro Ey, Bro, ich hab die Granaten Hol dir die Krone Ich hab Impuls, Schock, man Hol dir Hol dir die Krone, Bro Mit Schock, man Da hinten lag doch eine Oder nicht Das ist eine mythische Achso, okay Ja, der Letz hat die Krone Warte, ich tanze Er gibt mir seine Krone, Jade Ich klär das Wie du sterben, ist doch egal Warte, wo ist der Ja, okay Gib mal einen im Pult Gib mal einen im Pult Wo ist der? Ja, der rinnt da gerade rein, der ist gerade reingerannt Ja, chill, 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 ich mach das Ist unter mir, ist unter mir Der ist oben, der ist oben Ich bin oben Nein, nein, der ist auch oben drin Ja, ne, er ist ehrenlos Ja, ne, er ist ehrenlos Shitbreak Ja, komm, hol du den Oh, da ist er, da Der Mauer, ich war auch kaputt Das ist gut, Leute Ja, er legt sich selber um Geh Wow, was? 30 Kronen und Level 100? Ne, oh mein Gott, das fehlt so wenig zum nächsten Level, Leute Holy moly Es fehlt, glaube ich, wirklich so ein EP oder so zum nächsten Level Warte, mach ich mal kurz 30 Kronen Boah, ich weiß auch nicht Ich weiß gar nicht mehr Ich glaube, so viel habe ich Fortnite wirklich nur zum Anfang gezockt Uns fehlt einfach 555 EP zum nächsten Level WTF Wir gucken mal kurz Stats an, Leute Ah, die letzte Runde ist noch nicht gezählt worden Update in 3 Minuten erst Ey, Jungs, ich bin jetzt mal raus, ja Was? Wie, haust du ab, oder was? Ja, Mann Hey, lass mal eine Runde machen Eine Runde Stats, komm Eine Runde Eine Runde noch Let's go Wir müssen Trio pushen, Bro Oh, die sind Trio jetzt 64 Okay Eine Karte, ich steige immer mehr Ich bin jetzt noch 33 Wie viele insgesamt kills hast du schon gemacht, diese Season? Hm, warte Äh, 462 Aber du hattest gestern noch mehr als ich 462, Leute Wie hast du? Ich hab 558 Boah Du bist halt ein Killstealer, das ist das Ding Ach so Warte, Leute Ah, Glück will für Stays einspringen Nee, ich mach dann auch Pumpe, Leute Letzte Runde Last Round Last Round 30 Kronen, das ist in Ordnung Warum kann ich dann auch hoffentlich streamen und damit ist ab, Alter Ey, guck mal, Digga, wahrscheinlich du hast vorgestern 12 Stunden Davor Tag neun Stunden, jetzt wieder sieben Stunden Naja, sieben halb Stunden Krank Ah, stimmt, perfekt Den gewinnen Ja, wir werden sie über 20 Minuten, Bro Sein Job Sein Job Sein Job Sein Job Sein Job Die Maschine kommt, Leute Das ist halt das Ding Wann ist nächstes Stream Äh Also morgens auf jeden Fall kein Stream Aber Dings Donnerstag vielleicht Aber vielleicht morgens spontan Ich weiß nicht, keine Ahnung Ich wollte heute auch nicht streamen, Leute Aber ich will morgens auch mehr als Sport machen, Leute Weil ich bin die ganze Zeit am zocken Steini steht morgens auf Er sieht diese Call am Kronenfarmen Er will auch einfach streamen Wir haben eine 33 Kronen Genau so mit seinen Degen Ja Gök kommt jetzt mit Panzer Ah, schade Gök kommt, zauerst drauf aus Gök Ah, ist ja nicht, schade Jungs, das ist Gök, fällt dir wirklich drauf rein Das ist Ablenkung Naja, safe Nee, aber ich glaub, der hat er nicht geschrieben Ich bin eh nicht lieb, also von daher Ja, ich flieg scheiße Flieg gut Ey, ich flieg wie ein junger Juju Ey Oh mein Gott, du hast dich runtergekickt Ja, mach halt noch mehr Nächstes Mal Äh, Action Stakes Stark Das hab ich gemacht Bro, du hast mich einmal geblockt Dann hast du mir die Waffe geflaut Dann wär ich fast runtergeflogen Habe ich gar nicht gemerkt alles Ja Hau an Nein, nein, wer Gök drinnen, Leute, ist ja schon da Nein, wer Gök drinnen, Leute, ist ja schon da Nee, Gök schreibt mir halt einfach gar nichts, ne Komm noch ein Oh, Bro, er ist one, er ist one, er ist one Spurshafe Oh mein Gott Ey, ey Oh mein Gott Ey, ey Panzer hab ich hier drinnen Panzer, Kühlpferd wieder im Panzer Ah, die Bots, die Bots Die Bots Jungs, keine Ahnung Ich hab, glaub ich, den Besten Freund oder so getätigt, die verfolgen mich Aber die sind weg Panzer, oder was? Ne, Panzer sind Bots, Bro Oh mein Gott, hier sind vier Leute drinnen Ja, Acht, ne, Junge Da war'n Da war'n Da war'n Im Haus vor dir, oder? Ich zeig's wahrscheinlich, ja Da war'n ich schon runter, Jungs Oh mein Gott Ich zeig's schon, ich hab'n ich da Ey, du lebst ja auch wieder, Digga Viele, viele, viele Viele, viele Was heißt für viele? Hinter dir, Bro Nur 80, 90, keine Ahnung, nicht viele Ein dead, ein dead Hinter dir, hinter dir Noch einer Mann, noch einer Mann Noch einer Mann Hinter uns Da war'n auch Da war'n auch, da war'n auch, glaub' ich So, die Blocken, Alter Ach, Bro Da war'n die Fläche, kurz Pass auf, Pass auf, Pass auf, Pass auf Ja Die heulen, die heulen, die heulen Ey, das ist so'n Gülke-Patzar Ja, da schützt das One-Shot, da schützt das One-Shot Blau' so, wie die Pots spielen, das könnte doch wirklich Gülke sein Ey, Gülke, komm' mal raus, das ist doch Patzar Hallo So, der ist raus jetzt Hier ist Sprenkler Endlich, Junge, wer für sie Gute Nacht, Johnny Irgendwie, ich steig mir den Rack nicht ab, bei Trio Ja, könnte sein, dass das ein bisschen dauert, vielleicht Ich hab' Sprenkler, komm' direkt zum Bus Aber TRN-Bewertung Ich hab' nicht, ich TRN-Bewertung, Schalke fliege hoch Das Gülke, Leute Gülke ist drinne Down Easy Gülke Ich hab' den Gewinner mit 3 oder 4 auf den Schick Ey, Jungs, überall Überall ist dieses Speiseöl ausgeraucht, ne? Hast du doch gestern schon gesagt Ja, tipp Ey, ich glaub' du musst echt schlafen gehen, Bro Ja, ich glaub' du musst echt schlafen Du spielst bis zu Fortnite Mach's gut, Franky Das zählt, Jungs Spreit, was juckt das denn, Bro? Keine Ahnung Er macht einfach Schallplatte von gestern Stark Ich glaub' ich hab' gestern auch genau um dieses Uhrzeigen gesagt Ey, du gehst echt nicht gut, ich geh' gleich so schön schlafen Ey, Basketballplatz, welche? Ja Blau Mütze Ja, ich glaube gleich Stark Ja, die sind der Garaden Ah, ich seh' die, da war's sogar Feldhörn In der Garage kann was das Hier oben sind auch Steps Ja, das sind Bots, Bro Das sind Bots, ja Die fahren mit Auto weg Oh, fuck die Hey, die schuld'n paar aufstecken Schieß da, schieß da auf Hä? Ist das auch drin? Hä! Ich hab' die Buss, ey, gut Hä? Ich hab' die Buss, ich hab' die Buss, ja Hä? Ja, die haben uns übsgetreu Hä? Da sind Schüsse mit Ost Doppel-L, äh, Fischer oder so Doppel-L, Doppel-L auch, Doppel-L auch, Doppel-L auch Was soll ich denn hier sein? Da waren die Granaten geschmissen. Ja, das waren meine Granaten, Bro. Ach so, ja wow. Sind vorne Jungs, vorne bei der Granate-Bombe da. Ja. Was? Ihr seid so schlecht in diesem Spielstaus. Einer ist hier noch. Einer ist hier noch. Einer ist hier noch. Einer ist hier schon bei mir. Wo ist der letzte? Wo muss er noch sein? Er ist bei drei. Okay, ein Blau-Möte. Ah, da bei mir. Ah, ich habe ihn safe. Ja. Schade, wer da mal spielen wollte. Stays. Echt schade von dir. Ah, der Pumpschuss. Hab bisschen sus, Bro. Lass den Drill, oder? Ja, lass den Drill. Na, du willst noch nicht, ohne den Drill. Kannst du dich bitte Bohrer nennen? Komm, Drill. D-R-I-L. Oh, da liegen Waffen Ey, hier sind noch welche Einer ist won Indrill oder aufdrill Indrill So, da kommen Jungs Oh, ne, ne, link, link, link Digga, was machst du die Garten für Breakdance Ey, da ist Spiderman Spiderman Cardone ist kaputt gemacht worden Wehren aus Ist der noch ein Jumper? Ja, links Einer ist abgehauen, safe Was ist denn schön für eine Endzone? Halbzone Wasser, alter Ui, geil Bro, die Zonen sind richtig weit außerhalb jetzt immer, ne? Mhm, gestern war doch alles müttig Gestern war wirklich schon alles müttig, ja Hier ist Biggie Hm, ein Stück hoch, alter Er ist Absatz Es ist Absatz Ja Ja Das ist Ja bei dir ist wieder aus einer nur gerade ich sehe den rett weg einer spiel da links ist ein busch pro links zu einer busch zwei busch bei dir beim das war einfach und seine kollegen das mache ich mit gehörg leute wenn er wieder denkt eins gegen eins was wirfst du das so viele sneaks das ist auch ein ton oder Wir müssen Stace beschützen. Warum müssen wir denn nicht beschützen? Wo steht er? Ich werde gejagt. Bitte, der soll einfach kommen. Boah, Alter, guck mal. Hier ist... Boah, hier ist Barbara Pose hier. Boah, wie hoch geht das? Bro, hier ist allgemein Barbara Pose hier, glaub mir. Ey, 20 Leute leben noch, ha? Ich sehe kein einzig. Ey, das ist ein Schutzschild. Machst du nicht kaputt? Da ist wieder Rabe. Ey, komm, dance bitte. Ey, ziehen wir jetzt beide mal hier ran, Kapi. Dann machen wir alle Tänze noch. Das ist ein Fall. Der habe ich nicht. Der habe ich auch nicht. Ey, geh, 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 geh! Für uns. Für uns. Und, leider? Los, macht? Da gibt es auch Kran. Schiebeck, schiebeck, schiebeck. Down. Easy. Dann, dann. So low. Ey, ist der Leben kaputt? Oder ist er... Er denkt, er ist keine Ahnung, wer... Hinter dem Baum ist auch noch einer. Ey, Stani, Stani, Stani! Oh, nirgends. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Der noch ein. Ey, yo, ich brauche hier. Ich kann springen. Und, und, und Spray, und Spray. Da kommt noch bei... Dings, einer. Oh, der eine, der Baum, der Baum. Der Rotoskin. Warte, 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 du bist hier. Nice. Ey, Junge, was für Spray, Dinger. Ich brauche keine Spray, ich jetzt. Probier. Bro, wie kam der denn auf einmal hoch? Können wir uns das mal erklären? Da waren zwei unter uns. Einen habe ich getötet, der andere kam hoch. Aber ich habe ihn echt nicht gesehen. Ey, geht wieder alle hoch. Das ist unser Turm jetzt. Wie dann? Ah, ich komme noch hoch. Bin noch mittlerer Etage. Komm nach oben. So kurz Loot. Links kommen welche? Mit Lambo. Hit. Oh, mach ich Gott. Ich mach das, das ist nur für unsere Sicherung. Panzer. Hast du den Busch da geholt? Äh, Panzer. Über Panzer ist auch noch einer. Ja, er hat auch noch den Turm kaputt. Schütze. Ey, Jungs, komm runter, ich spreng unseren Turm. Nein, 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 hä, warum? Machst dein Ketten kaputt vom Panzer, das ist doch langsamer. Nein, Schütze haben wir auf den Schützer rum. Ketten, Ketten, dann. Soll ich den Atom nicht sprengst? Oh, wieder Hit. Der ist, oh, we won it, we won it. Der Schütze, we won it. Ey, der Schütze ist won. Ey, hab ich dir gesagt. Oh mein Gott, du musst hier noch ein bisschen weg. Oh mein Gott. Fahrer, Fahrer. Ey, der ist quick, der ist quick. Der ist Skifahrer. One, dead. Ja, let's go. So ne Ottos, Alter. Ich spreng unseren Turm jetzt. Was willst du denn mit unserem Turm sprengen die ganze Zeit? Oh mein Gott, genau. Ich check's nicht. Ich hab unseren Turm gesprengt. Links, 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 ja, im Busch. Hit? Ja, da ist ein Busch, da ist ein Busch. Der geht hoch. Gut, 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 gut. Shit back. Dead. Is he dead? Ja. So, noch zwei Gegner. Easy. Ich hab noch drei C4. Gut, soll man unterschließen? Das ist der nächste Win, Alter. Lol, du hast gar kein Recoil, stimmt? Das meine ich ja. Lol. Ey, wartet mal. Wo ist meine Krone? Oh, das ist keine Grab die ganze Zeit. Ach, du musst am Anfang gestorben, deswegen. Oder? Nein, stopp. Ich brauch einen, der Krone hat. Gibt's keinen mehr? Das hier braucht zwei. Nicht das zu Glück. Bitte, bitte. Bitte seid der vergut und keine Bots, bitte. Aber kehrt den Richtigen. Kehrt zu der, der in den Großen. Ich gucke auch, die kreste jemanden zu. Ganz heiß, schnell, ganz ohne. So, das wird erstmal hier Nummer 34, der Win, Alter. Habt ihr auch den Tanz? Warte, ey. Warte. Warte, warte mal. Hä? Du hast den nicht. Doch, hab ich, hä? Bruder spack, Bro. Warte, hier, warte ich. Das ist engel Was ist Jackson? Ich muss hier noch eh erkunden, ich muss ein bisschen rumrennen. Ist das, ist dieser Main-Spot von IOM hier, oder was ist das hier? Synapse-Station erkundet. Synapse-Station. Riesen-Building hier, Alter. Synapse-Station. Bro, das ist die Battle-Bus-Fabrik da. Stopp, 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 bitte. Hat der Kurs? Nee, hat er nicht, Bro. Das war's. Bro, das sind übrigens die Noobs, Bro, guck mal hier. Oh mein Gott, ey Jungs, ey, tanze, tanze. Ja, dann tanzen, tanzen. Aber keine Krone, Bro, safe nicht. Nee, nee, er hat keine Krone, sich doch schon. Lass ihm unsere Krone-Siege zeigen. Naja, lass flexen. Sag mal her, wie viele Krone-Siege hast du, Bro? Ey, dropp mir meine Krone. Oh, oh, er zeigt. NULL! Er hat NULL, Bro. Ey Jungs, ich kenn so einen Bug, dropp mal Krone. Nein. Doch, ich kenn so einen Bug. Nein, hör auf, nicht schießen. Nicht. Abstand. Hört auf. Verzieht euch erstmal alle, ja, ja. Ey, ich glaub, wir wollen unbedingt den Krone-Sieg haben, ne? Nee, nee, ich glaub, wir hat's mal aufgegeben. Nein. Das ist hier einfach. Das ist ein No-Skin, der Sieg will. Ey, ich geb so einen Bug, wenn ihr... Wetten, ich kann schneller die Krone aufheben, wenn ihr die droppt und wieder aufhebt? Geh mal weg hier, was er folgst du mich so? Netten. Ich kann schneller die Krone aufheben. Okay, hier. Ah, Pech gehabt. Alter, wie schnell. Na, du hast es geschafft. Mach du mal, Shani, du musst an. Nee. Ich muss los. Komm, Tritta, noch einmal. Ich mach noch mal, ich mach noch mal. Spaß. Boah, die Tats hab ich nicht. VTF? Ehrlich? Ich hab den auch nicht. Ja, das ist bestimmt so ein TikTok-Emote. Hab ich mir nicht gekauft. Da, 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 da. Ey, wie das aussieht. Ja, TikTok-Emote kaufe ich ja nicht alle, Leute. Lass uns mal gleich schnell töten, bevor wir gekriegt werden. Nein, nein. Das ist unser Bruder. Nein, nein, nein. Sorry, Bro, sorry. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Passt mit ihm. Passt auf, passt auf. Wir sind Schwitzer. Es tut leid, Bro. Passt auf. Die Macke mit der Hacke. Wuuuh. Wir schenken noch keine Winz, Leute. Was ist denn hier los? Hä? Wir sind Schwitzer geworden. Bro. Damals haben wir Winz verschenkt, aber heutzutage doch nicht mehr. Wir sind jetzt genauso eine Tryharder geworden. Ehrenlos. Lauf die Ehrenlos, ne? Was soll das denn, Leute? Ihr habt keine Ahnung von Ehre. Ich hab ihn beschützt. Die haben die ganze Runde auf Winz geschwitzt. Sollen dann den Winz schenken, oder was? Also. 1, 2. Ja, wir haben jetzt 5er Winz weg wieder. Ey, 20 Sekunden Shop, muss man auch noch machen. 20 Sekunden? Shop, Leute, ihr. CC. Ah, 5er Winz weg, Jungs, eigentlich. Ne, Lauf die? Ich weiß. Ich weiß, dass du ein Herz hast, so. Aber Stadion und Trinand sind nur Killgeier auch. Wenn du mit denen spielst, du mehr. Bro, du wolltest auch nur eine Krone haben. Mit 2er Shop. Oh, was ist das denn, Alter? Was ist im Shop? Bro, nur Müll. Schmerz. Oh mein Gott, Travis! Nur Müll, oder? Du bist im Shop. Riot, Rideskin, das bist du. So. Tägliche... Bro, vor allem, ich frage mich, wer... Wer kauft sich Serious Denskin? Ich bin Jäger. Ich bin Jäger. Ey, Riot, bist du, Tri, dann, Digga. Was labest du? Das ist richtig aus wie du. Ich bin Jäger. Hier, Gök, hast einen neuen Skin. Einen richtig geilen neuen Skin. Ah, Lofti hat ihn schon, schade. Komm, wir machen jetzt AssiTV ein Geschenk. Wo ist denn der? Wie heißt der nochmal? Es ist AssiTV. Hä? Merzito. Hä? Merzito. 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 Das ist ja nicht. Ich hab' den gelöscht, Kapi. Er hat dich gelöscht. Er hat dich einmal gelöscht. Ja, scheiß drauf, kriegt er jetzt keinen Skin. Jetzt muss ich meinen Account blaschen. Das ist ein voll geiler Skin-Göck. Also hauptsächlich war nicht so. Jetzt muss ich meinen Account blaschen und es muss gewechselt. Wir gucken rein, Leute. Aktualisiert hier schon. Nee, ist noch nicht aktualisiert, Leute. 64. Bro, das ist schon der neue Shop. Update eine Minute. Er meint das E-Ranking bei Platz 64 Trio 272 Squad. Sagt mir ein, wer besser ist. Keiner. Oh, Winz ist wie 70. Platz 60 sogar, ne? Mit Winz. Ja, die direkt runter. Das Leben ist hart. Aber das Leben ist kein Ponyhof. 98 Matches schon gespielt, die Season. Oh mein Gott. 98? Achso, wie viel habe ich denn? Ich habe 84. Bro, ich habe in der Season schon fast einen Tag gezockt. 24 Stunden. Ja, das ist Fortnite-Tracker. Lauf die, jo. Fortnite-Tracker.com Jetzt kommt Lofty, Digga. Nee, jetzt bin ich auf Rank. Winrate von 500. 100%. Ich bin nicht echt Boris wieder aktualisiert mit dem Rank. Ach, du hast auch ein höheres, äh, hier, Rank-Wertung als ich, TRN-Wertung. Ja, aber ich weiß nicht. Deswegen bist du auch höher, so höher vom Rank, deswegen. Wir sind Legend sogar, warte mal, Legend? Nee, wir sind, oha! Wir sind sogar schon, äh, Dings hier, Top 500, Leute, hier den höchsten Rang haben wir. Ja, ja, glaube ich auch. Wir sind über Legend. Das muss noch geupdatet werden, hier oben. Also, ihr und Legend, Digga. Top 500 of all, stimmt, Alter. Da, da halte ich mich fern. So, zu euch passt so Scode und so. Maschine. Boah, wie viel wir gezockt haben, Leute. Ey, seit wann ist die Season draußen? Seit Sonntag, heute ist Dienstag, ne? 2 Tage. Bro, Alter, Leute, ich hab 90 Stunden schon gezeugt. Was ist das denn? Das ist ein bisschen zu viel, oder? Was sagt ihr? Was haben wir overall Spielzeit? Ich guck mal. Ich sag dir ehrlich so, allein schon, wie als ich Trio habe, safe 20. Go auf 5. Ja, Digga, ich kann nicht spiel das Spiel aus, von, äh, Dings. Season Minus, ne. Wie viel Winzer hast du denn, wie viel Winzer hast du? Äh, 1200. Ich hab's auch mehr, so'n Ding. Ey, warte, jetzt, jetzt kommt der, jetzt kommt der OG. Fertig? Fortnite Breaker? Hallo, ist mein Internet weg? Ne, ne. Ne. Ey, mein, ne. Ah, jetzt. Der ist. Ah, da fällig 50.000 Kills in Dings, Bro, in Solo. Wo seh ich das? Weil ich hab ja Solo damals nicht gesuchtet. Boah, 50.000 in Solo. Ey, ich bin bei TNN-Bewertung Top 500. Ey, schlecht. Das ist gut. Wo steht jetzt meine Kills? Ich hab insgesamt 15.000 Matches gespielt in Fortnite. 15.000? Ja. Äh, ich hab 23.000. Ich hab 13.000. Wie viele Kids hattet ihr? Und wir haben gerade eine 1, 2, 3, 4, 5, 6er Winstreak einfach wieder, ne? Ja. Ne, 5er, 5er, 5er. 5er Winstreak, ja. Stark. Ja, Mann. Mir geht's gut. Ey, Leute. Das war doch nice, oder? War doch ein nicer Stream. Obwohl ich halt nicht streamen wollte. Wieder 8 Stunden gestreamt. Auf Lostness. Stark. Äh, ist jemand noch live von euch? Nö. Für das morgen läuft wahrscheinlich. Guck mal, ob da jemand live ist, Leute. Wo wir rüberchicken können. Oh, was sind... Oh, eine Fortnite-Palme ist noch live, Leute. Ich schicke, dass du Fortnite-Palme. Wenn ihr noch gucken wollt. Ey, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Für den nächsten Stream. Wir sehen uns, glaube ich, Donnerstag wieder. Stand die kurze Frage. Sophia hat dir vor 3 Monaten sogar... Ah, ich glaube schon, Kimberley. Sophia hat mir viele Maps geschickt. Da war ich wahrscheinlich, ähm... Ja, übersehen. Ich check das nochmal ab, die Nachrichten. Schreibt alle Skin-Contests rein. Ja, ich schreibe Skin-Contests rein. Bei Fortnite-Palme. Alles gegen den Skin-Contests. Oh, er macht wirklich Skin-Contests. Ja, er hat chatten auf Herborenten. Oh mein Gott. Nein, nein, ich schreibe nicht Stani-Army rein. Schreibe nicht Stani-Army. Schreibe Skin-Contests. Schreibe einfach Skin-Contests. Leute, ich wünsche eine gute Nacht, ne? Schlaf gut, mach nicht so doll. Ja, jetzt schreiben alle Stani rein. Das ist doch los, Leute. Schreibe Skin-Contests rein. Hier, schreibe Skin-Contests rein. Haut rein, Leute. Das ist...